So, liebe Freunde, es hat ein ganzes Jahr getan, aber ich glaube, die interessantesten Tage waren die letzten zehn. Und ich kann nun bei MSM Sportmarketing der Bundesliga allen hier Beteiligten herzlichen Glückwunsch und aussprechen. Viele unterschätzen die ganze Sache. Am traurigsten bin ich im Moment, wenn von außen gesagt wird, was ist das bei Ihnen, wie es sich betrifft. Es soll sich erst mal jemand unter knapp 1.000 Leuten durchsetzen und wohl wissen, dass es auch in geringer Glücksfaktor dazu gehört. Das wissen wir. Aber es ist ja Strategie und Taktik spielen. Und um so weit zu kommen, muss man schon noch umgehen. Und dazu mein Herzlichen Glückwunsch. Gleich, welcher Platz hier verliebt. Denn das ist dann am Ende in dem Bereich, da spielt der Kriegsfaktor schon eine Rolle. Das ist, ich muss das hier sagen, ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die in Leipzig dafür gesorgt haben, dass wir so ein tolles Event hinter uns gebracht haben. Und hier das Kings, welches dafür gesorgt hat, dass wir unter richtig professionellen Bedingungen die German 9 hier durchführen können und den deutschen Master ermitteln können. Es wird für euch alle, davon bin ich überzeugt und spreche auch als Erfahrung der letzten Jahre, es wird für jeden ein bleibender Erinnerung sein. Weil das ist ein Event, das wird mir nicht so schnell geboten, das kann man sich nicht nachkaufen, sondern mit Wissen, Geschichten, Engagement und können sich hierfür qualifizieren. Dafür ein guter Platz mit unserem bewährten Flohmann von Frankfurt. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke, Rekko. Das ist mal eine fair Geste. Ganz kurz aufgepasst, die Felder hier sind zum Erkennen der Karten, das heißt, ihr müsst eure Karten dann auf platzieren. Bitte nicht die Chips soweit da rein, deswegen immer auf die eine Seite die Chips auf die eine Seite. Sobald einer ausscheidet, rücken wir einfach nur nach, dass wir dann die 8 wieder auf dem Feld haben. Plätze wurden ausgelöst, deswegen wir warten auf der 1. Die Bleinstrukturkette, die haben wir reingesetzt, wir fangen wieder mit 30, 60 an. So, die Bleinstruktur wurde zurückgesetzt. Eintechnisch muss die ersten 2 Stunden erstmal keiner mal fallen, der schaut die nicht. 6 bis 8 Stunden. Viel Glück für Spaß. Sagen wir mal, ich hab die Träume, die jetzt bleiben stehen. Na? Ach, ganz schön. Schildschuld. Nein, nichts mehr. Achso. Wird man das gern behalten? Könnt ihr dann nachher, ich mach euch einen Autofahren raus. Sehr gut. Von dir aber. Von der Telefonnummer. Nur von dir. Mit Telefonnummer. Nein, mit der Hand. Oh Gott. Ach. Muss auch mal so ein bisschen einschneiden. Nein. Natürlich ist es da wohl. Ne. Das ist hier höher. Ich mach mal. Nur wieder an. 100 Stunden. cualquier. Nee. Nichts! Machen. Wann ist das hierher? Warte mal. Warte mal! Ein Hörbuch, der Stuhl. Ja, nur Schuh kaputieren mal! Ja, ich hab mir nichts mehr. Frank, du musst noch einen anderen Stuhl, geh doch mal wieder runter. Du musst festmachen. Hab ich. Ja, ich würde mir Gedanken um dein Licht machen, nicht um den Stuhl, nicht um den Stuhl die Schuld geben. So, dieser geht nicht so hoch. So, mein Handys alle weg, aber nicht bloß die Tasche weg, weil das stört. Ihr könnt sie herlegen, hier bekommt nichts weg, verspreche ich euch, da gibt es zu viele Kameras. Herzlich Willkommen live aus dem Kings Casino Roswahrdorf zu einer ungewöhnlichen Livestream-Zeit. Samstagvormittag, 10.30 Uhr. Ja, und hier fliegen schon wieder die Karten. Ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Stefan Hachmeister. Ich bin hier im Kings Casino im Presseteam und heute euer Livestream-Kommentator. Aber natürlich nicht ganz alleine, ich habe mir hier auch ein bisschen Verstärkung geholt. Den Ilja habe ich neben mir. Guten Morgen. Guten Morgen. Stell dich vielleicht mal selber kurz vor. Ja, ich habe Ilja Ludenberg, mein Name, aus der Poker-Bundesliga-Community im Endeffekt. Bin seit sieben Jahren dabei und begleite im Endeffekt die Poker-Bundesliga fast schon von ihren Kindesbeinen an. Und Tassilo Hatwick, unser Gründer der Poker-Bundesliga, hat dann mal angefragt vor ein paar Jahren, als diese Livestream-Übertragungen begonnen haben. Damals in Leipzig TV, in Leipzig noch, als der Final-Table dort gespielt wurde. Und vor zwei Jahren habe ich dann auch mit Jens hier aus dem Kings moderiert. Und es ist für mich eine große Ehre, Stefan heute Morgen mit dir diesen Final-Table nochmal moderieren zu dürfen. Ja, freut mich auch, dass ich hier fachmännische Unterstützung habe. Weil ich kenne leider nicht alle, also Spieler von denen, die am Tisch sind, kenne ich leider gar keinen derzeit. Ich habe ein paar jetzt gerade eben kurz vor dem Final-Table mal kurz gesprochen. Alle sehr sympathisch. Und ja, für die meisten von denen ist das auch schon der größte Erfolg. Wobei, da kommen wir auch später mal zu. Da sind auch der ein oder andere dabei, der schon mal ein größeres Turnier gespielt hat, ne? Ja, da sind einige Spieler dabei. Wir müssen jetzt bei dieser Besetzung sogar sagen, dass ich auch nicht alle kenne. Weil diesmal der Anteil an Spielern, die tatsächlich aus Regionen kommen, wo die Poker-Bundesliga leider nicht regelmäßig spielt. Ja, die Jungs eigentlich nur zur Deutschen Meisterschaft von der Leipzig gekommen sind zwischen Weihnachten und der Jahr. Und wir haben also drei Spieler dabei, die sehr regelmäßig Poker-Bundesliga spielen. In Leipzig und Umgebung. Und auch aus Süddeutschland ist der Tobias Rieder dabei. Der Peter Rieder, Entschuldigung, der aus dem Team Mike Stenz kommt, aus Ulm und um Ulm herum. Und ja, das sind so die Leute, die man kennt. Bei den anderen musste ich mich genauso wie du so ein bisschen einarbeiten. Aber viele haben wir natürlich in Leipzig an den Tischen gesehen. Das ist jetzt der Vorteil, da war ich jetzt dabei. Aber alle kann man nicht kennen. Alle kann man nicht kennen. 10 Wagens, glaube ich, offiziell. Genau, 916. Und das ist dann ja doch schon mal eine Hausnummer. Und ihr seht hier die neun Besten von diesen 916, die am 28. und 29. glaube ich. Genau, Dezember. Dezember sich im Westin Leipzig getroffen haben. Steht gerade einer auf der Leitung. Bild kommt gleich wieder, keine Sorge. Ich sag das mal einfach so, da ist es wieder. Nein, die haben sich da im Westin bei der Deutschen Bracelet-Meisterschaft bis jetzt schon mal durchgesetzt. Und die neun, die sind alle schon Gewinner. Ja, denn die ersten 30 vom Main- und vom Side-Event haben alle hier ein Package fürs Kings gewonnen. Genau. Inklusive Hotelübernachtung, Buy-In fürs Main-Event, ISPC, 175er-Turnier mit 200.000 garantiert, was hier gerade auf Hochtouren läuft. Kommen wir natürlich später noch zu den Details. Und auch dieses Jahr können wir wieder sagen, dass die 200.000 garantiert mit Sicherheit wieder weit übertroffen werden. Letztes Jahr war man... Das ist gar keine Sorge, da sind wir ja schon auf dem allerbesten Weg, dass wir das schon fast haben. Es gab ja diesen großen Rekord, 2775 Spiele im letzten Jahr. Ja, ich glaube, das schaffen wir dieses Jahr nicht. Ja. Ist aber auch so ein ganz bisschen dem Wetter geschuldet. Wir haben, also ich bin heute Morgen gerade erst hier angekommen vor zwei Stunden. Ich habe eine 600 Kilometer Anreise hinter mir und muss sagen, bis Weithaus, also der letzten Ausfahrt hier, war alles super. Ich bin wirklich total erstaunt gewesen. Klar gab es mal ab und zu ein bisschen Schneematsch, aber es war nicht glatt und nichts, wir hatten keinen Schneesturm. Dann ging es los. Und dann fuhr ich nach Weithaus rein und war im Winter Wonderland. Das war schon heftig. Man kam aber dem Berg nach Rossverdorf easy hoch und man kam auch easy runter ohne Schlittern. Also man kommt hier immer noch sehr, sehr gut hin und tagsüber sind natürlich die Straßen auch noch besser geräumt als nachts. Richtig. Und wenn ihr Bock habt an diesem einzigartigen Turnier, was sicherlich das größte wieder des Jahres sein wird. Also ich tippe mal, mein Tipp war 2200. Ich habe schon gehört, 2500 ist ein Tipp, andere sagen 2000. Aber ich meine, wir spielen, wir reden ein über ein Turnier mit 175 Bayern und das mit 2000 Spielern. Das heißt, wir kommen jenseits wahrscheinlich der 300.000er Marke. Und irgendeiner hat ein Handy oder ich bin es selber mit meinem. Das kann auch sein. Ja, Handys sind immer ein bisschen das Problem. Die mussten die Leute am Tisch auch alle abgeben. Wir haben hier immer mal so ein Auge, während wir jetzt hier am Anfang ist die Action erwartungsgemäß immer ein bisschen verhalten. Alle müssen erst mal wieder so ein bisschen da mit den neuen Gegebenheiten zurechtfinden. So ein TV-Tisch ist doch was anderes. Eine nette Temperatur herrscht da durch die vielen Lampen. Wir haben ja eben drüben mal Probe gesessen und es war schon sehr warm. Obwohl hier im Studio ist es auch nicht viel kühler. Ja, das liegt vielleicht an diesen sechs, sieben Quadratmeter Fläche, die wir hier nur haben. Wenn überhaupt. Aber wir bleiben natürlich mit dem Auge auf der Action hier und ich würde sagen, jetzt kriegt ihr erstmal so ein bisschen Details, was hier gerade passiert. Wir haben die Blinds zurückgesetzt. Und zwar in Leipzig war das letzte, was gespielt wurde, 100.000, 200.000. Dann wäre wahrscheinlich der Finaltisch hier in anderthalb Stunden durch gewesen. Und die Leute sollen ja alle noch ein bisschen Spaß und vor allen Dingen, wenn es hier um so einen Titel wie den deutschen Bracelet-Meister geht, soll es ja nicht nur Glück sein. Die sollen ja auch ein bisschen in Poker können, also in den Vordergrund spielen können. Daher hat man die Blinds runtergesetzt auf 30.000, 60.000 mit einer 5.000er Running Anti. Und das geht dann jetzt auch ganz human hoch. Das heißt, 40.000, 80.000 spielen wir. 30 Minuten Level übrigens. 40.000, 80.000, dann 60.000, 120.000, 80.000, 160.000. Und erst im Level 5 sind wir wieder bei 100.000, 200.000 angelangt. Vielleicht gucken wir mal ganz kurz, weil wir haben hier mal die Asse schon relativ früh. Der Marcel van Damme und findet einen interessanten Gegner zu den Chips, damit ihr das gleich so ein bisschen einsortieren könnt. Wir haben 5.000er und 10.000er in Chips. Und dann seht ihr die Plaques vor euch liegen, das sind 100.000 und 500.000er. Die gelben sind 100.000er, glaube ich, ne? Die gelben sind 100.000er und die pinken sind 500.000er und der Frank Humbo, unser Floorman, hatte mir eben noch gesagt, irgendwann kommen die braunen Plaques ins Spiel. Oh, 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 was passiert hier? Und Zehner auch? Ui, also der Simon hatte hier UTG gecallt mit Asse 7. Dann kommt das Race von Marcel van Damme, der mit 46 Big Blinds hier am Tisch ist, mit den Assen. Dann wacht hinter ihm der, ja, jetzt mal gucken, Eric Förster auf, der Schipleader. Der sitzt hier auf 131 Big Blinds, massiver Schipleader hier. Und dann ist dahinter sogar noch der Nurkort, die Jacks callen nur. Und jetzt kommt die 3-Bett von den Zehnern und das ist der Sascha und der sitzt auf 50 Big Blinds. Das heißt, wir haben hier drei Big Stacks in der Action drin. Von Marcel haben wir jetzt ein All-In. Ja, das ist nach dem Re-Race. Der Schipleader entsorgt die Jacks und zwar ohne großes Federlesen. Ja, und auch da werden Open Fold Tens, ja, in dem Fall alles richtig gemacht, Jungs. Er hatte sie. Aber das ist ja schon, Stefan, eine interessante Konstellation. Wir haben Asse, Wooten und Zehner und sehen keinen Flop. Ja, das passiert schon. Also dafür sind, weil sie waren alle Big Stacks. Wenn da jetzt zum Beispiel einer mit 14 Big Blinds sitzt oder mit 20 Big Blinds, dann wandern die Zehner oder Jacks schneller mal rein, als wenn du da noch mit 50 Big Blinds sitzt und du hast hinter dir noch so viele Short Stacks. Dadurch, dass die alle so viele Chips hatten, ja, und dass er natürlich protecten will, er spielt hier gegen den Chipleader und er ist zweiter, dritter, vierter in Chips oder so. Da will er natürlich jetzt nicht hier mit Flop spielen und das ist schon okay. Er sammelt den Call, also den Race, den Call vom Race und die 3-Bet. Klar, alles richtig gemacht, aber viele hoffen dann natürlich auf Action. Die werden wir später auch noch sicherlich erleben. Wir hoffen natürlich, dass wir viel mehr mit Flops hier sehen können. Fand übrigens, auch mal eine Kritik, finde ich, gehört auch dazu. Asse, Limb, UTG, ganz schlecht. Was er da sich erwartet, weiß ich nicht. Er kann nur hoffen, dass die alle mega passiv spielen. Er spielt die Hand ohne Position, außer natürlich gegen die Blinds. Und Asse ist echt eine Hand, weiß ich nicht. Also da gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Ich hätte es einfach nicht gemacht. Er wurde dann ja auch schnell eingebremst von den dicken Pockets, die da unterwegs sind. So, hier, gucken wir mal, was passiert. Ja, neuner Treffer, Flaschrohr und neuner Treffer ist massiv vorne. Und die anderen beiden haben Nitz, außer ein Fünfertreffer. Ich glaube nicht, dass da groß Action passiert. Ja, kommen wir zurück da. Also die haben die Blinds zurückgesetzt von 100.000, 200.000. Und auch spielbare 30.000, 60.000, sodass wir ein Average Stack von 51 Big Blinds haben, was wirklich gut zu spielen ist. Der Short Stack am Tisch, das ist der Tom Klinger mit 16 Big Blinds. Und der Chip-Leader ist Eric Förster aus Dresden, der auf satten 131.000 sitzt. Und gut doppelt so viel Chips hat wie der Zweitplatzierte. Oder sogar etwas mehr als doppelt so viel wie der Zweitplatzierte in Chips, der Tino Simon. Wir haben jetzt hier den Treffer mit dem Ass auf dem Turn. Aber der Flasch ist da. Der Flasch kommt jetzt auf dem Rüber. So, dann haben wir den Check. Aus dem Small Blind mit dem Flasch. Ganz interessant übrigens, Stefan. Der Court Palasch, der jetzt hier den Flasch hat, ist mit seinem Kumpel, dem Valerie Jungkind, der auf Platz 1 sitzt hier. Der Valerie hat mir eben erzählt, der Court hat in der Woche vor der Deutschen Meisterschaft, also vor Weihnachten, ihn überredet, komm, lass uns mal zwischen Weihnachten nach Leipzig fahren. Die spielen also, die Bukka Bundesliga ist in ihrer Region in Göttingen nicht vertreten. Die spielen privat immer so ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, hör mal, da ist in Leipzig eine deutsche Mannschaft von Göttingen, fahren wir ja dann nur anderthalb Stunden hin über die 38, über die A38. Und dann sind die aber zusammen losgefahren. Und jetzt sitzen die... Erstaunlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, dass hier keine Action mehr passiert, ne? Two-Pair. Also ich kenne genug Spieler, die da mit dem Two-Pair sicherlich nochmal ein bisschen Gas geben. Und der Flasch checkt halt rein, um dann wahrscheinlich ein Re-Ray starten zu können. Ist halt noch etwas verhalten. Aber die Leute wollen natürlich alle ein bisschen was von ihrem Erlebnis hier haben und nicht nach drei Minuten dann sagen, das war's. Geben wir ihnen noch ein bisschen Zeit, sich da zu akklimatisieren am Tisch. Ja, Entschuldigung, du warst am Erzählen. Kein Problem. Auf Platz 1 ganz links, das ist der Valerie Jungkind. Und auf Platz 5 haben wir ja gerade gesehen, Kurt Ballers, der die Hand jetzt gewonnen hat. Und das sind im Endeffekt zwei Kumpels und die haben es beide an den Final Tablet geschafft. Bei 916 Spielern. Ich denke, das ist auch eine außergewöhnliche Situation. Die sind zusammen nach Leipzig gefahren, die sind jetzt zusammen hier hingefahren. Die kennen sich in- und auswendig. Und man muss ja auch sagen, ich hab da mal eben mit den Jungs auch noch gesprochen. Was heißt Jungs? Wir haben hier von den neun Leuten im Endeffekt fünf, die 50 oder älter sind. Und der ausgeschnitte Chip-Leader, der Eric Förster, ist mit 21 der jüngste Spieler am Tisch. Das Küken am Tisch. Ja, Wahnsinn. Ja, wir können einmal kurz gratis Seeds durchgehen, haben wir hier was Spannendes. Gucken wir uns mal gerade einen Flop an. Wir haben hier wieder kein Race. Ist doch sehr verhalten. Also da würde ich gerade so als einen Spieler, der vielleicht ein paar mehr Chips hat, dann doch mal einen Race ansetzen. Hier sehen wir auch die Chip-Counts-Klinger, hat mit König Bube auch eine ganz schöne Hand gehabt. Da hätte man, lief doch sicherlich mal, wenigstens mal eine Min-Race auspacken können. Ja, hier vorne ist er nicht, weil die 5-7 vom Simon hier getroffen hat. Der bettet sie auch direkt an, was auch korrekt ist. Und ja, schnappt sich den Pott. Ja, gehen wir einmal kurz durch. Seed 1, ganz links, das ist der Valery Junkin, wo wir eben drüber gesprochen haben, aus Göttingen. Sitzt mit 30 Big Blinds da, auf jeden Fall war das so zum Start. Platz 2, der Short-Stack Tom Klinger aus Bischofswerda ist der Short-Stack mit 16 Big Blinds. Auch da ist ein bisschen Spiel noch möglich, ist natürlich ein bisschen mehr unter Druck, keine Frage. C3 haben wir den Sascha Schneider-Heinz. Schneider-Heinz-Zesel, glaube ich sogar. Heinz-Zesel, genau. Schneider-Heinz-Zesel, ja. Aus Glauchau. Aus Glauchau. Glauchau, kennst du das, wo das ist? Nein, kenne ich nicht. Der hat einen guten Average-Stack von 50 Big Blinds. Platz 4, Stefan Schreiber aus Leipzig mit 26, ist auch schon etwas shorter. Aber alles noch im grünen Bereich. Platz 5, Court Palasch aus Gleichen. Das ist bei Göttingen, das habe ich ja eben erfahren. 65 Big Blinds, Zweiter im Chip-Count. Dicht gefolgt von Platz 6, das ist der Tino Simon, der mit 64 Big Blinds unterwegs ist. Der Tino kommt aus Leipzig. So, hier werden wir auch nicht viel Action erleben. Top-Pair wird vermutlich anspielen. Van Damme hat nichts, checkt, da und holt und schnell geht es weiter. Jawohl. Platz 7, Peter Rieder aus Oepfingen. 27 Big Blinds, ist dann auch in der Kategorie etwas shorter. Platz 8, wer schon ein bisschen Chips sammeln konnte. Marcel Van Damme aus Berlin. 46 Big Blinds dürfte sich jetzt langsam hochgespielt haben und auch zu den Big Stacks mehr gehören. Ja, und den wir hier so ein bisschen mit dem Rücken sehen. Auf Platz 9, Erik Förster aus Dresden, der satte 7,87 Millionen vor sich stapelt. Mit 131 Big Blinds und massiver Chip-Leader. Früher konnten wir hier übrigens nur 8 Spieler mit Hole Cards zeigen. Das ist seit diesem Jahr geändert worden. Das heißt, wir haben 2 neue Sendeantennen eingebaut in den Tisch, sodass mittlerweile sogar 10 Spieler mit Karten übertragen werden können. Und früher mussten wir immer erst warten, bis der Erste ausgeschieden ist, um die Hole Cards zu zeigen. Die Problematik hatte ich vor 2 Jahren mit Jens zusammen. Da hatten wir halt dann gewarten müssen, bis der Erste ausgeschieden war. Was zum Glück allerdings damals für uns relativ schnell ging. Ja, das ist soviel zu den Chip-Counts von den Herrschaften. Blinds haben wir auch schon darüber gesprochen. Den Fahrplan für heute kann ich euch auch mal kurz sagen. Wir werden jetzt 4 Level-A 30 Minuten spielen. Dann dürfen die guten Leute zu Tisch gehen. Wir haben eine 30-minütige Dinner-Break. Im Livestream, wir sind ja 30 Minuten Zeit versetzt. Aus Sicherheitsgründen, weil wir die Hole Cards sehen können, ist das vorgeschrieben. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist vor 30 Minuten passiert. Aber keine Sorge, wir werden nicht spoilern und hier irgendwelche Sachen erzählen, die wir vielleicht gehört haben, wer gerade raus ist oder so. Sondern wir werden das alles hier versuchen, in Echtzeit irgendwie über die Bühne zu bringen. Ja, dann werden wir wieder 4 Level spielen bis ungefähr 15 Uhr. Um 15 Uhr gibt es dann eine 15-Minuten-Break und danach geht es bis zum bitteren Ende weiter. Soviel zu dem Fahrplan. So, hier haben wir Aß 3. Aß hochgut. 4,9. So, hier macht René, äh, René sage ich schon, Erik das, was er machen muss. Er ist Chipleader, er feuert einfach mal an. Das ist ein Blind-Battle, Small gegen Big Blind. Tja, und da wäre schon ein Hero-Call mit Aß hoch. Nein, der Marcel von Damm hält sich da aus. Ja, die Leute sind alle schon Gewinner, denn sie haben alle ja eins von diesen Packages hier für das Kings gewonnen. Darüber hinaus gibt es aber auch immer noch was zu gewinnen am Tisch. Also, ich lehre natürlich erstmal der deutsche Bracelet-Meister zu werden. Richtig. Der wird ja nicht deutscher Bracelet-Meister heißen, wenn er nicht auch ein ganz heißes Bracelet kriegen würde. Das bekommt er natürlich. Aus Silber, vergoldet mit Rubinen, Smaragden und so weiter. Das ist kein Spielzeug, was man sich irgendwo für 50 oder 100 Euro mal schnappen kann beim Juwelier. Das ist schon ein richtig kostspieliges Teil. Ich habe es eben mal kurz in der Hand gehabt. Dann kriegt jeder, der hier am Tisch ist, auch einen schönen Pokal, eine Medaille. Und eigens angefertigte Hoodies, wo drauf steht, jetzt muss ich lügen, was steht drauf, Finalist. Ich glaube, wir haben einen Top-Ten-Spieler, der... Final Table oder German Niner steht, glaube ich, drauf. Der erste steht, deutscher Bracelet-Meister und dann der zweite hat auch noch extra Vizemeister draufstehen. So, aber dann geht es weiter. Bis Platz 4 passiert erstmal nichts. Die anderen haben dann den Spaß am Finaltisch gehabt, die Reise ins Kings gewonnen und so weiter und so fort. Und das war eben für die EPSC. Ja, ja, klar. Das ist ja dieses Package, also das Ganze drumherum, dieses Wochenende hier im Kings. Wohnung direkt hier am Kings Casino, andere Straßenseite, was an diesem Wochenende schon ein bisschen schwierig ist, weil es hier brechenvoll ist, alles. Was aber bei dem Wetter einen Vorteil hat. Ja, ja, absolut. Keine Frage. Das man nicht noch durch die Gegend fahren muss. Beim Herrn Klinger haben wir hier die Queens und René, äh, ich sag immer René, ich komme hier auf René. Der Eric, der findet King Jack, was auch spielbar ist. Und jetzt, wenn hier ein Re-Race kommt, dann sind die Queens halt drin, weil er ist short. Er hat nur noch 630.000, wie ihr hier in der Grafik sehen könnt. Er hat es auch absolut korrekt normal gespielt. Er hat bei 60.000 Big Blind zweieinhalb BB geracet. Ist auch völlig okay. Ob man jetzt 2 BB raced, das wird genau die gleichen Effekte haben, wie, äh, zweieinhalb. So. Jetzt sieht er natürlich nicht gerne das Ass. So. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der Eric Druck macht. Der Eric, ja. Mal gucken, wie aggressiver er ist. Ja. Erstmal die Wasserstandstiefe messen und mal 200.000, 300.000 abfeuern. Das ist schon ganz gut. Das ist, äh, drei Viertel Pot Size. Und da gehen die Queens in den Muck. So. Ja. Wer ja die Chips hat und aggressiv ist, dann sammelt man da ein. Der Drittplatzierte heute, der hat dann wieder was Größeres zu gewinnen. Und zwar, ähm, bekommt der ein Roswadorf Package. Im, äh, ein 200 Euro Ticket. Also, ne, Entschuldigung. Ne, doch, ein 200 Euro Ticket. Drei Hotelübernachtungen im Vier Sterne Einzelzimmer hier am King's. Der Zweiplazierte bekommt das Gleiche. Und der deutsche Bracelet-Meister. Nicht natürlich die ganzen Ehren, das Bracelet. Er ist deutscher Ticketträger. Und der bekommt dann noch ein 500 Euro Ticket, Turnierticket. Und drei Übernachtungen im Vier Sterne oder Vier Star Room hier am King's im Einzelzimmer. Und das spielen die Herrschaften heute dann. Wer sich draußen in der Pokerwelt jetzt wundert, dass es jetzt hier keine großen, oder dass es gar keine Cashouts gibt, die Pokerbundesliga, die ja, zu der dieser Final Table ja gehört, ist ein reiner Sachpreisanbieter. Das darf man nie vergessen. Und durch die Kooperation mit dem King's hat man halt diese fantastische Möglichkeit für diese Amateurspieler geschaffen, erstmal auch in dieses, ja, tolle Erlebnis zu kommen, einen TV-Tisch spielen zu können. Und natürlich auch hier im Kings-Casino, in dem größten Card-Casino Europas spielen zu können, mit dieser Atmosphäre. Ich denke mal, viele, und ich weiß es ja selber, da ich jede Woche ja vor Ort bin, bei der Pokerbundesliga, die das nicht kennen, die sprechen dann immer schon mal so ein bisschen abfällig darüber. Ja, hier kann man nichts gewinnen. Nein, darum geht es auch in erster Linie gar nicht. Es geht dann um den Pokersport, wie es der Klaus Dietze ja immer so gerne sagt, den Leuten näher zu bringen, Spaß zu haben, unter der Woche einfach mal für 20, 25 Euro. Andere Leute gehen ins Kino, zahlen da etliches mehr, wenn sie sich voll ausrüsten mit Popcorn und was weiß ich. Und so kann man mit unterschiedlichsten Leuten aller Couleur und Nation mal an einem Tisch zusammensitzen und Spaß haben. Ich denke mal, das sollte eigentlich im Vordergrund stehen. Wer Geld verdienen will, das muss man einfach ganz klar sagen. Der muss ins Casino. Das ist so. Nach geltendem Recht gibt es das halt nur, um Geld zu spielen in Deutschland, in Casinos. Die Sachpreisturnierveranstalter gibt es aber flächendeckend in ganz Deutschland. In manchen Gebieten ein paar mehr, ein paar größere, in anderen ein paar weniger. Die Pokerbundesliga gibt es ja schon sehr, sehr lange, vom Tassi Lovic damals gegründet. Ich kenne sie aus dem Ruhrgebiet, da waren sie, glaube ich, mal ziemlich stark vertreten. Richtig, ja. Dorb und Hessen. Dann kam ja dann auch relativ schnell der Dr. Klaus Diense dazu, Raum Leipzig und, also ich sag immer, Pokerbundesliga Ost, der den ganzen Osten schön für sich vereinnahmt. Ja, und macht seit sehr, sehr langer, ich muss jetzt mal gerade gucken, ich glaube, mittlerweile neunte Deutsche Bracelmeisterschaft, ist das richtig oder sind sie zum neunten Mal im Leipzig? Äh, nee, wir waren ja vorher in Düsseldorf, das ist, glaube ich, die sechste oder siebte in Leipzig gewesen. Das Schlimmste ist, ich habe einen Artikel für das Kings Magazin geschrieben, aber ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, ich will auch nichts Falsches sagen. Da haben wir es drin. So, zum mittlerweile neunten Mal findet sie statt. Die Deutsche Bracelmeisterschaft, ja. Ich glaube, wir waren sieben Mal in Leipzig jetzt. Ja, genau. Und die ersten zwei waren in Düsseldorf oder irgendwo, ne? In Düsseldorf, ja. Und, ähm, ja, der Dr. Klaus Dietze, der hat es halt geschafft, jedes Jahr immer ein paar mehr und ein Riesenturnier auf die Beine zu stellen. Das muss man, das hört sich jetzt vielleicht einfach an, ne? Weil hier im Kings spielen ja öfter mal auch tausend Leute, aber, ähm, das wirklich hier, äh, ohne ein permanentes Casino zu haben, wirklich so, dass ein Mann so viel Energie darauf investiert wie Dr. Klaus Dietze, dass er das hinkriegt, dass sie jedes Jahr wieder besser werden, vor allen Dingen, was ich so gehört habe. Ich war dieses Jahr leider nicht vor Ort, konnte es terminlich nicht, aber ich habe halt gehört, dass es überhaupt keine Probleme gab. Der Ablauf war reibungslos, die Erfahrung haben sie mittlerweile und 916, wir haben ein All-In mit den Dreiern vom Short-Stack, vom, vom Tom Klinger. Jetzt gibt es Action, da sind die Asse, die können ja wohl kommen. Ja, jetzt wird es, ja, er callt nur. Okay. Aus dem Small-Blanc kam der Push. Ja, der Tom Klinger, der jetzt... Interessant ist dieser UTG-Call, der da war, ne? Der Tom Klinger war ja von Anfang an unser, äh, Small-Stack am Tisch. So, alle Suits sind live, das heißt, ganz viele Peak, äh, ganz viele Kreuz retten ihn, Straßen retten ihn und natürlich die beiden Dreier, die in Bord sind. Das sieht nur noch nach Peak-Runner-Runner aus. Peak-Runner-Runner oder drei? Ja, Peak geht nicht mehr. Full House. Seed open. Wir haben den ersten Spieler, Tom Klinger, auf Platz neun verloren. Jetzt passiert das, was du ja eben schon mal kurz erwähnt hast. Es wird jetzt wahrscheinlich... Ja, jetzt... Ganz kurzes Break geben, damit die aufrücken, ne? Hier gibt's ne ganz kurze Unterbrechung, vermute ich mal, weil normalerweise wird jetzt jeder Spieler außer Platz eins einen Platz nach, von sich aus gesehen, rechts drucken. Entgegen des Uhrzeigersinns, damit hier der Platz neun auch an einem normalen Platz am Tisch sitzt. Hier haben wir einen Überblick über die Big Blinds, die unterwegs sind. Und da ist Platz zwei bereinigt. Immer noch klar vorne, Eric Förster. Tino Simon. 67 Big Blinds. Marcel Van Damme und auch Kurt Palasch. In Schlagdistanz. Auch Sascha noch recht nah dabei. Und die Shortstecks bewegen sich jetzt über... 24 Big Blinds. Ja, also sie bleiben erstmal noch sitzen. Aber irgendwann gleich wird's das mal geben, dass sie aufrücken, denke ich mal. Vielleicht wenn das Level vorbei ist. Möglich, also dafür müsstest du fast schon mal so einen Mini-Break machen. Die Dealerin ist übrigens eine Dealerin, nicht aus dem Kings, sondern eine Dealerin von euch, ne? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, also ich hab mich hier auch vorhin unterhalten, sprich, wie ist Deutsch, scheint der Deutsche auch zu sein. Den Namen hab ich leider irgendwie liegen lassen. Ja, hat der Tasseloh also uns bis jetzt was unterschlagen, dann muss man gleich noch rausfinden. Ist auf jeden Fall eine eurer besten Dealerinnen, die ihr habt und die hat die Ehre, heute hier den Tisch zu dealen. Ansonsten muss man ja sagen, weil du eben Leipzig ansprachst und die perfekte Organisation. Es gab natürlich die ersten ein, zwei Ausgaben in Leipzig der Deutschen Meisterschaft. Da hat der Klaus Dietze natürlich auch diese wahnsinnige Arbeit gehabt, wo du gerade Dealer ansprichst, auch genügend Dealer zu finden. Weil mit zwei Heats mit je 500 Spielern, das sind ja per se immer 50 Tische. Und dann einem parallel laufenden Side-Event, wo ja wahnsinnig Sit & Go's laufen, da braucht man ja eine Menge Dealer. Und eigentlich erst seitdem das Kings mit im Boot ist und das Kings dann nicht nur Equipment, sondern auch Dealer zur Verfügung stellt, hat sich die ganze Sachlage natürlich wahnsinnig entspannt. Anfangs haben wir, das kann man gerne ruhig zugeben, als Turniermanager teilweise noch selber mitgedealt, damit die Heats pünktlich starten konnten. Und dann wurden noch irgendwo Dealer dann noch herorganisiert. Das hat sich natürlich alles im Laufe der Jahre wahnsinnig professionalisiert und verbessert. Und das liegt natürlich hauptsächlich an der Kooperation mit dem Kings. Das macht es auf jeden Fall einfacher. So, hier haben wir einen Straßen, Up and Downs Straßendrohr gegen das geturnte Set. vom, wie heißt der mit Vornamen, Stefan, Stefan Schreiber. Und der... Da ist wieder ein All-In und ein Call, oder? Nein, 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 war ein Fold und der andere zeigt seine Karten. Ja, er ist natürlich stolz darauf, dass er da ein Set getroffen hat, aber ich hätte es nicht gezeigt, das bringt dir relativ wenig in der Situation. Außer, dass dein Gegner weiß, wie du ein Set Vierer spielst am Turn. Es gibt sicherlich Situationen, wo man auch mal Karten zeigen kann. Das hat dann aber mehr was damit zu tun, dass man den Gegner vielleicht mal auf Temperatur bringen will. Oder etwas durcheinander bringen will. Generell, wie stehst du zum Karten zeigen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es wahrscheinlich zu oft. Das ist das große Problem, ja. Ich gebe dir da hundertprozentig recht. Man kann, wenn man einen Gegner kennt, ihn natürlich schon ein bisschen provozieren und ärgern. Wenn man mit einer vermeintlich schwachen oder schwächeren Hand gewinnt und ihm dann einen schönen Pott da abnimmt. Ja, das mache ich auch ab und zu mal, aber wahrscheinlich zeige ich sogar zu viel. Das ist so, glaube ich, ein bisschen das Problem der Amateurspieler. Man macht das gerne, man hat immer so den Reiz, so jetzt zeige ich es dir aber. Ja, wie gesagt, aber bringt prinzipiell keinen Vorteil. Es sei denn, man hat wirklich so einen Patienten am Tisch, den man auch mal richtig schön damit provozieren kann, um sein Spiel, um ihn aus seiner Ruhe rauszubringen, damit er Fehler macht. Ansonsten bringt das gar nichts. Wir haben auch Spieler, die wirklich sehr, sehr konsequent, wo dann mal gesagt wird, jetzt zeig doch mal. Man kennt ja den üblichen Torg am Tisch. Aber wir haben auch ein paar Spieler, die sind wirklich konsequent, von denen habe ich noch nie eine Hand gesehen. Ja. Wenn du meine Hand sehen willst, musst du dafür zahlen. Das kostet halt Geld. So, er muss sich hier von seiner 3 trennen. Oh, die 3 hat angespielt und Top Fair folded hier. So, jetzt bekommen wir Besuch. Ja. Der gerade ausgeschiedene Tom Klinger. Tom. Das weiß ich nicht, haben wir noch ein Mikro, sonst gebe ich dem Tom gerne noch. Nee, den müsstest du einmal weitergeben. Ja, machen wir. Hallo. Hallo Tom. Also, herzlichen Glückwunsch, hört sich jetzt blöd an, aber erstmal ist es ja eine Mega-Leistung von 916 Spielern überhaupt hier an dem Tisch zu sitzen. Ja, du bist Short in den Tag gegangen. Ich kann da keinen Fehler sehen. Du pusht aus dem Small Blind, glaube ich, war es Dreier. Genau. Absolut richtig. Wie würdest du die Hand spielen? Du hast nicht mehr die Chips, um zu callen. Hinter dir wachen die Asse auf. Das schlimmste Worst-Case-Szenario. Ja, dummerweise hatte ich jetzt, zwei Hände vorher, hatte ich die Damen gehabt. Ja. Waste die. Kriegen Kroer vom Chip-Leader. Dann geht natürlich auf den Floppen Ass auf. Er stellt einen Stapel Chips rein. Ja, hab die Damen halt weggehauen. Ja, hat er. Hat er. Er hat König hochgehabt. Ja, das wirst du halt nicht. Du siehst das Ass, das willst du halt nicht sehen. Das hab ich genau so gesagt. Du willst das Ass nicht sehen. Er hat die Chips. Genau. Er spielt von vorne in dich rein. Absolut. Kannst nichts machen. Was willst du tun? Gehen sie weg. Danach krieg ich die Dreier, schieb die rein. Zum Small Big. Ja, der Big-Plan, die Asse. Bäm. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Jetzt hast du auch leider nicht so viel Tischzeit gehabt. Absolut. Wie war denn für dich überhaupt so jetzt die paar Minuten short? Also klar, wenn du viel Chips hast, wäre es natürlich viel schöner gewesen. Ja, ja. Aber wie ist so das Gefühl an dem Tisch? Ja, super Gefühl. Also es ist schon, man ist natürlich sehr aufgeregt. Gerade wenn es losgeht am Anfang halt. Ja, der Plan war ein anderer. Aber gar keine Frage. Aber du wolltest ja überhaupt keine Vorwürfe machen. Nee, absolut. Wie willst du die Damen weiterspielen? Push-du-all-in, klar, wir da wegschmeißen. Aber wenn du einen Snap-Call kriegst, bist du tot. Dann war es das. Dann hat er es doch gehabt, das Ass. Genau, genau. Bin ich auch raus. Es ist halt sehr schwierig. Er hat es halt gut gespielt in dem Moment. Das muss man ihm lassen. Er hat halt mal, er hat auch die Munition gehabt, um rein zu feuern. Und du sitzt da. Jetzt kann man natürlich draußen sitzen an den Empfängern hier und sagen, ja, ist doch egal, immer drauf. Aber das ist halt, ja, wenn er dir das Ass zeigt, war es halt die falsche Entscheidung. Er hat es jetzt einmal nicht gehabt. Er hatte Bobe König. Deswegen hat er dich wahrscheinlich überhaupt auch gecallt, weil es ja eine ganz brauchbare Hand ist. Und hat sich halt genau das gedacht. Er sagt, wollen wir mal hoffen, dass er ein dickes, fettes Pocket spielt. Könige, Damen, Buben, irgendwas. Und dann einfach mal auf das Ass hin foldet. Wenn er einen Push kriegt, ist er weg. Ist gar keine Frage. Egal, wie viel du da reinschiebst. Aber du hast alles richtig gemacht. Ich hatte ja schon das reingestellt, was ich noch hatte. Ja, ja, ja. Ich hatte direkt da liegen gesetzt. Ja, also von der Seite. War nicht viel zu machen. Klar, vielleicht hätte ich die Damen vorm Flop reinstellen sollen komplett, aber dann hätte ich auch nichts verdienen. Du hattest 16 Big Blinds, glaube ich, ne? Ja, ungefähr. Kann man machen. Muss man aber nicht an der Stelle. Also da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen, weil du willst ja auch ein bisschen was kriegen für deine Damen. Und ich sagte ja, der hätte, gut, mit Jacks hätte er dich gecallt. Das wäre schön. Mit Tens hätte er dich gecallt. Ja, aber du hast dann ja gesehen, ne? Eine Dreier-Push wacht da mit Assen auf. Da wären die Damen halt auch baden gegangen in der Nummer. Ja, auf jeden Fall. Von der Seite, nein. Also ich denke, da hast du nichts falsch gemacht. Ja, ich finde auch. Also es war bis jetzt ein super Wochenende. Hast du schon? Seit Donnerstag hier. Genau, habe ich schon qualifiziert für morgen, für das Sonale. Ja, das ist ja schon alles durch. Ja, ja. Das große Geld räumst du ab? Wie viele Chips hast du? 26.000. Ja, das ist doch okay. Ja, es geht. Ich saß bei Leon am Tisch. Aha. Er hat natürlich viermal Doubles, die oben verursacht. Ja. Ich war froh, dass ich noch überlebt habe. Also einmal konnte ich mich oft aufdoppeln an ihm mit ein paar Zehnern, aber ansonsten... Hat gut randaliert, ne? Absolut. Naja, der hat die Chips gehabt, der hat ja alles gespielt, klar. Ja, ich habe die Story gehört, wurde mir heute Morgen dann... Ich konnte es nicht glauben, wie ich den Chip-Count gesehen habe. Also 1,5 Millionen hat noch niemals ein Spieler nach Tag 1 im Kings gehabt. Der Rekord war von bisher 980.000, wenn ich richtig informiert bin, von Martin Cabrell. Ich glaube damals beim GPD-Festival und das war schon unvorstellbar. Und da ging es auch mit 50.000 Chips los. Der zweite in Chips hat glaube ich 920 am Donnerstag gehabt, was immer noch ein gigantischer Chip-Count ist. Aber fairerweise, wir haben hier ein All-In und Call, beide Top-Pair, beide Ass-Bube und nur noch Herz kann gewinnen, jetzt nicht mehr Split-Pot. So, alles wieder zurück auf Null. Ja, aber man hat natürlich auch 16 Level gespielt. Für gewöhnlich werden 14 Level am ersten Tag gespielt oder auch mal 15. Man hat sich aber entschieden, 16 Level zu spielen. Das heißt, der letzte Blind war 4.000, 8.000, also schon sehr hoch. Wenn jetzt nichts passiert, wird weitergespielt mit 5.000, 10.000. Das ist natürlich einfach zu rechnen. Dann hast du ungefähr 26 Big Blinds. Leon halt 150 Big Blinds. Er kann noch ein paar Mal Call sagen, bevor es abiert wird. Ich hoffe, die Tische werden neu gemischt. Ja, ja, werden auf jeden Fall. Es gibt natürlich einen Redraw. Also alle vier Starttage, also 1A, 1B und heute 1C, 1D, werden durch ein Zufallssystem zugelost. Das macht ein Computersystem hier. Und es gibt, ich meine, du kannst Pech haben, dass du wieder an Leons Tisch sitzt. Ja, dann nehme ich halt seine Chips. Wollte ich sagen, dann bediene dich halt bei ihm. Zweimal aufdoppeln, das ist auch 100 BB. Das ist die Welt in Ordnung. Ja, ja, absolut. Warst du das erste Mal hier im Kings? Ja. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Sehr gut. Wahnsinn. Also ein super Casino, super Hotels. Ist schon eine krasse Welt hier. Ist schon alles for free. Also es ist schon ein super Erlebnis. Ich habe dann natürlich auch hier das Wochenende, wo am meisten Traffic hier herrscht. 2000 oder bis zu 2000 Spieler im Main Event, das gibt es schon eher selten. Und jetzt war ja WSOP Circuit, hatten wir auch bei den kleineren Events, bei 300 Bayern und so hatten wir tatsächlich auch Zahlen, die an 1800 ran gingen. Aber der Rekord aus dem letzten Jahr ist immer noch ungebrochen, 2775. Und der wird auch, glaube ich, jetzt nicht gebrochen, dieses Wochenende. Aber 2000 können wir schon schaffen. Und ich habe schon gesehen, es waren schon wieder Schlangen an der Anmeldung. Hier geht schon wieder richtig was. Ja, ja. Das liegt daran, dass der erste Heat jetzt gleich auch irgendwann gestartet wird. Um 12. Um 12 startet der. Und dann nochmal um 17 Uhr der nächste Heat. Also für alle, die da draußen sind, meine Info, die Straßen sind befahrbar. Ihr könnt easy hier hinkommen. Ich bin, wie gesagt, heute Morgen gekommen. Bis Weithaus alles gut. Dann war ein bisschen Schnee auf der Straße, aber auch da. Ihr kommt hier gut durch. Und ihr solltet euch das nicht entgehen lassen. Hast du jetzt noch irgendeinen Bekannten am Tisch, dem die Daumen drückst oder so? Ach, na ja, so Daumen drücken kann man nicht sagen. Ich wünsche allen viel Glück. Keine Frage. Gute Hände. Schauen wir das jetzt noch ein bisschen an. Und genießt den Tag und morgen geht es ins Finale. Absolut. Heute Abend noch Side-Event. Mal schauen. Eher nicht, wenn es morgen dann im Finale Mittag losgeht. Wie gesagt, wir saßen mit 16 Blinds. Das ging 19 Uhr los. Wir saßen bis früh um 4. Bis zu den nächsten Tag. Total down. Ja, das stimmt allerdings. Morgen will ich schon fit sein. Mal gucken, ob ich da noch irgendwie... Ja, kann ja auch wieder ein sehr, sehr langer Tag werden. Hoffentlich ja für dich. Weil geplant ist, morgen zu Ende zu spielen. Letztes Jahr haben wir es nicht geschafft. Da mussten wir den Finaltisch am Montagnachmittag spielen. Weil einfach zu viel war. Die wollten halt auch keinen Deal machen. Und ansonsten, ich glaube, da haben wir schon bis 3 oder 4 Uhr morgens gespielt. Gerne. Wenn es noch mir geht, bin ich dabei. Geht, ne? Dafür gibt es dann auch für den Ersten richtig was Gutes zu schnappen. Ja, ja, ja. So 40.000 sind es locker, glaube ich, für den Ersten. Vielleicht letztes Jahr waren es... Ne, mehr. Viel mehr. Letztes Jahr haben sie die ersten beiden gedealt. Da hat jeder um die 50 gekriegt. Da gibt es ja locker dieses Jahr, denke ich, auch 50 bis 60 für den Ersten. Für 175 Bayern. Viele haben auch gesagt, warum machst du das hier? Deutsche Meisterschaft in Deutschland gewinnst nichts. Du zahlst 50 Euro, bist dabei, jetzt bist du so weit gekommen und schiffst nicht. Aber das Erlebnis ist Wahnsinn. Und einfach um das Prestige zu spielen gegen 1.000 Leute in Leipzig, dann muss ich jetzt nicht 10.000 Euro gewinnen oder so. Das ist ein schönes Goodie obendrauf. Ja, absolut. Aber der Grundgedanke... Einfach sich zu messen, mit anderen zu schauen. Ja. Das ist ja der Grundgedanke, das ist ein anderer. Das ist Entertainment. Und wir gehen hier nicht hin, um unser täglich Brot zu verdienen, sondern wir wollen Unterhaltung haben und wenn dann natürlich noch ein bisschen was dabei rumspringt, dann ist es umso schöner. Das ist klar. Und wenn man harte Dollars oder Euros bei uns verdienen will, dann muss man tatsächlich im Casino spielen. Das hat dann den Vorteil, man geht entweder mit Geld nach Hause, aber es kostet dann auch mal ein bisschen mehr. Und ja, in Leipzig hat es 50 Euro gekostet und du hast jetzt eine schöne Reise ins Kings gehabt. Absolut. Bin qualifiziert fürs Große, also... Zwei Tage Spaß in Leipzig gehabt. Ja. Was will man mehr? Absolut. Ja, Mensch. Guck mal, was hier so im Chat passiert. Ah, genau. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, auf Kings Casino Facebook sind wir zur Zeit live. Da könnt ihr das Ganze natürlich direkt verfolgen. Und darunter gibt es die Kommentarfunktion und da braucht ihr einfach nur mal draufklicken und dann lesen wir das hier hoffentlich, wenn wir uns genug darauf konzentrieren. Und dann können wir mal auch mal euch irgendwie Fragen beantworten, wenn ihr welche habt. Schau mal hier, stehen in den Händen. As-9, As-10, 10 Buche, meine Favoritenhand. Spiel ich immer sehr gerne. Suited noch lieber als Off-Suite, wobei mir die Leute immer sagen, Off-Suite ist ja besser, also zweimal Flaschehorns, ne? Ja, ist ja nicht falsch, ne? Ja, absolut. Doppelte Flaschehorns. Aber As-10 hier doch, klarer Favorit. As-10 suited. Mit nur einem Call. As-9 raced hier. Da kommt der Call. Und wir gucken uns zu dritt mal einen Flop an. Jetzt mal einen Action-Flop, komm. Ja, der schmeckt. Allerdings. Das ist doch mal ein sehr guter Flop. Und was dachte ich vorhin, 10 Buche, mein Favorit, ne? Da geht jetzt ein bisschen was in die Mitte. Wenn der mit 10 Buche jetzt nicht völlig überdreht. Na gut, das As-10 ist so schnell auch nicht weg, oder? Ah, schon ein bisschen nervös. Er feuert von vorne in die anderen beiden rein. Die 200 sind jetzt... Oh, hier haben wir Platz 1. Die Jungkind verabschiedet sich. Nachdem aber As-9 schon gecallt hat. Ja, jetzt hätte der Jungkind noch ein Flaschrohr aufgenommen. Hier hilft derzeit nur noch ein Ass. Aber jetzt guckt ihr die Körpersprache an, wie er sitzt. Ich meine, wir sehen die Karten. Das ist natürlich ganz einfach, ne? Aber er ist schon sehr, sehr entspannt, wie er die Chips da reinfeuert. Und da würde ich jetzt immer sagen, zack, einfach mal so entspannt, locker reingefeuert. Ich kriege da ein Easy Call. Ach. Ja. Ja, da ist der Simon allerdings auch recht luftig unterwegs mit As-9. Das ist aber ganz schön, dass er gegeben hat. Also da wäre ich schon, also durch die Art, wie er gesetzt hat, schon... Ich meine, ich kenne ihn nicht. Da hat man natürlich einen Vorteil, wie man vorher schon mal mit ihm gespielt hat. Aber er sah schon sehr zufrieden aus, wie er die Chips da reinfeuerte. Und das, fand ich, sah jetzt nicht so blöffig aus, was er da gemacht hat. Einmal die Tür aufmachen. Ah, der Tassilo-Vic schaut hier mal rein. Es sind auch noch nicht genug Leute hier drin. Da passen noch mindestens fünf weitere Gäste hier rein. Mach ruhig die Tür mal ein bisschen auf. Wir sind kurz vorm Ersticken. So, der Tassilo guckt hier mal ein bisschen rein. Und der... Wir müssen jetzt alle ein bisschen gerade sitzen und nett gucken. Bitte nicht so eine Großaufnahme. Ich habe tierische Augenränder. Ich habe noch nicht geschlafen seit 15, 20 Stunden. Oder länger, 24 Stunden. Wir müssen nachher auch mal ein Selfie-Komplett hier machen. Oh, ist das schön, wenn hier ein bisschen Luft reinkommt, ne? Das Tassilo, du kannst jetzt jede halbe Stunde hier reinkommen, bitte. Ein bisschen frischen Luft mitbringen. Entschuldigung, was hast du? Ja, wir sind hochgegangen von den Blinds. Wir spielen jetzt 40.000, 80.000. Und ich sage euch auch gleich, die Ante liegt nämlich bei 10.000 jetzt. Wird langsam ein bisschen teurer. Ja. Dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal für die netten Worte hier. Und wünsche dir für morgen ganz, ganz viel Erfolg. Nehme ich mit. Und ich hoffe, dass ich dich morgen Abend dann hier beim Sieger-Interview habe. Ich drücke die Daumen. Alles klar, danke dir. Bis dann hier draußen. Tschau. 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 So, ich gebe mein Headset mal direkt weiter an den Tassilo. Ja, fragen wir doch mal den Tassilo, was der so von der ganzen Sache hier hält. Hallo Tassilo. Hallo zusammen. So, der Tassilo, wer ihn jetzt noch nicht kennt, Tassilo Wick kommt aus Stuttgarter Raum. War es, glaube ich, glaube ich. Ja, genau. Genau. Aus dem Stuttgarter Raum ist der Gründer der Poker-Bundesliga, die auch Mitveranstalter oder Hauptveranstalter, wie auch immer, von dem Deutschen Bracelet-Finale ist. Du machst das zusammen mit dem Dr. Klaus Dietze, der, ich sage immer so gerne, Poker-Bundesliga-Ost macht. Genau, richtig. Klaus ist unser Mann für den Osten und macht ihm seit vielen Jahren die Deutsche Bracelet-Meisterschaft, richtet die aus. Und heute hier das schöne Finale in Zusammenarbeit mit dem Kings-Casino, das euch und uns diesen Livestream hier ermöglicht. Und wie bist du bisher mit dem Ganzen, was bis jetzt passiert, bist du zufrieden? Ja, also ich sehe es halt immer auch ein bisschen hinten, die ganzen Kleinigkeiten, die so schief laufen. Und ich stelle halt eines fest, dass es wirklich, und das sage ich jedes Jahr, weil es jedes Jahr so ist, jedes Jahr nochmal ein bisschen weniger werden die Probleme. Immer läuft es noch reibungsloser. Das Team bleibt ja meistens dasselbe, sind immer wieder die gleichen Kandidaten, die da vor allem hinter den Kulissen mitarbeiten. Wir hatten ja vorher schon ein bisschen die Techniker gezeigt. Wenn wir gerade über Technik sprechen, sehr schöne Nahaufnahmen des Pferdeswanzers von der Dealerin. Ja, für die Friseure unter uns eine Splisskontrolle gemacht quasi. Ja, ich habe das jetzt von außen immer nur so ein bisschen beim Reinsehen gesehen. Mein Eindruck ist, dass die Stimmung dieses Jahr etwas gelöster ist als sonst. Am Tisch, also sie ist auf jeden Fall nicht verkrampft. Ja. Natürlich müssen sie sich am Anfang so ein bisschen abtasten da und mit den neuen Gegebenheiten von dem TV-Tisch. Das ist ja, es ist sehr warm an dem Tisch, es ist extrem hell an dem Tisch. Also die Sonnenbrillen haben da tatsächlich auch noch einen wirklichen Effekt, dass man ein bisschen entspannter wird. Woher weißt du denn, bist du denn schon mal an so einem Tisch gesessen? Ich habe an dem Tisch tatsächlich schon ein paar Mal gespielt. Also du kennst, du weißt also auch wie das Spiel geht, ja? Ich habe ein, zwei Mal Karten in der Hand gehabt und habe auch schon mal eine Hand gewonnen. Wow. Ja, ist lange her. Glückwunsch dazu, ja. Ich habe sogar mal Kings im Kings gewonnen, das ist ja immer was Besonderes hier, weil die gehen hier auch ganz gerne mal kaputt. So, hier haben wir schon wieder schöne Action. Wer sind die aktivsten Spieler? Also zwischendurch hat der Eric, der Chip-Leader mal ein bisschen Action gemacht. Ansonsten, der Spieler, der Marcel Van Damme hat am Anfang ein paar gute Spots gehabt, konnte auch ein paar Chips machen. Stefan Schreiber habe ich gesehen, der hatte mal eine kleine Serie gehabt, der hat auch gut Gas gegeben. Ja. Und dann gegen Stefan Schneiderheinz, äh, Sascha Schneiderheinz. Der hatte jetzt gerade eben eine sehr schöne Hand vor ein Trips-Buben-Floppt und der Gegner, das war der Tino, Tino Simon, etwas luftig mit Ass 9 durch. Also der Flop ist Ass-Bube-Bube, er hat Bube 10 und der Simon hat Ass 9 und etwas luftig zahlt er mit Ass 9 durch. Ja, da muss man das Ass auch loswerden können. Ja, also. Das ist nicht so ganz einfach. Nachdem er gecallt hat, die, die, also er hat gebettet dann nach dem Flop, direkt von vorne angespielt die Buden und nachdem er gecallt hat, hat die bessere Hand, Ass 10, dahinter weggeschmissen. Okay. Das war Insta. Okay. Da sieht man auch die Einschätzung der Hände. Ist natürlich klar, wenn ein Caller da ist, wird es schon wieder ein bisschen schwerer zu callen. Absolut, ja. Aber ich fand es ein bisschen luftig, weil du schlägst halt einen Bluff und nicht mehr viel anderes auf dem Hände. Wobei er vielleicht sich gedacht hat, wenn er den Buben hat, dann wird er nicht anspielen. Tendenz geht ja tatsächlich dahin, für alle da zu Hause in letzter Zeit, die starken Hände anzuspielen. Wenn du Quatsflopst, einfach mal Dreiviertel-Potzeiß anfeuern, das glaubt dir kein Mensch. Genau. Dann kriegst du eher ein Caller, als wenn du checkst und auf eine Bad Rerace, dann ist es nämlich vorbei. Funktioniert das auch, wenn man die Trips floppt, weil die Quats, die floppt man doch so selten. Ach, kommt vor, heute kommt das noch. Quats kriegen wir auch noch. Wir haben ja eine Action-Dealerin, das ist eine Dealerin von euch, ne? Ja, das ist unsere Franzi, wir sind super stolz auf sie. Sie dealt seit ungefähr einem Jahr EPT und hat es in diesem Jahr geschafft an den Final Table. Wow. Also sie hat den Final Table gedealt. In Prag oder wo war das? Barcelona, Prag? In Prag, ja. Und das sind wir schon sehr, sehr stolz auf sie. Und sie kommt trotzdem aber immer noch zu euch? Und sie dealt nach wie vor auch bei uns. Super. Ja, das ist eine wirklich tolle Sache. Und sie hat auch einen pokerspielenden Freund, der ein hervorragender Pokerspieler ist, der auch immer dabei ist. Und das ist, ja, ein ganz bekanntes Team bei uns, die zwei. Sind hier Spieler von den German Nine persönlich bekannt, die auch bei dir in der Region sind? Ja, natürlich, das ist der Peter Rieder, hier auf der Acht mit der Käppi. Ja. Das ist unser Ulmer Mann, Stammspieler seit vielen, vielen, vielen Jahren. Platz 7, ne? Platz 7, ne? Ach ja, das ist ein Achtertisch, genau. Ach ja, das ist ein Achtertisch, genau. Ja, genau. Ist noch relativ verhalten, hat noch nicht so viele Spots gehabt. Peter Rieder hat mit 27 Big Blinds auch mehr einen kleineren Stack. Ist jetzt der Shorty, oder? Ja, jetzt zählt zu dem Shorty. Wir haben auch noch ein paar andere, die auch so in diesem 25 BB Bereich sind. Okay. Die haben sie ja nicht mehr, weil die Blinds ja hochgegangen sind, ist jetzt weniger. Aber ich kann das völlig verstehen. Ich meine, die kommen hier oft weiter anreisen nach Rosverdorf. Ja. Jetzt hatte der Tom gerade eben nur ein relativ kurzes Vergnügen an dem Tisch. Und klar wollen die alle auch was gewinnen, aber sie wollen natürlich auch das Feeling dieses Tisches genießen. Ich kann es dann auch verstehen, dass man dann mal am Anfang ein bisschen tighter spielt, um einfach, wie sage ich so schön, etwas Sendezeit zu kriegen. Ja, klar. Aber man merkt das jetzt im Verlauf, je länger sie sitzen, desto wohler fühlen sie sich am Tisch. Und irgendwann ist dann auch dieser Gedanke weg, alle gucken in meine Hände rein. Hat man am Anfang, ist einfach so. Ich fühle mich dann immer erinnert an meine Fahrprüfung. Als ich auf so einen Parkplatz rausgefahren bin, bitte rechts abbiegen, ich blinke rechts und denke, ach nee, rechts, blinke links, fällt mir ein, nee, rechts ist ja doch auf der anderen Seite. Komplett nervös. Aber als ich um zwei Ecken rum war, war der Fahrlehrer vergessen. Habe ich übrigens auch geschafft. Ich denke, das ist ähnlich, glaube ich hier. Ich sollte links abbiegen, habe rechts geblinkt und bin auch rechts gefahren. Ja, wenn du links abgebogen wirst, hast du jetzt ein Problem gehabt. Ich glaube, der hinten drin saß, naja, er hat halt seinen eigenen Kopf, aber er weiß wenigstens, wenn er rechts blinkt, dass er auch rechts fährt. Nächstes Mal fahren wir dann links und dann war aber auch alles gut. Ich habe auch die Prüfung dann bestanden. Hier sehen wir unseren Floorman, den, wie heißt er nochmal? Frank Kuba. Frank Kuba. Auch die rechte Hand. Jetzt muss man sagen, Klaus hat ja inzwischen zwei rechte Hände in Leipzig, nachdem er hier ein Engagement hat. Hat er jetzt zwei gute Leute, die das Geschäft in Leipzig für ihn führen. Das ist auch der Frank Kuba, der hier im Bild ist, seit vielen, vielen Jahren Floorman bei den Deutsch-Braset-Meisterschaften und natürlich auch in Leipzig als Stamm-Floorman vor Ort. Und der Organisator der Leipziger Runde, André Moschke. Ich habe ihn, also ich kannte ihn optisch, wir sind auch bestimmt schon mal über den Weg gelaufen, aber der erste Eindruck war ein sehr, sehr geradliniger, korrekter Mann. Alte Schule. Ja, ne? Immer Haltung und das ist so ein Floorman, so stelle ich mir ein Floorman vor. Ja, absolut. Passt. Ja, für die, die jetzt erst zugeschaltet haben, ihr seht hier das Finale der German Nine. Das sind die besten neun, jetzt nur noch acht, von ehemals 916 Spielern, die zwischen Weihnachten, Neujahr, 28. und 29. Dezember in Leipzig im Westin Hotel bei der Deutschen Bracelet-Meisterschaft angetreten waren. Alle sind jetzt schon Gewinner. Und zwar haben die alle diese Reise und so ein Package fürs Kings gewonnen. Das heißt, die haben Hotelzimmer direkt am Casino, was dieses Wochenende wirklich purer Luxus ist, kann ich euch sagen. Ja, ich wurde ausquartiert, ich habe noch einen Mitbewohner reinbekommen. Hier ist alles voll. Also ich weiß noch nicht, wo ich heute Nacht schlafe. Das kann irgendwo in Deutschland oder irgendwo tief in Tschechien sein. Es können einige Kilometer auf mich zukommen, weil hier ist alles dicht. Du darfst dich hier wie ein Wipf fühlen, wenn du hier direkt in der nächsten Umgebung vom Casino bist. Dann haben sie natürlich das Bayern, 175 Euro für die IPSC, die European Poker Sport Championship, bekommen. Und den Rundum-Service vom Kings. Und die Rundumbetreuung noch dazu vom Klaus. Vom Klaus und auch vom Tassilo. Und dann geht es ja weiter. Alle kriegen auf jeden Fall einen Pokal heute. Es gibt neun Pokale. Medaillen gibt es auch neun Stück für den Sieger. Das große, teure Bracelet. Ah ja, das goldene Bracelet. Silber vergoldet, ne? Das ist ein massiv silbernes Bracelet und vergoldet, ja. Mit Rubinen, Smaragden. Das sind vier schwarze Diamanten, rote Rubine und vier gelbe Saphire drauf. Sauber. Ja, das alles haben sie gewonnen. Dann gibt es noch einen Hoodie. So einen speziellen Hoodie, den nur die Leute hier am Finaltisch haben. Ich glaube, die Top-Ten-Spieler. Da müsste ja der Zehnte wahrscheinlich auch einen haben, ne? Der Zehnte hat auch schon einen bekommen, der Bubble. Der Finaltable-Bubble-Boy, der leider auch hier natürlich ist. Also nicht leider, sondern der natürlich auch hier ist, weil die ersten 30 aus dem Main- und Site-Event alle so ein Package hier für Rosverdorf gewonnen haben. Genau. Da sind ja allein schon 60 Leute. Hast du einen Überblick, wie viel die Poker-Bundesliga insgesamt hier vor Ort hat von euren Spielern? Ich kann das nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist in der Größenordnung, so um die 300 Leute dürften es sein. Das ist schon wahr. Also das ist, es sind ja nicht alle kommen mit diesen Packages. Es sind natürlich ganz viele haben die Packages über uns bezogen, was natürlich noch einen extra kleinen Bonus beinhaltet. und auch, ich habe schon ganz viele gesehen, die eben selber angereist sind, eigen gebucht haben. Also es ist auf jeden Fall, ist es wieder voll, knallvoll im Casino. Und ich weiß nicht, ich liebe das einfach, wenn es Gewühle ist, wenn Action ist. Apropos Action. Wir haben einen spannenden, naja, spannenden. Aber wir haben hier so ein bisschen, da ist ein bisschen Action drin, außer für die Zweier. Für den, naja, schau mal, das ist hier schon, das ist hier schon sehr spannend. Aber das ist schon gut. Top Pair, Jack Kicker ist schon mal, erst mal vorne. Und auch noch dann Chip Leader, der Erik. Aber der Reader heißt... Peter Reader, unser Mann. Peter, also der wäre ja Wahnsinn, wenn der sich weckt, wenn der das weckt. Der ist jetzt, ich denke, der ist jetzt unter Zugzwang. Der muss jetzt rein. Und zack, guck, da kommt das Dreieck schon. Das ist auch nicht der Dreieck. Absolut korrekt, was er macht. Absolut korrekt. Weil er zieht zum Second Nut Flashtrohr und hat noch ein paar getroffen. Klar kann ihm klar sein, dass der Gegner eventuell hier einen König haben kann und noch vorne ist. Und ihr seht, ein Snap Call ist das auch nicht. Denn er schiebt hier immer noch eine schöne Batterieform. Wahrscheinlich, wie viel schiebt er rein? 875. Dann hätte er zwischendurch schon ein bisschen verloren. 875 wären jetzt gerade mal 11 Big Blinds. Aber er wird das Call. Da wird das Call. Und er hat gecallt. Und er hat gecallt. Und wir sehen es, es ist ein 50-50. Das ist ein Coin Flippen klassischer. Sehr schön, wie sie hier den All-In-Button zu dem All-In-Spieler legt, damit wir es gut sehen können. Und, ey, einmal nett. Und jetzt am River. Kreuz, Dame oder eine 9? Sonst sehe ich nichts. Kreuz, Dame, 9. Ey, nein. Wir haben einen weiteren Seat Open. Peter Rieder. Den hat es leider hier erwischt. Gerade in der Sekunde. Und perfektes Timing. Er steht hier gerade in der Tür. Begeisterung sieht anders aus. Okay, aber das ist zu verstehen. Und dem Peter, wenn er mag, würde ich dich auch gerne mal kurz ans Mikro holen, wenn du magst. Dann werde ich mich jetzt erst mal verabschieden. Ich hoffe, wir später nochmal rein. Ich danke dir auf jeden Fall. Für deine Worte hier. Und du bist natürlich immer gern mal wieder gesehen, wenn du Langeweile hast. Oder nochmal was Neues hörst. Genau. Komm einfach vorbei. Alles klar, ich danke euch. Und bis später. So, ich mache einen Staffelwechsel. Dann kommt der Peter hier rein. Peter, nimm hier Platz. Und dann bekommst du mein Headset. Und darfst dich den Fragen von Stefan Sohn kurz stellen. Hallo Peter hier in der Kommentatorenkabine. Hallo. Also erst mal vorab herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der German Nine. Das ist jetzt schon mal eine Megaleistung, sich gegen 916 Spieler hier durchzusetzen, um hier hinzukommen. Und wir haben ganz klar festgestellt, falsch hast du da gar nichts gemacht. Das hätte jeder von uns da so reingestellt. Mittelpair, dritten Nats, Flashtrohr, da musst du rein. Wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, da hast du was falsch gemacht, aber du hast alles richtig gemacht. Das war ein klassischer, ich weiß nicht, hast du es ausgerechnet, das ist genau 50-50. Ich weiß, ich habe es ausgerechnet. Genau 50-50. Und wenn du einen Call kriegst, ist es auch das Beste, was dir passieren kann, dass er da einen König nur hat und nicht noch irgendwelche anderen Kombinationen. Ja, foult werden wir auch echt besser. Ja, natürlich, gar keine Frage. Aber man kann ihn da auch verstehen, dass er da Callt. Er hat den Chip-Stack dazu. Es ist jetzt kein schlechter Call. Man kann das schon machen mit dem Stack. Und er weiß, du pusht da ja wahrscheinlich nicht immer nur die Nuts, nicht nur immer Sets in die Mitte und so. Oder wie denkst du darüber? Mir war schon klar, dass er wahrscheinlich Callt. Aber wie gesagt, ich habe es ausgerechnet vorher. Das sind circa 50 Prozent. Ein Drittel von meinem Stack war weg. Ich habe vorher überhaupt keine spielbare Hände gehabt. Haben wir gesehen. Ich habe ein paar Baby-Asser gehabt, wo ich spielen wollte. Dann habe ich bloß sieben, zwei, drei, sieben, bloß scheiß Karte gekriegt. Alles Banane. Ja, ja. Wie hat es dir denn, ich meine, die Frage ist jetzt immer blöd, weil du bist natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen enttäuscht, hast ja auch groß drauf gefreut und wollte es natürlich mehr. Aber wie hat es dir so am Tisch generell gefallen? Überhaupt mal dieses Feeling von so einem TV-Tisch. Ja, in dem Moment, weil ich keine Karte gekriegt habe, hat sich die Freude in Grenzen gehalten. Wenn ich ein bisschen mitspielen hätte können, das wäre schon schön gewesen. Aber in der ersten Hand, wo ich verwickelt war, bin ich auch gleich ausgeschieden. Ja. Na gut, ich verstehe dich da hundertprozentig. Man will ja spielen. Das ist gar keine Frage. Aber wie ist so generell das Feeling? Es ist ja sehr warm an dem Tisch, extrem hell durch die vielen Lampen, viele Zuschauer. Im Hintergedanken hast du vielleicht doch, die Jungs gucken sich meine Karten ja an da draußen. Beeinflusst das dein Spiel irgendwie? Nein. Augen zu und durch. Ich habe mich aufs Spiel konzentriert. Na gut, du hattest ja noch nicht viele Möglichkeiten zu spielen. Das haben die Karten einfach nicht erlaubt. Ja, ich habe halt versucht, ob irgendwas erkenne ich kann von den Gegner. Ja. Hast du Reeds auf irgendwelche Gegner gefunden? Einmal hat der auf Position sieben die drei Buben gehabt. Sieben bist du gewesen, ne? Nein, da war es fünf. Auf fünf, ja. Er hat mit der Brille. Ja. Der hat einen Buben gehabt und mein Nachbar hat einen Ass gehabt. Und das habe ich gleich beim R-Spieler schon gesehen, dass er einen Buben hat. Ich habe es dem Ilja gesagt. Du sahst es an der Art, wie er gebettet hat. Ja, und schon bin er. Er war so zufrieden mit dem, was er da tat. Überhaupt keine Angst in dem Gesicht. Also da hat er im Normalfall immer einen Buben. Oder noch schlimmer, Asse oder so. Aber die hätte ich jetzt auch ausgesprochen. Aber ein Buben ist da schon. Und dass du einen Braskett hast, ja. Ich fand es ein bisschen luftig, der Call mit Asse. Du schlägst halt nur noch einen Bluff an der Stelle. Also jedes Ass, was dich callt, ist im Normalfall vorne durch den Kicker meistens. Bube sowieso. Ihn rettet ein Ass. Okay, das ist das Einzige. Aber der ist schon luftig, der Call. Also einmal kann man das sicherlich callen. Aber wenn es dann teurer wird, muss man es eigentlich, glaube ich, fast weglegen. Oder du sagst, okay, der Typ ist auf dem Bluff. Aber der Spieler sah so zufrieden aus in der Art, wie er die Chips reinfeuerte, dass ihm ganz klar war, ich bin hier vorn. Und das habe ich da zum Ilja auch gesagt. Und ja gut, da hätte der Simon, das war der Tino Simon, vielleicht ein bisschen Chips sparen können. Aber schön, dass du das genauso siehst wie ich, weil am Tisch, du spielst ja mit den Leuten. Ganz andere Frage, hast du mit den Leuten in Leipzig auch schon am Tisch zusammengespielt? Ja, gerade mit dem Chip-Leader. Ah, mit dem Chip-Leader? Ja. Und wie spielt er für dich? Naja, er hat Glück. Das gehört dazu. Brauchen wir alle so ein bisschen. Also in Leipzig hat er nie eine Race gemacht für 9er, wenn der Small Blind zum Beispiel, der Big Blind, er hat Big Blind Kids, Small Blind hat er aufgefüllt, er hat nie eine Race gemacht. Und er hat auch sein Big Blind richtig verteidigt immer, also auch mit marginalen Karten, er hat die Aufgabe. Also eher passiv, aber aktiv sehr viel, aber nicht so viel Aggression da drin gehabt. Genau, also er hat gar nicht geholzt, sagen wir mal so. Ja, das ist natürlich nicht so mega lukrativ. Ja, ich denke, der schmeißt sich das weg, wenn ich alle instelle, aber er hat machen müssen. Naja, wie gesagt, du hast ja nichts falsch gemacht, du hattest ein 50-50, jede Dame, jede Neun, jedes Kreuz und die Welt wäre in Ordnung gewesen. Ja. Ja, und wie sieht es jetzt aus? Hast du schon, du hast ja in deinem Ticket auch das Main Event Buy-in für die EPSC, hast du schon gespielt? Habe ich gespielt, ja. Und? Ich ganz gut laufe, ja, 500, 28.000. Ei! Fünfter Platz. Du bist jetzt der Zweite, der hier drin ist und der Zweite, der schon qualifiziert ist und 500 ist eine Hausnummer, das sind für den Finaltag schon 50, über 50 Riesland. Ja, spielbar. Ja, spielbar, ich würde sagen, das ist ziemlich weit vorne, du bist da so in der Top-10-Prozent-Region, würde ich sagen. Ja. Also könnte die Reise ja dann noch schön weitergehen Sonntag für dich, ne? Ja, schon, aber der deutsche Meister wäre halt auch ein schöner Titel gewesen. Keine Frage, diese Enttäuschung ist auch, glaube ich, normal und finde ich auch okay. Besser als wenn du jetzt hier sitzt, ach, was interessiert mich, das ist völlig egal oder so. Das finde ich schön, wenn man das auch ein bisschen ernst nimmt. Ei, hab mir schon scheiße ausgerechnet gehabt. Ja, manchmal ist das dann halt so und ob nun Platz 8 oder Platz 6, das macht den Kohlen auch nicht fett, man muss dann schon nur die ersten drei kommen. Zwei Treffer. Ja, hier haben wir Top-Pair und wieder die vom Schreiber, wie der Schreiber Simon, wieder die gleiche Konstellation. Aber das scheint so seine Bettart zu sein, ne? Einfach mal reinfeuern, so ein paar Plaks. Ja, eben war er mit einem luftigen Ass unterwegs, jetzt ist er mit einem Achtertreffer. Ah, das sieht man schon, dass er sich wohlfühlt. Ja. Ja, das ist übrigens sehr schön Körpersprache. Er sitzt so am Tisch, er signalisiert, hier werde ich spiel hier und der andere sitzt doch sehr passiv am Tisch, der Simon hier. Und man merkt sofort, da ist die schwierige Entscheidung. Klar kann man sowas natürlich, wenn man das bewusst macht, auch einsetzen. Aber jetzt, so, und da macht er wieder das, was er nicht machen soll. Warum zeigt er die Karten? Macht gar keinen Sinn. Außer, dass der Simon gerade darin bestätigt, wir einen guten Laydown gemacht zu haben. Das muss ich aber nicht haben, weil ich bin nicht für seine guten Gefühle zuständig. Ja, ja, das ist oft auch so eine Entschuldigung. Guck mal, ich habe wirklich was gehabt. Das ist auch keiner. Ah, da sagen sie es gerade, da muss man sich doch nicht rechtfertigen, das ist doch schön. Ja, der Stefan Schreiber baut schön auf, hat jetzt auch einiges da vor sich liegen mittlerweile. Wir sind übrigens bei 9 Blinds, das heißt Level 3 läuft. Wir sind bei Blinds 60.000, 120.000 mit einer Ante von, ich muss mal kurz in meine Blind-Tabelle reingucken. 20.000? Ne, 10.000 sind wir noch. Okay. 10.000 Ante, genau. Jetzt haben wir hier einen Call. Vom Sascha. Nein, Fold, Fold, Fold. 6.3 ist jetzt noch nicht so berühmt. Aus dem Small Blind wird hier aufgefüllt. Der Stefan gegen den Court. Court Palasch, von dem haben wir noch nicht so ganz viel Action gesehen. Allerdings, wenn man mit 6.3 unterwegs ist, dann geht es dir wahrscheinlich so wie dem Peter. Das sind dann so die luftigen Hände, ne? Und noch der Eric Förster, der unser Schip-Leader, der aus dem i-Jack gelimmt hat, unterstützt die Aussage, die du gemacht hast, dass er nicht so aggressiv spielt, sondern mehr limmt. Ist jetzt nicht unbedingt so meine Spielweise. Aber das hat er vorhin auch schon mal gemacht. Ja, da kann man machen mit den Chips. Na ja, natürlich. Ein Versuch. Da finde ich es aber besser, wenn man schon Brieflob die Action ein bisschen mehr aufbaut. Und Min Races, da fährt er ja locker die Chips. Ja, ja. Ja, Fahrplan. Wir spielen jetzt noch mindestens zwei, also diesen und noch einen Level. Dann dürfen die Leute in eine Dinner-Break gehen. 30 Minuten. Dann spielen wir wieder vier Level. Also sprich, zwei Stunden. Und anschließend gibt es dann eine 15-Minute-Break. Bevor wir dann in den harten Schlussspurt gehen, da geht es dann ohne offiziell angekündigte Pause weiter. Und der Klaus guckt mal rein. Ja, der Klaus ist ein bisschen beschäftigt. Klaus Dietze, der hier der Veranstalter, Mitveranstalter ist. So, und jetzt wird umgezogen, das, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Alle ziehen einen um, damit der Erik jetzt auch mit am Tisch liegen kann. Und also richtig vorne am Tisch ziehen kann. Ganz rum brauchen wir nicht, damit der Operator nicht so viele Plätze neu verteilen muss. Lass doch stehen. Werden noch ein paar Scherze über die Massen an Chips gemacht, die da verteilt werden. Der Floor hilft ein bisschen. Die Dealerin macht sich noch ein bisschen hübscher. Und dann geht es jetzt aber auch gleich weiter. Der Floor, helfen wir noch mal gerade? Frank, ne? Der Floorman Frank, ja. Der Floorman Frank, der hat garantiert auch die Glock in der Zeit gestoppt, damit keine Zeit verloren geht. 30 Minuten Levels haben sie hier. Und wollen hier jede Minute genießen. Nehmen wir mal einen Überblick. Er ist knapp an die 10 Millionen Marke ran, der Erik Förster. Und der Short-Stack ist Valerie. Und weitere Short-Stacks mit 14 und 20 Big Blinds Sascha und Tino. A7 geht hier korrekterweise in den Mack. King Queen, ein Stack von 1,7 Millionen. Da kann man mal keinen Call machen, sondern einen Race. Aber es ist nur ein Call. Das Problem an so einem Calls ist halt, du hast den Big Blind halt, ob du willst oder nicht, mit drin. Und zwingst dich fast dazu, wenn du nicht triffst am Flop und er zu dir checkt ihn zu blöffen. Und wird hier von Marcel Van Dam dominiert. Top-Pair, Gut-Shot. Was du vielleicht weggeschmissen hast bei Marais. Könnte ich mir vorstellen. Hast du mal einen Blick hier drauf, was da so passiert im Chat? 25 Kommentare. Jetzt Flashtrauer. Ich komme. Immer noch Top-Pair. Jetzt Damo Flashtrauer. Für den Sascha. Überblenkt. Der Marcel. Geht alles an den Marcel Van Dam. Ciao. Wärtsليig. Wirifen. Wirifen. Wenn ihr deshalb mal ein paar schöne Fotoaufnahmen vom Tisch sehen auf Facebook, Kings Casino. Der Lukas hat mal die Kamera ein bisschen kreisen lassen. Da findet ihr zum Beispiel auch alle News rund ums Kings Casino, aktuelle Turnierergebnisse und ähnliches. Hier wird gesprochen schon im Chat, ist zeitverzögert, das ist richtig. Aus Sicherheitsgründen ist das vorgeschrieben. Sobald die Hole Cards zu sehen sind, gibt es Minimum 30 Minuten Delay, also 30 Minuten Zeitversetzt. Sprich, wir haben jetzt Viertel vor zwölf und das, was ihr da seht, ist so ein Viertel nach elf passiert. Sonst könnten wir natürlich, wenn wir nicht zeitversetzt wären, die Hole Cards von Freunden zum Beispiel eingesehen werden und dann übermittelt werden über Handys oder wie auch immer. Deswegen sind auch keine Handys am Tisch erlaubt. Der Operator ist der einzige, der die Karten sieht. Der sitzt direkt hinter dieser Wand, die ihr da seht, im Hintergrund. Im Office kommt zur Zeit auch keiner rein. Das ist abgeriegelt. Nur er kann die Hole Cards in Echtzeit sehen, aber das bringt ihm nichts, weil er da drinnen keine Verbindung nach draußen hat direkt. So, jetzt haben wir beim Simon mal 10 Bube. Und nein, er sieht nicht so wirklich begeistert aus. Lief jetzt auch noch nicht so ganz rund bei ihm heute. Ja, wenn es ja Karl da ist, hätte man sich schon Karl erkennt. Ja, ne, der geht auch. Aber wieder nur ein Limp. Klar, mit 8, 9 brauche ich ja auch im Flop. Ja. Aber so hat man natürlich das ganze Gemüse aus den Blinds noch mit in der Hand. Und der Schreiber hat mit 4,6 Millionen natürlich auch einen Stack, wo man auch mal mit racen kann. Erik, unser Schiplieder trifft hier Toppar. Allerdings massiv lastig das Board. Keiner der drei Spieler hat Karo, aber... Spiel da und die anderen auf und weg. Natürlich spiel dann die anderen Folden und damit war's das. 8, 9 hat mal komplett gar nichts. 6, 7, ja gut, hat da Mittel-Pair getroffen, aber weit und breit kein Karo. Damit geht durch die Bad-Action der Pod. Mit ziemlicher Sicherheit nen Erik. So sieht's aus. Da kann man sagen, da hat er alles richtig, alles normal gespielt. Das ist normales ABC Poker. Ja, weißt du von den anderen Spielern am Tisch, ob da auch schon welche qualifiziert sind für Sonntag? So, ich weiß einen. Gerade der, wo du schon ausgeschildert hast. Ah ja, genau, die beiden hast. Weil das wäre ja eine gute Quote, wenn die alle jetzt durch wären, ne? Ja, gute Quote, ja. Aber das ist... Ich glaube, es sind schon ein paar rausgefallen. Die andere alle rausgefallen. Also schon schwierig. Das sind schon hochkarätige Spieler hier. Ja. Also, das ist schon eine andere Nummer noch. Wir wissen also schon... Bist du das erste Mal hier im Kings? Nein, ich bin schon bei mir. Okay. Dann kennst du das ja hier schon so ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. So, der Small Line 3.5. Selvendamm hat gefolded. Das ist das, was mir bisher gar nicht an dem Tisch gefällt. Hier kommen nur Calls Preflop. Außer ich hab wirklich mal ne Bombe auf der Hand. Und das gerade als Chip-Leader. Das ist halt immer ein Min-Race auf, sagen wir mal 240, 250.000. Das ist halt... Warum Call? Das musste ich. Vom Forster auf jeden Fall. Jetzt zieht er hier zum Nut Flashtrohr. Der René... Äh, der Erik, Entschuldigung. 8.5 hat alles verpasst und der gefloppte Flashtrohr beim Jungkind. Mit Gutshot zum Straight Flashtrohr. Da könnte mal ein bisschen was passieren. Also der Forster wird sicher nicht loslassen. Dann gucken wir uns mal den Valery Short an. Natürlich geht's da rein. Er hat im Flashtrohr gefloppt und er wird vom... René... Äh, vom Erik... Also ich werd das nicht mehr aus dem Kopf los, dieses René. Ich kenn einen René Förster und deswegen sag ich wahrscheinlich mal René. Also vom Erik... Mit ziemlicher Sicherheit ein Call kriegen. Er ist... Also ich denk, der wird Callen. Es sind nicht mal 10 BB, die er da reinschiebt. 8 BB um die Ecke. Und äh... Das ist halt ein Call. Bei dem Stack, den er dahinter hat, muss er das Callen. Er will ja das Turnier irgendwann auch mal... Ah... Ah, das ist halt... Ja... Ja gut, er läuft in dem fertigen Flasht, ja... Aber... Da wird er gecallt als gefolded, glaub ich. Mit der... Mit dem Wissen, dass sich halt massiver Schifflieder wird. Ja, knappe 30 Prozent, wenn er dem anderen ein Flasht gibt. Wenn er ihm ein Flasht gibt. Ja. So, was haben wir denn hier im Chat? So, was haben wir denn hier im Chat? Es gibt doch mehr Kommentare oben. Zeig dann mir ja nicht alle Kommentare. So. So. Nice. So. Der Palas, der spielt gut, finde ich. Er hat ja einiges verloren jetzt, aber da spielt... Ja, der hat jetzt auch noch nicht so die richtig tollen Spots. Hier haben wir mal genau UTG auch ein Race. As-9 suited. Und schon stellt er die Blinds mal vor so ein paar Probleme. Und Schreiber hat natürlich jetzt eine Hand, die er wahrscheinlich nicht direkt aufgeben wird. Würde ich auch nicht machen. Die 130 kann man da schon mit nachzahlen. Aber er liegt vorne. Hat ein bisschen was im Pott. Der Small Blind ist raus. Er hat alles richtig gemacht. Sucht hier auch das Gespräch mit seinem Nachbarn. Oh, Flasht war... Ja. Das einziges Gute vielleicht daran ist, dass beim Gegner gar nichts ist, aber er trotzdem erstmal zahlt. Gibt ihm jetzt nichts, was immer noch gut ist, weil er immer noch vorne ist. Mittlerweile 3 zu 2 Favorit. Ja. Acht. König, Karo, das ist alles das, was nicht kommen darf. Aber interessant, er hat jetzt einen schnellen Chor gekriegt. Auch einen relativ schnellen Chor von dem Palasch. Das sieht schon ganz schön stark aus. Und hat hier auch eine schöne Wettzeit umgesetzt. Pott sind 1 Million knapp und er spielt ein bisschen over halben Pott. Also das, was du gerade eben gesagt hast, kann ich nur unterstützen. Und er spielt das ganz gut hier, was er da gerade macht. Jetzt hat der Gegner natürlich eine ganz anständige Batterie da, der Schreiber. Ja. Aber... Perfekt. Chapeau, das hat er wirklich gut gemacht. Erstmal schon vor. Ja, Schreiber, Van Damme, Förste. Und die haben schon gleich einen massiven Abstand zum Erik. Aber Palasch, Schreiber und Van Damme sind seine direkten Verfolger. Dann sehr, sehr short Sascha. Der wird jetzt gleich mal diesen Chips gut abschreiben. Ja, der Sascha, den möchte ich auch noch nicht abschreiben. Der spielt auch sehr gut. Ja. Jetzt hat sich der aufdoppelt, dann knifst er nochmal mit. Ja, das ist doch nicht meins. Schauen wir mal. Valerie auch noch sehr short auf Platz 1. Richtig. Ja, es geht doch. Tut gar nicht weh sowas. Kommen wir in den Bereich, wo ein Poker gespielt wird. Okay. 19. Erik, viele Chips. Und jetzt gucken wir mal. Also, wahrscheinlich hätte er sonst gelimmt. Dann spielt er das ganze gegen den Race. Vielleicht bringt er ihn sogar dazu, dass er das goldet. Aber Ass 9 in Karo, so viele Chips kann man sich dann schon mal angucken. Und jetzt kommt er mit dem Flop. Für Valerie ist da nichts dabei. Und schon bin ich nämlich hier den Small Line groß. Und Valerie im Big Blind kriegt natürlich jetzt ganz gute Otz und nichts zu callen. Hat aber eine sehr dürftige Hand. Ja, konsequent, das kann man auch holen. Die Otz, die er brauchte, hatte er. Aber man muss das nicht machen. So, jetzt ein guter Flop für Erik und nicht René. Ja, genau. Marcel hat komplett verfehlt. Jetzt ist er bei dem Flop. Ja, guckt er auch. Alles gut. Der gute Erik ist jetzt genauso schlau wie vorher, weil er weiß natürlich immer noch nicht. Wie stark ist der Marcel? Hat er vielleicht ein Balkongroßes Ass? Dann läuft er hier mit Ass 9 hinterher. Und kann er ja haben. Er hat einen Brieflob gerät. Das hätte er mit AK genauso gemacht und mit Ass Dame. Und das sind alles Hände, wo er hinterherläuft. Ja, jetzt könnten wir ein kleines Reiß machen, dann würde er wissen, wo er stellt. Dafür hat er die Chips. Und darauf würde wahrscheinlich der Marcel dann auch relativ schnell die Hand aufgeben. Ja, das macht er. Sauber. Perfekt. Klar, wir sehen die Chips. Wir sehen die Karten. Es ist natürlich einfach so was zu sagen. Aber generell, hier sehen wir Vorkan jetzt. Nicht Karten vergleichen, sondern richtiger Vorkan. Ich finde es von Marcel völlig okay das erste Spiel. Ja, finde ich auch. Absolut okay. Er hat Brieflobstärke gezeigt. Er zeigt Amflopstärke. Kriegt die Quittung. Erik hat es ihm nicht geglaubt. Lag richtig. Und weiß nicht mehr, wo die Chips entstehen sollen. So Leute, ihr schreibt auf Facebook. Und ich kann nichts sagen. Ich muss hier mal praten. Facebook Live. Da müssen wir übrigens nachher mal nach 4 Stunden das Ding neu machen. Weil ich habe gehört, nur 4 Stunden läuft so ein Live Facebook. Dann wird da automatisch ausgelockt. Aha. Amen wünscht allen gute Hände, gute Karten. Alle. Ja, hier. Ja, hier. Armin Schreibt auch. Ballasch. Bester Spieler am Tisch. Der hat auch noch eine ganze Fan-Riege. Und wie gesagt, hat bis jetzt auch einen guten Eindruck gemacht, was er da gespielt hat. So, wir haben hier ein All-In. Vom Sascha, den Short-Stack. As 10. Das ist Standard. Geht rein. Er hat unter 10 BB. Dem drückt auch mal. Der spielt wirklich gut. Den würde ich gerne noch ein bisschen sehen am Finale-Table. Den mit ein paar Schiffs könnte spannend werden. Ja. So. Vielleicht hört ihr schon mal die Mikros leise im Hintergrund. Und hier gerade Michael Pipter, unser Main-Event-Floorman, macht gerade die Ansage. in zwei, drei Minuten startet Tag 1C. Vom Joachim Poker-Sport-Championship-Main-Event. Für Bayern von 175 Euro. Es gibt es hier um mindestens 200. Und ich denke mal, es werden über 300 im Preis von Berlin. Gleich gehen wir sogar Richtung 150. Lassen wir uns mal überraschen. Gleich kriege ich auch mal eine Info, mit wieviel Spiel dann wir starten. Sobald... ... die... ... die... ... die Klop läuft... ... die informiert... ... die... ... die... ... die... ... die... ... gibt's Kritik... ... Erik Assach weg. 290 Spieler höre ich gerade. Auf dem Off. Mit 290 geht's los. Und dann werden das... ... über 600 werden das. Das hört sich aus. 600 Lentes. Wie viele sind denn gestern weitergekommen? Hast du keine Ahnung? Äh, gestern weiß ich ja. Wir sind gestern weitergekommen, weißt du das? Am ersten Tag waren es 44 nur, ne? Ja. Gestern waren ja 600 Spieler. Wahrscheinlich 80, so war es. Dann wahrscheinlich 800, 80 bis 100, wo dazwischen sein. Hier vom Button, Palasch. Weiterhin korrekt. Min-Race. Grube Dame. Und so kriegt man den Pott auch sicher dann mal irgendwie. Ohne da... ... löffeln zu müssen. Beim Limp wär der Big Blind dabei gewesen. Wenn du da nicht triffst, musst du fast schon wieder bluffen. Deswegen... So ein kleines Min-Race, das bringt halt richtig was in dem Fall. Und hier bringt's auch nichts drei oder vier Big Blinds zu racen. Ein kleines Race. Deswegen bei dieser kleinen Struktur Min-Race oder vielleicht ein ganz bisschen mehr. Tatsächlich ist es... Das hatte ich auch im Plan. Ja. Genauso. Ja, ist doch der richtige Weg. Jetzt habe ich jetzt schon von so ein paar Profi-Spielern gehört. Es geht die Tendenz tatsächlich wieder Richtung 3 BB. Allerdings hängt das mit der Struktur des Turniers zusammen und auch in früheren Phasen des Turniers. Wenn also noch alle relativ deep sind, dann sind wir wieder mehr Richtung 3 BB. Genau. Aber in diesem Bereich von den Blinds der Shipleader könnte es sich leisten. Aber was bringt es? Er kriegt die gleiche Info halt auch mit 2 BB. Und ob er da jetzt nochmal einen Schmalz von 10.000 oben drauf liegt, um 250 zu machen, ist völlig okay. Aber... Das habe ich mir auch gedacht. In dem Bereich knapp über 2 BB, 3 vollkommen. Das vielleicht mal ein bisschen variieren, damit die Leute dich nicht immer ganz stur irgendwo auf einer Nummer haben. Ich bin eigentlich kein Freund vom variieren. Da denken sie schon wieder, sie können etwas lesen an dir. Okay. Ich bleibe immer schon einer Linie treu. Wie du es gerade gesagt hast am Anfang, 3 BB, Standard. Und umso höher die Blinds noch sind, dann gehen sie noch langsam zurück. Gut. Das macht natürlich etwas, was wichtig ist, wenn du dann plötzlich immer 2 BB spielst, immer genau 2 BB spielst. Ah, knapp drüber. Wenn du plötzlich machst du 3 BB, dann denken die Leute, okay, er will da irgendwas verteidigen oder will vielleicht gar keinen Call haben oder so. Das ist richtig. Das kann man dann auch in bestimmten Situationen einsetzen. Ja, natürlich, klar. Und die ContiBet am Flop, wenn du eine ContiBet machst, halbe Potsize, so in der Region wahrscheinlich, Ja, halbe, knapp drüber, knapp drunter. So, von Simon kommt das Race auf 360.000. Und der Forster lässt nicht los. Das ist leider wieder relativ viel. Und die Info. Ja, wenn jetzt nämlich der Asse sitzt und er kriegt ein fettes Rerace, dann gibt er wahrscheinlich die Aspenrube auf. Und das hätte er auch für 240.000 gekriegt, die Info. Also relativ viel. Der hat halt wahrscheinlich wohl der Big Blind rausgelegger. So, der Valery ist total begeistert von dem, was die Dealerinnen gibt. Das sagt er hier auch gerade. Ja, es war noch nicht viel. So, wir haben jetzt einen schön aufgeblähten Pott, wo keiner was getroffen hat. Beide haben Vector Flash draus. Vector Straßenoption ist auch noch da, aber Ass hoch beim Simon, gut so. Und jetzt, was passiert jetzt? Macht der Erik das, was der Schiplieder immer macht. Achtung. Achtung. So, und jetzt steht er da. Der Tino. Was nun? Jetzt setze ich da mit Aspube gegen den Schiplieder. Wenn der einen König hat, dann brauche ich auch nicht auf ihn schieben. Dann kaut er mich nämlich. Er hat natürlich durch dieses 3 Big Blind Rage schon Stärke gezeigt. Keine Frage. So, wenn das aber eben kein Asskönig, sondern vielleicht ein Assbube, Buben, Zehner sind oder sowas, dann verkauft er ihm jetzt das, was der Schiplieder verkaufen will. Nämlich einen König. Also nach einem Flop macht er schon alles richtig, Vector. Also ich muss ehrlich sagen, Erik gefällt mir vor dem Flop nicht so toll. Nach dem Flop gefällt er mir richtig. Ja. Also da habe ich jetzt nicht bisher groß gesehen, was... Wir sehen übrigens sehr schön im Hintergrund die Tournament-Glock. Und diese Hand wird noch 60, 120.000 gespielt und dann geht's hoch. Dann geht's in den letzten Level vor der Pause. Und das sind dann 180.000, 160.000, Ante 15.000. Dann haben die Spieler mal so eine halbe Stunde Zeit, die Eindrücke vom Tisch mal zu verarbeiten. Aber richtig, der Paller spielt anständig. Hat am Anfang nicht wirklich wahnsinnig viele Hände gehabt. Konnte nicht viel zeigen da. Aber sonst sehr solide, was da passiert. Forster kriegt Hände. Ja. Ja. King-Queen vom Button. 250. Wir spielen noch. Ach, Willi. 60, 120. Aus. Das gibt's halt. Da muss der Call... Da muss der Reiß kommen. Aber das ist wie gesagt. Drehflopft mit vieler mehr nicht so. Das macht gar keinen Sinn. Call da mit Dame König. Voll. So. Jetzt der Jungkind auch noch mit drin. Ja, er kommt gar nicht raus. Mit 5, 6. Schön, wenn man mal dort der Pott, wenn man da Flop, all gucken kann, mit 5, 6. Er kann sich's ja leisten. Er geht auf 250. Und wenn der Gegner halt inschiebt, kann er immer noch voll. So. Und liegt ein Ass, kann da nichts mit anfangen. Wenn die beiden checken, wird das natürlich wahrscheinlich dann Conti betten. Und dann funktioniert's wieder. Und dann wird er darin bestätigt, dass er alles richtig gemacht hat und wird genau so weiter checken. Oh, check, check, check. Das Jungkind hat jetzt den Gutshot, aber das war's dann auch. Nur die 4 rettet. Die 5. Von Sascha immer noch die beste Hand. Aber check, check. Und jetzt mal. Noch öfter können wir an die Check. In den Showdown wird's mit King High wahrscheinlich nicht gehen. Genau. Einmal anspielen. Vermutlich werden beide folgen, weil das für beide bei einem 1-Millionen-Stack heißen würde, rein oder raus. Und da ist keiner stark genug in dem Fall. Das könnt ihr halt so schön nutzen, diese 1-Millionen-Stacks sind halt so schwer für die Leute zu bezahlen. Da hast du eben ja gesehen, ne? Die 60.000 nachlegen macht der Small Line mit jeder Banane, aber das muss. So, wenn er aber plötzlich da 120.000 mehr nachlegen muss, also 180, dann keut er nicht mehr mit Google 3. Und ob 5, 6 da bei einem 1-Millionen-Stack nochmal die 120.000 nachlegt, muss das auch flacken. Und so hätte er fast den gleichen Gewinn jetzt. Nur schneller und risikofreier und braucht nicht blöffen, weil König-Dame ist ja erstmal eine ganz gute Hand. Also sagen wir mal, 18-Flop alles gut, Pre-Flop noch ein bisschen ausbauffähig. 2-3 auf vorne, UTG. Ist auch schwierig zu spielen. Kann man auch wegwerfen. Kann man wegwerfen? Ja. Das geht. Bei dem passiven Tisch hätte ich wahrscheinlich auch einen Min-Race gemacht. Ja. Ja. Und ja, er hätte dann jetzt Quittung gekriegt. Ja, er hätte dann jetzt Quittung gekriegt. Ja, das ist jetzt normal. Wir sind jetzt bei 80, 160, also 320 bis 350.000 gegen das Bereich. Das ist 72. 370. Ja. Schön, ja. Das kann man so. Das heißt. Machen. Das passt schon. Und. Big Blind. Der. Stefan. Hat Spaß am Spielen. Ich glaub, der callt. Ah, der ist neugierig. Der möchte noch nicht. Ja. Und dann doch weg. So wie er sich seine Chips anguckt, ehrlich gesagt, top core. Ja, top core. Ja, top core. Muss doch mal. Das ist neugierig. Ja. Das ist neugierig. Das ist neugierig. Das ist neugierig. Das ist neugierig. 400. Ich glaub nicht, dass das einfach aufgehen wird. Bei Kickup Problemen liegt hier nicht vor. Er einfeuert an. 400 und ein bisschen. Das ist knapp unter Hälfte. Ungefähr Hälfte. 40. Ich reiß die knapp unter Hälfte. Trotz Zeit. Die gefällt mir. Alles normal. Genau. Und geht in Marken. Hier. Was halte ich dir persönlich davon mit Plaques zu spielen? Magst du? Max? Ehrlich? Gar nicht. Es gibt keinen Plaques. Es gibt nur französische Casinos, die Plaques spielen. Weil sie keine guten Chips haben. Also bei Turnier Poker gehören weder Cash-Tricks, also diese Schein-Dinger an dem Tisch noch was anderes. Finde ich. Ach du meinst die Platte? Die Platten genau. Die Plaques heißen die. Die kommen aus dem Roulette. Beim Roulette werden hohe, ab 500 Euro meistens mit Plaques gemacht. Amerikanisches Roulette hat meistens gar keine Plaques mehr. Sondern nur Chips. Hier gehen die Chitons mit 5000 Euro hoch. Und das ist halt ein 1 Euro Schip und 5000 Euro Schip. Eigentlich hier sind sie ein bisschen größer, die 5000. Und ich glaube ab 1000 sind sie ein bisschen größer. Ja für mich war es das erste Mal mit diesen Platten. Hat schon Spass gemacht. In Leipzig das erste Mal so einen Reiss schmeißen und Reiss sagen dazu. Na ist halt. Also wie gesagt, das wirst du weder bei AWP noch bei EPT oder jetzt Podcasts Championship wenn du es bei keinem großen und keinem Plaques bin. Außer, die Ausnahme, Spitz in Frankreich. In Frankreich gibt es ein internes Gesetz, dass die nur mit Casino Chips da spielen dürfen. Die aus dem Casino stammen. Das heißt, die an die EPT in Duville war, mussten die Casino Chitons nehmen. Oder Casino Chips. Und die spielen halt noch da mit Plaques. Weil die dann natürlich irgendwann diese ganz hohen Werte nicht mehr hatten. Also dann Plaques dann halt. Und ich habe es nochmal irgendwo gesehen. Wo war das? Also ich kann dir sagen, bei AWP ist der 1 Million Chip ganz genau so großer Chip wie 25. Die haben halt eine andere Farbe. Im Prinzip ist es egal. Es nervt halt ein bisschen, wenn du so Berge von kleinen Chips vor der Liege hast. Du brauchst halt Hochweh. Also du brauchst den Millionen Chip halt auch. Normalerweise könntest du es auch manchmal ein bisschen früher rausten oder einwechseln. Aber manche wollen das ja auch zum Eindruck machen. Ja, die möchten gerne große Batterien vor sich stehen haben bestimmt. Die WSOP hatte es bei der WSOP Europe, als sie in Südfrankreich war. Da haben wir auch einen Plaques aufgestellt. Aber weder in Frankreich. Wir haben es ja auch in Frankreich gesehen. Die Hände sind stark raus hier. Es ist auch für mich angenehmer vom Kauen hier. Wie du so mit dem Plaques spielst, ist es sehr unangenehm die zu setzen. Also du hast meistens beide Hände da, als ob du da ein paar Steine auf dich schlägst. Und die Chips sind schon einfacher auch zu kauen. Aber ja, warum auch nicht? Wenn man Spaß dran hat, kann man das machen. Aber wichtig ist, dass man diese Pro-Tipps hat. 100.000 bis 500.000 ab. So, der Marcel ist das richtig. Van Damme genau. Hat hier die 4er geraced. Und bringt den Simon Big Blind dazu. Baby aus. Und das, also entweder Resen oder wegschmeißen. Ja, das sehen wir wieder. Ganz klar, ein kleines Reis vertreibt die schlechte Hände. Ganz genau. Lymphen? Hat irgendwie noch keine schlechte Hände. Außer einer trifft alles an dem. Aber dann hätte es mich mit Resen auch zum Erfolg gebracht. Also, dieses Lymphen fällt mir gar nicht. Das war jetzt richtig gut. Standard. Man kriegt immerhin eine Hand wie 50% die Chance gehabt hätte. Ja. Ich meine, das weiß er nicht mit As-5. Da fühlen sich auch nicht gut mit dem As-5 verwarven. Ja, und wir sind jetzt Blinds 160, 80. Genau. Wir sind geschwind 300 Wasser einschübt. Ja. Mit den Ante 15.000 von noch Triebenspielern. Biologie 1000. 345 345 2 2 1 1 2 2 2 1 Wiek 3 6 Post 3 Vielen Dank. Ja, wenn ihr auch mal hier an dem Tisch sitzen möchtet und bei den German 9 mitspielen wollt, zwischen Weihnachten und Neujahr, auch in diesem Jahr, wird es wieder die Deutsche Graceland-Meisterschaft in Leipzig geben. Wenn ihr euch da dann mal gegenüber 900 Spieler oder fast 1000 Spieler durchsetzen könnt. All in, vom Schneider-Heinruppen. Ja, es ist short. Mein Handfahrer, wo ich ausgeheeter bin. Boge 9, kreuz exakt, die Schreiber sitzen, Hijack, 10, ja, kommen jetzt Leute hinterher, muss er das nicht wollen. Das Handfahrt ist Simon und die Blinds jetzt wird spannend. Oh, der callt, der callt. Ja, die Neuner von Marcel werden da mit einem 4,4 Millionen Steck vermutlich bezahlen. Spannend wird dann zu sehen, was Erich da unter den Karten hat. Ja, der hat der Small Blind schon drin. Muss er callen. Ich denke, das wird call. Vielleicht auch ein kleines Reisen, um den Fasster zu vertreiben. Da geht einem der Momente aus, wo du so genug... Wie gesagt, ein kleines Reis, ein paar Leumann. Ja. Das hilft immer mir. Jetzt hat er nicht viel Scheiße, das sag ich auch. Darm oder Flash. Das ist nichts bis jetzt. Seithilfe ohne Darm, jetzt kommt ein paar Ausstattungen. König oder Acht. Dame, König, Acht. Das ist das, was dir hilft. Jawohl. Die Acht macht die Straße. Und eingelaufen, Ranner, Ranner, Straße und wieder ersetzen. Blutdruck runterfahren. Das ist ein Pogler. Ja, der kriegt die Liste. Bei mir kommt es halt nicht. Ja. Aber der hat noch schön Out gewirkt zum Schluss. Ja, das war der Hube am Turn, der war natürlich Gold wert. Das ist relativ spektakulär gelaufen, wenn man mal das hier reinschiebt. Da mit 9 kann man das da auch sicherlich machen, wenn du nur noch ein paar Big Lines hast. Der Call mit 9ern war viel mehr. Das Protection Race, was er da gemacht hat, war auch Standard. Interessant ist übrigens. Was macht er denn jetzt, wenn er die 1,7-Johensspiele hinter ihm und einer sitzt, der auch hingeht? Muss er wegschmeißen. Ja. Aber das wäre für den Forster zu billig gewesen, ein zu verlogender Einzumsteiger, wenn er kein Reis macht. Das ist halt eine ganz schwierige Sache, ne? Du kannst da dann plötzlich... Ja gut, er schmeißt dann die 1,7 weg und sitzt dann mit zwei, vier spielt er weiter, klar. Aber ist richtig, du verlockst natürlich gerade den Chip Leader, der sich leisten kann, da schon ein Big Line drin und nur noch 5 nachliegen. Schöne Pull-Ops. Passt schon. Also, das macht ein Team, der Wal-Führer, ist einfach 15 Sentiments. Und ein Problem hat es protection gemacht! Das ist nur Bananen, das muss ich nicht unterschreiben. Wahnsinn. Er kann sich einfach auch nicht dagegen wehren, weil er kriegt halt immer einen Korn mit dem, das deckt ihr nachher. Was sollen die denn machen? Ja, die warten auch besser für eine Hand, um Neid zu schieben. Er braucht halt eine Hand, wo er auch Showdown-Value mit hat. Wo er vielleicht auch noch... Vertreiber können die nicht mehr nehmen. Ass-3, Ass-2 gehandelt. Wie hasse ich das. Da finde ich 6-7 das YouTube schon wieder viel besser. Aber du kannst halt ganz oft halt von dominierten Ass-Aufgaben holen. Aber irgendwann muss ich auch Ass-3 hinein schieben. Ja, natürlich. Irgendwann geht halt alles rein. Das ist das einzige Mal in Leipzig, wo ich Glück gehabt habe. Da habe ich im zweiten Tag auch noch 30.000 Chips gehabt und musste schieben. Egal was für eine Hand. Dann habe ich auch einen Baby-Ass von der Ass-4. Das war schön. Ich merke schon, ob er an gegen Könige klaufe. Ui! Oh, da hast du jetzt noch einen Ass, ne? Und gleich auf der Flop habe ich meinen Ass getroffen. Das war schön. Jetzt sind wir wieder mit AK hier unterwegs. Off-Suit, sprich doppelte Flachance. Jetzt sehen wir was. Jetzt sehen wir was. 410. Naja, gut. 410. Ich finde 410 schon ein bisschen viel wieder. Ich fehle, aber ich glaube nicht, dass der Forster loslässt. Na gut. Er hat den Stack. King-Jack-Marker, glaube ich. Er hat Position nach dem Flop. Boah. Ja, hat schon gecalled. Ja, jetzt geht es rein. Jetzt muss es mit 5.3 rein. Oh ja. Und ganz ehrlich, jetzt drücken wir doch mal alle hier den Valery, der wirklich nicht gerade mit Glück besät war heute mit Traumkarten. Und das ist im Prinzip sogar Bombe, was er jetzt ist. Das ist gut, ja. Er hat zwei Life-Cards. Die anderen beiden haben nur drei höhere Karten. Er hat den Flashtor. Er hat jetzt so einen schönen Straßenkorb, der noch kommen kann. Und er kann rechnen, dass sich die Gegner irgendwo blockieren. Genau. Dass sie sich gegenseitige Ausweich nehmen. Der Weg bleibt nicht noch tot in der Gegend rum. Die Ante ist unterwegs. Da ist richtig schön was. Unterwegs an Chips. Die Absicht war zu ersehnen. Und ihm blöfft keiner mehr raus. Da gucken wir uns jetzt den Rüber mal an. Wie bist du denn? 800 Euro. Darum wollte ich nicht rumkommen. 800 Euro. Sascha. Hier ist schon ein Gemack. Ach, bitte. Das werden beide... ... mit dem Köln. Das können wir ausprobieren. Das lässt nicht spielen. Sascha, das musst du wegschmeißen. Ja, das ist Sascha, ne? Ja, ja. Hat er schon. Ne? Ah, ok. Einmal den Schneider haben. Ah, genau das ist der Schneider, ja. Den meine ich. Sascha hat auf immer glaube ich keine Karten mehr. Ja, die beiden werden das callen. Erik baut schicke Türmchen. Gibt so ein bisschen wie die Petronas Towers raus. Das wird's jetzt einfach trauen. Das wird's jetzt einfach trauen. Das ist ein Caller, ne? Hehehehe. Jo. Ach klar. Und wie das war jetzt. Auch ok. Finde gut. Lichter Tod in der Gegend. Und der Call wollen wir schon mal. So, und das ist... zwei Life Cards gegen AK. Wir sehen hier, er... Das sieht zwar grauenhaft aus, was da grade ist. Aber es sind 60, 40 knapp. Das sind Prozente. Und jetzt müssen wir mal alle einmal dem Valerie ein bisschen die Daumen drücken. Der soll ja auch mal hier auf den Spiel kommen, ne? Jo. Jo. Beide erstmal was getroffen. Drei oder fünf Braucher. Oder jetzt mal ein Herz am Turn, damit noch ein bisschen Spaß aufkommt. Trotz 4 war cool, ne? Ja. Oh, das ist natürlich ne Traumkarte. Und jetzt haben wir dann auch noch ne 4. Also, jedes, jedes Herz, ja. Traumhaft. Da da oben sieht er die aus. Die Valerie hier glücklich machen. Und... BÄM! This is an it. Schalig. Valerie. Nächstes Mal meine T-Bike. Ja. Das war's für Valerie. Aber ich kann dir sagen, wenn er hier hinkommt, dann sagt er, dass er keine Hände bekommt. Das ist schon echt hart. Und jetzt ist er an drückt. Marcel steckt hier schön auf. Ich wollte mal alle bitten, wie viel wir da abnütteln. Nein, 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 nein. Ich kann es halt in 10 Minuten. In 10 Minuten gehen wir alle ein bisschen Mittagessen. Das könnt ihr dann hier auch zu Hause machen. Wir sind dann aber ganz pünktlich wieder zurück. So von 5 nach 1 ungefähr. Ist die Pause zu Ende. Und dann sieht er hier die Action live von TV-Send auf dem Kling. Ja. Klaus. Wir stehen hier noch. Die 4 Karten, die ich gekriechte. Ich scheitere nicht alles ab. Alles gut. Wir legen auch nicht. Ja. Das ist spannend geworden. Aber er hat es absolut richtig gemacht. Er geht rein. Das war auch nicht der Verein. Also wenn er das macht, dann lief ich hier zusammen. Simon, Dame 10. Jetzt wird es Reiger. Ja. Genau. Es lief auch nicht alles so rund beim Tino. Und Dame König. Bei Marcel läuft es gerade. Gestern. Gestern. Gestern geschafft. Es fängt mittlerweile an, auch in den Türen zu bauen. Irgendwie Chip-Leader. Aber das ist noch die Hälfte von dem, was der Chip-Leader hat. Ja. Kann man wegschmeißen. Hier. Zumal hinter ihm noch der Chip-Leader ist. Ja. 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 Und am 3. Ja. Na ja. 1 und 1 ist abgegriffen, weiter geht's. Hier im EPSC Main Event in den ersten Level gestartet, oder kurz vor Ende von Level 1 sind wir schon knapp in Richtung 400 Spieler. 171 muss ganz klar sein. Es gibt wieder viele Antis dieses Jahr im Main Event. Viele Einsätze im Main Event gibt's dieses Jahr, wenn wir schon knapp 400 Spieler sind heute. Oh, Assi hier. Assi beim Simon. Tino Simon hat Falk & Pockets zu Besuch. Ist für 1,7 Millionen All-In, was ein bisschen... Schöne Entschne. Ja, Palasch. Versuch das. 1,7 ist schon eine ganze Menge im Verhältnis, also in den Quick Lines, aber ist schon eine ganze Menge im Verhältnis zu dem Stack, den der Palasch hat. Das Snap Call ist es nicht. Kannst du bezahlen? Das ist 4. 3,4. 10 BB-Nahme. Ich glaube, eh mal, das weißt du, oder? Ich habe Sprechbett. Dann hat er Pech gehabt, sagte er. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 5,5. 2,5. 2,5. 1,5. 3,5. 3,5. 1,5. 3,5. 1,5. 3,5. 3,5. 1,5. 3,5. 4,5. 1,5. 1,5. 4,6. 1,5. 2,5. 2 Autos der Zeit, den Palasch, Äh, das Spiel kann ich auch. Simon auf mich, schön verdoppeln nochmal, so jetzt haben wir zwei schöne Hände gehabt, und ist gleich ruckzuck wieder bei fast dreieinhalb Millionen. Und ist wieder mitten im Geschehen dabei. Bei dem Stack, da wartet ihr auf irgendeine Hände, die spielbar ist, und dann kommt ihr raus. Das ist doch schön. Tja, so schnell geht's. Ah, das werden noch viel, viel mehr, das werden mindestens sechs, sieben hunderte. Eins C, und dann geht's jetzt eins D auch noch. Ich hab's jetzt schon sehr gut, muss man sagen. Die Idee ist schon wirklich sehr, sehr gut. Gut, wenn es bei ihm geht, dann ist es gerade, hat sie sich schon gewesen. Hast du aber schön zu mir gesagt. Hahaha. Und die Fingerfertigkeit, ich hab' nicht mehr Ahnung. Schreiber, mit C, das sehen wir, das ist ein Angriff. Ist das so? Oder? Hat er noch gefällt. Abhebung ist normal, aber normal, wenn wir die Mischmaschine nutzen. Wollen wir mal gucken? Nein, die mischelt, von Hand. Ja, das ist Tatsache. Da ist er am Bagger noch schon hinten. Ganz schön flinke Finger, die kleine. In der Hand, warum nutzt sie die? Tragäuch. 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 Das ist wirklich leer. Ja. Ich hab' nicht mehr Zeit gehört. Zag'n. Ja, der hat vorher mit Puget-Sieber schon mal Lines abgreifen kann er, wenn man Min-Race Da muss er aber wegschmeißen Ja, vermutlich die letzte Hand vor der Pause Dann dürft ihr alle mal Pipi machen gehen, kurz was essen So, der Valerie kommt gerade rein Okay, dann verabschiede ich mich mal Vielen, vielen Dank Hat Spaß gemacht, moderierer mit euch Und wir hoffen, wir können am Sonntagabend dann nochmal am Final Table von dem anderen Turnier miteinander rein Ja, ich rechne stark damit Ja, wir drücken die Daumen Und dann möchte ich noch meinen Neffe grüßen, der ist gerade in Australien Oh Florian, lass dich jetzt von Kängurus aufschlagen Auch allerbeste winterliche Grüße von uns hier Also, tschüss Ciao So, der Valerie ist jetzt da Wir gehen jetzt zwar gleich in die Pause, aber wir wollen ihn natürlich jetzt ganz kurz noch hören Valerie, ich geb dir mal das Headset So, hallo Valerie Grüß dich Ja, was sollen wir sagen Du hast ein dickes Pocket nach den anderen heute gekriegt, ne? Ja, ja Es war schon Wahnsinn, was du alles gefoldet hast, ist unglaublich Also nein, Scherz beiseite Du hattest ja fast nie eine Quersumme, die über 10 war Es war ja irgendwie 3, 5, 7, 3, alles dabei immer, ne? Ab und zu mal ein Bild, aber dann war immer eine 2 oder 3 dabei, ne? Ja, ja Ja, du tat's uns schon ziemlich leid, muss man dann tatsächlich zugeben, ne? Poker ist ein Geduldsspiel, sagen wir so Ja, aber du hast heute mit stumpfen Waffen gekämpft Einmal hatte ich eine Schafe, aber die hätte ich gleich von vornherein all in gehen können Das war erst 10 Ja, damals Ja Die habe ich leider, da war der andere Ganggerieste Ja, ich glaube Da hast du aber, hättest du aber auch Durchziehen müssen Ja, also du hättest aber nur mit all in gewonnen, ne? Nee, 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 er hatte A9 Ja, aber hat er mit A9 gewonnen? Er hatte mit A9, glaube ich, gewonnen Ja, aber er hatte nicht die beste Hand, oder? Nee, aber der war andere Gang Weißt du, und wenn er raced... Nein, aber der andere hatte der nicht gesettet? Da war wohl so viel mit A9 verloren hat Nee, nee, glaube ich nicht Moment, war da der Flop nicht As-Gube-Gube? Nein, 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 der ist eine andere Hand Der ist eine andere Hand Weil da hat er mit A9 nämlich auch eine ganze Menge verloren Na gut, das war eine Hand und 3-5 war 40% Fand ich super Also uns war klar, du musst mit irgendwas rein Klar Und da finde ich 3-5 besser als A2 Ganz genau In der Nummer siehst du auch mit 3-5 besser aus Also für dich im Prinzip das perfekte Szenario Du hast ja auch getroffen, dummerweise dein Gegner auch Das war dann nicht ganz so schön Und ja, ihr seht jetzt hier Bildschirm schwarz Nein, er wird auch hoffentlich Der Tisch weiter eingeblendet sein Ja Ja Er kann sich noch nicht über die Farbe entscheiden Es wird alles einfach durchgeschaltet Alle Kameras Ja gut, okay Jetzt die Frage zu stellen Wie hat es dir am Finaltisch gefallen? Wenn man gar keine Karten kriegt Das ist natürlich blöd Mir geht es auch mehr so darum Wie ist denn das Feeling da an dem Tisch? Jetzt viel spielen konntest du nicht, weiß ich Okay, aber wie ist es da so am Tisch? Man weiß, die Holcats Die Leute da draußen gucken mir zu Gucken mir auf die Karten Ist ja doch recht warm am Tisch Es ist ein paar Zuschauer da Wie ist das so vom Feeling her? Natürlich ist es ein schönes Gefühl Vor allen Dingen, wenn man gar nicht erwartet Dass man da sitzt Ich bin dann nach Leipzig gekommen Aus Pfann Weil mir ein Kollege immer einfach gesagt hat Komm mit Und dass ich jetzt da sitze Ist schon was anderes Hat aber auch Spaß gemacht Unglaublich Also überlebe erstmal Überlebe erstmal 900 Mann Ja Und wenn du da sitzt Ist schon Ist schon gar nicht so schlecht Der nächste Step Und dann muss man weiter arbeiten Ja Wie sieht es aus? Hast du schon gespielt? Dem Main Event hier? Habe ich gespielt? Da war ein Bad Beat Okay Ich werde mich heute noch einmal versuchen Um 5 wahrscheinlich Ganz genau Mit Kurt zusammen Und Ja Werden wir sehen Ja Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen Wir wollen dann mit dir auch nochmal sprechen Unbedingt hier noch Finaltisch von dem EPSC Die beiden Vorredner die hier waren Haben beide schon die Qualifikation geschafft Ja Und ich würde mich freuen Wenn du das auch heute Abend dann noch rockst Das Ding Wir gehen jetzt hier in eine 30 minütige Pause Wenn du Lust hast Und keine anderen Verpflichtungen Darfst du gerne Das ist so um 5 nach 1 ungefähr Gerne wieder kommen Dann können wir noch ein bisschen weitermachen hier 5 nach 1? Eine halbe Stunde Okay Wir haben jetzt eine halbe Stunde Dinner Break Wir gehen auch gerade mal ein bisschen Essen fassen Ein bisschen frische Luft schnappen mal kurz Ja Hier wird nur der Tisch weiter eingeblendet Und die Leute zu Hause können auch kurz was essen gehen Oh komm Wenn du Lust hast Abgemacht Bist du kurz nach 1 wieder bei uns Mach ich Vielen Dank Danke dir auch Bleibt uns treu Wir sind um kurz nach 1 wieder da Bis später Ross được Ich weiß auch was Ich schei ich Weiss Und erst mal Und willkommen Ich erlebe Navigungen Ah Keine programmes Ich bin ita D T Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ... ...... 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 ... ... So, kamen auch öfter die Fragen, wie die gute Dame heißt, die da die Karten mischt. Das ist die Franzi, ne? Dealerin unter anderem auch von der Poker-Bundesliga. Die saß auch an meinem Tisch. Ja, und IPT. Da dealt sie auch. Und die macht das recht gut hier. Interessant finde ich, dass sie alles per Hand mischt, obwohl eine Karten-Mischmaschine da ist. Aber, ja, da haben wir uns auch alle gewonnen, ne? Sie ist recht schnell, also ist das nicht so das Riesenproblem. Ja. So soll das aussehen, wenn die Karten fliegen. So, UTG 6-7, off, einmal in den Mack. 10-7, ist jetzt auch nicht so eine prickelnde Hand. Der Marcel, was hat der da? A-10, da ist wieder Potenzial drin. Wir sind übrigens bei den Blinds 100.000, 200.000, Ante 20.000. Und das ist auch die Blinds-Stufe, wo das Turnier mal bei aufgehört hat, im West in Leipzig. Das war da die letzte Blinds-Stufe. Da hat man vier Blinds-Stufen zurückgesetzt, damit hier noch ein bisschen Spielqualität bleibt. Aber so langsam müssen jetzt hier die Short-Stacks mal was machen. Hier haben wir ein All-In mit den Quack-Quacks. Kennt ihr das? Quack-Quacks? Die Ducks? Ähm. Das wird gecallt. Ich vermute, ähm, auch, dass, äh, der Herr van Damme, da irgendwie sich zu einem Call durchringt. Der hat halt schon ein Drittel, der soll in geracet. Muss noch zwei Drittel nachlegen. Ja, die Stacks, das ist klar. Ja, gut, so ein Ding darf halt auch nicht öfter schief gehen, weil dann ist er auch plötzlich wieder Short. Das, äh, geht halt ganz schnell. Aber, ich könnte es mir vorstellen, dass da auch ein, ein Call kommt. Ne, so, wie er sich die anguckt, foldert er das. Na, ist noch nicht ganz durch mit der Entscheidung. Mich würde mal interessieren, was hören die eigentlichen Kopfhörer? Musik? Äh, wenn ich richtig informiert bin, hört er gar nichts. Die foldert. Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein, so ein Noise-Cancelling-System ist, was, äh, die Hintergrundgeräusche unterdrückt. Der Floor meinte eben zu mir, weil ich ihn auch fragte, ich so, was hat er denn da? Also, Handy am Tisch ist ja nicht. Ja. Und, äh, ne, er sagt, er hat wohl gar nichts an. Das ist wohl nur Kopfhörer drauf. Und es gibt ja diese Kopfhörer, wenn man die anmacht, diese Aktivkopfhörer, die die Hintergrundgeräusche isolieren, so dass man das nicht mehr hört, dass es also leise wird. Ja, aber das ist auch irgendwie falsch. Man muss auch den Tisch nicht nur visuell beobachten. Also, ich mag es auch nicht, aber es muss ja jeder für sich selbst da entscheiden. Wenn, wenn er so besser klarkommt, also, sein Stack sagt, alle, alles richtig gemacht, weil er es machen, wollen wir da nichts gegen sagen. So. Ja, immer mehr Leute klicken sich hier bei uns auch rein. Mittlerweile sind auch auch ein paar Bekannte, die ich kenne hier. Ralf Kramer-Lechner ist gerade brei getreten. Josefin Fitzner. Und wenn man noch hier gesehen, das waren die, die ich hier kenne, dann Carsten Wesemann grüßt schön. haben natürlich gerade jetzt viele Bekannte von den Spielern, die hier die Daumen drücken dran. So, von Eric, und ich will es mir auch merken, und sonst sage ich immer René, also von Eric, der gar nicht René heißt, dem Ship Leader, kommt hier das Race, Min-Race, Standard, vom Cut-Off, späte Position, As-5. Der Schreiber called aus dem Small Blind, und im Big Blind, da wacht der Ballage auf, mit den Jacks. Und feuert massiv und wird vermutlich von keinem einen Call kriegen. Wahrscheinlich. Da ist As-5 recht luftig, das würde ich auch so sehen. Einmal die Kollekte entrichten, und dann geht's weiter. So, schade ist, dass wir keinen Table Talk haben. Das war's. Was hat ein Cordy jetzt für ein Steak? 4 Millionen? Ja, wäre schön, wenn wir mal vielleicht wieder eingeblendet kriegen würden hier, die Chip Counts. ein Rekord dürfte, ja, das ist so die Region, 4 Millionen. So, wir haben sogar prominente Zuschauer, Udo Gartenbach. Ach, Udo. Der Udo schreibt mir gerade, ah, das gehört hier nicht hin, was er hier schreibt, aber, ähm, ist ja auch egal. Wenn du das zu Poker, wenn er was schreibt oder sagt. So, den Table Talk kriegen wir gleich auch wieder, aber erst in 30 Minuten. Wegen Zeit versetzt. Na, wie die Jungs da aussehen, reden sie nicht viel. Ja, ist gerade überschaubar, ne? Machen wir mal ein bisschen Stimmung hier. Alles so ruhig, guck mal. Ja, da bräuchten wir jetzt so einen schönen Trashtalker. Oh, Erik. King Kongs zu Besuch im Kings. Tja. Dummerweise nur Ass 8, jetzt darf er es nicht übertreiben. Dann behält er vielleicht noch ein bisschen an der Stange. Wer sich jetzt wundert, dass beim Erik der, äh, Stapel der Platten kleiner geworden ist, liegt einfach daran, dass jetzt die brauen Platten im Spiel sind. Die, mit einer Million. Die Mios sind da jetzt im Spiel. Also der hat nicht irgendwo jetzt auf dem Weg verloren in der Pause. Wir haben hier eine 3-Bet. Also das Re-Race auf 880. Ui. Er hätte übrigens auch weniger spielen können, ne? Das ist jetzt genau das Doppelte von dem Race. Es wäre aber auch weniger gegangen. Es wäre nämlich auch gegangen auf 680.000 hätte er racen können. Nur die Differenz zwischen dem Blind und dem Race, das war, er hat um 240.000 geracet. Und auch nur um 240 müsste er weiter racen. Ja, hier wird es nur spannend, wenn wir den Turn sehen und der Turn eine 6 ist. Oder ein Ass. Es wird gesetzt, dann wird gefoldet. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, weil es wird jetzt auch die Conti-Bet in den Millionenbereich gehen. Da wandert vielleicht also 800, 900. Schätze ich auch. 800 und ein bisschen Schmalz obendrauf. Ja, das Paket sieht doch schnuckelig aus. Das Interessante ist bei den Jungs, die machen ja alle Farben rein. Ja, immer schön bunt durcheinander. Ja, ja. So betten wir aber auch. Einmal Jamaika-Flagge oder einmal Deutschland-Fahne-Biet betten. Ja, der Eric sieht da ganz entspannt aus in der Nummer. Der Marcel findet das jetzt nicht so toll, was da gerade passiert. Hat die Betzer ist hier ganz ganz gut gewählt, denke ich. Das ist schon wirklich dann ein Hero Call. Ja, okay. Ja, schon. Kannst du vielleicht all in gehen, wenn du keine Stack hättest. Ja, er wird einen Call kriegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und Eric stapelt wieder ein bisschen, nachdem ja ein bisschen Chips und Platten weggekommen sind, weil er geracet wurde und die Millionen-Plugs kriegte, sammelt er weiter, damit der Stack wieder so ist wie vorher. Habt ihr eigentlich eine Statistik, wie viele die Leute sich immer wieder zurückkaufen? Wie hoch der Anteil ist? Bei den Re-Entries heute im Main Event, ganz genau. Das wissen wir ganz genau, wie viele die machen. Das wäre interessant. Also jetzt nicht eine Statistik, also wir können am Ende des Tages sagen, so und so viel Starter plus so und so viele Re-Entries. Und ich... Glauben, dann waren es 80 Re-Entries bei 214, ne? Und dann 80 Re-Entries, dann kommen wir bei 316. Ja, also es wird, denke ich mal, so ein Drittel der, ein Viertel der totalen Entries werden wahrscheinlich Re-Entries sein. Ich hätte ja wesentlich mehr getippt. Ja, das kann auch hier noch ein bisschen mehr sein. Bei anderen Turnieren würde ich so ein Viertel ungefähr schätzen. Da kommen so bei 400 Entries so nochmal 100 Re-Entries drauf. 400 Starter. So, der Appalasch hat hier kein Interesse. 8,4 beim Simon macht ihn auch nicht wirklich glücklich. Und aus dem Small Blind müsste er da auch viel zu viel nachlegen. Kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Vielleicht ist 8,4 seine Lieblingshand und er überlegt deswegen. Nein. Ich habe da schon die verrücktesten Sachen gehört. Ich habe mal neben einem gesessen, der hatte auf dem Unterarm den Todestag seines Hundes. Sobald er 3,9 hatte, war der All-In. Das war auch egal, wenn vorher ein All-In ging. Er war immer All-In mit 3,9. Egal was, der ist gegen Asse gerannt in einer Tour, sackt natürlich dann auch jedes fünfte, sechste Mal aus. Aber wenn er die Hand hatte mit der Erklärung, dass dann sein Hund verstorben ist an dem Tag und dann, ich glaube es waren 9,3, ich bin mir nicht ganz sicher, da war der Schmerz befreit. Ich vermute, er hat auch mit 9,3 gewonnen. Der hat auch mit 9,3 öfter mal gewonnen, keine Frage. Und zwar sehr eindeutig, dass er sich das gemerkt hat. Da bin ich sogar sicher. Aber ich glaube, er wird mehr damit verloren haben, als gewonnen. Ja, aber die Erinnerung, die hält einen immer wieder an diese Hand. Das ist doch das Interessante, welche Spieler Lieblingshände haben. Ich habe auch eine Lieblingshand. Komisch weiß ich nicht, absolut nicht. Ne? Ne. Also ich habe eine Lieblingshand und die spiele ich im Cashgame allerdings auch anders als im Turnier. Ich spiele also am allerliebsten 10 Bubus Hutet. Das haben viele übrigens, das ist als Lieblingshand. Aber das war beim Limit Hold'em mein größter Pot, den ich irgendwann vor zwölf Jahren das erste Mal einen gigantischen Pot gewonnen dabei, beim Limit Hold'em, wo man ja normal nicht so viele Pötte, so hohe Pötte gewinnt. Aber es waren halt alle Spiele am Tisch drin. Ich floppe Nutz und es bleibt bis zum River Nutz. Und ich kriege halt einen massiv großen Pot. Ja, und seitdem finde ich den ganz gut. Aber fairerweise muss ich sagen, ich glaube, wenn ich gegen Asse renne, spiele ich noch lieber 6-7 suited. Also wenn ich Asse habe und mein Gegner zeigt mir 6-7 suited, ist das grauenhaft. Wahrscheinlich ist das auch nur Einbildung, aber das ist so übel. Man rechnet natürlich erstmal mit Assen nie mit, damit das man ausgesackt wird. Also erstmal gewinnt man ja immer. Tut man natürlich auch nur jedes fünfte Mal, also vier von fünf Mal im Normalfall. Aber so 6-7, das sind dann so ganz eklige Kartenkombinationen. Die zwei Paar und die Drillinge, die er treffen kann, ist ja eine Sache, aber die Straßen und die Flasch, die dich dann ärgern, das ist schon nervig, finde ich. Ja, aber nicht, dass du trotz, wenn du wüsstest, dass du gegen 6-7 spielst, würdest du trotzdem all-in gehen? Ja, Wenn ich weiß, dass mein Gegner 6-7 hat, gehe ich all-in, weil ich bin ja erstmal vorn. Ganz genau. Alles super. Danach, klar tut das weh, aber trotzdem ist die Entscheidung richtig. Aber ich sage es halt, gegen Asse bist du ja erstmal, also Asse sind ja erstmal gegen alles vorn und dann, wenn ich es mir aussuchen kann, Könige will ich da nicht haben. Na gut, 20 Prozent. Ja, aber die will ich dann nicht haben, Könige. Da habe ich lieber 6-7 suited, da habe ich wenigstens noch ein paar Optionen, irgendeinen anderen Mist zu treffen. Oder 3-5. Ja, oder 3-5 in Herz. Das ist Bombe. Genau. Call ruhig, ist egal, ob du Asse hast, ich habe 3-5. Ich kann hier schon 3. Wäre da wieder getroffen gewesen. Jetzt haben sie beide wieder nichts. Wer anspielt, gewinnt. Und das ist der Job für einen Chip Leader. Und wenn man 10 Millionen hat, dann kann man das schon mal so spielen. 400 spielt er. Hast du eigentlich die Information, wer das Auto gewonnen hat? Also, ich habe sie jetzt nicht hier, aber die gibt es, die Information, klar. Weil das, das wollte ich auch spielen, habe ich leider nicht geschafft, weil ich immer am Main Event saß. Wenn du natürlich auch nicht ausscheiden willst aus dem Main Event, dann bleibt der Side Event nicht mehr über für dich. Aber da war richtig, da brannte die Luft. Ja, können wir nachher mal den Klaus fragen, der wird das uns beantworten können, den Dr. Klaus Dietze, der für diese ganzen Sachen hier verantwortlich ist. Also, ich weiß nur, mein Sohn war im Side Event ja bis auf Platz 18 vor. Ja. So, er suchte die letzten zwei Tische und da waren dann wirklich noch richtig bunte Spieler dabei, die das Auto gespielt haben. Also, wenn ihr das jetzt nicht hört, weil er gerade kein Mikro hat, der Ilja sagt gerade seinen Sohn. So, dein Sohn, der war noch unter den letzten 18 im Side Event. Der ist am Ende 18. geworden, hat dann auch eines der Pakete jetzt für dieses Wochenende gewonnen. Der hat jetzt gerade um 12 Uhr auch angefangen, das 1C im Main Event zu spielen und da waren wirklich richtig gute Spieler dann noch dabei. also, dafür, dass er zum ersten Mal an so einem richtig großen Turnier teilgenommen hat, war das für ihn auch eine super Sache. Und hier ist er natürlich jetzt total hin und weg. hier mal in so einer Atmosphäre zu spielen. Ja, zu gewinnen gab es da einen Hyundai i10, ne? Genau. Ja. Der stand auch vorne schön immer in der Halle. Und den hat irgendeiner schön abgeräumt. Könnte jetzt mal gucken. Klaus Dellmann grüßt hier im Chat Karl Friedrich. Ja, also, der Name, den Namen habe ich. Ja. Das Siegers. Da hat gewonnen ein Jörg JD Demand aus Elmshorn. Herzlichen Glückwunsch. Der fährt jetzt Hyundai. Der fährt jetzt Hyundai. Was für den Wert? 17, 18? Ja. Dann wird er kosten. 15? Kannst gar nicht sagen. Ja, 15.000 wird er kosten. Ist auf jeden Fall ein Neuwagen gewesen. Ja, ja. Das ist richtig. Vor zwei Jahren hat es einen Kamerad von uns aus Düsseldorf gewonnen. Ja. Der Robert Solbach, den ich hiermit grüßen möchte. Ich habe ihn hier an diesem Wochenende noch nicht gesehen. Aber wenn er noch, wenn er zu Hause ist, dann wird er sich mit Sicherheit den Stream hier anschauen. Weil der ist normalerweise eigentlich auch jedes Jahr hier gewesen. Aber wie gesagt, ich habe ihn hier noch nicht entdecken können. Wie übrigens, ja, ich mal grüßen möchte alle anderen aus der Poker-Bundesliga-Community, die jetzt an diesem Wochenende nicht hier hingekommen sind. Aber es sind ja auch Turniere innerhalb der Poker-Bundesliga an diesem Wochenende. Und da wird natürlich auch Freitagabend, Sonntagmittag fleißig gespielt. Und viele werden bestimmt jetzt zuschauen. Grüße an überall hin. In Leipzig, in Ulm, in Stuttgart, in Düsseldorf. Und natürlich auch im Ruhrgebiet, wo viel gespielt wird. Ja, es sind ja auch richtig viele von euch hier. Also genau habe ich die Zahlen nicht. Aber es wurde zwischen 200 und 300 davon gesprochen. Ich glaube, dass es sogar mittlerweile noch mehr sind. Weil ich habe eben, heute Vormittag, als ich hier über die Straße kam, zum Frühstück, da wahnsinnig viele Anreisen sehen, die vorne an der Rezeption standen, die alle aus unserer Ecke kamen und von der Poker-Bundesliga sind. Und ich glaube... Hier sehen wir gerade übrigens mal Average. Es geht jetzt richtig zur Sache. Denn selbst die, die gute Stacks haben, haben jetzt nur noch 18 Big Blinds. aus außen ganz vorne weg, da fliegt der Eric Ehrenrunden ums Ganze hier. Der Valerie verabschiedet sich. Wir bedanken uns bei dir und wünschen dir gleich für Tag 1D ganz viel Erfolg. Und morgen Finaltisch, dann sprechen wir wieder. Ganz genau. Bis dahin. Vielleicht sehen wir uns nachher noch am Tisch. Mal gucken. So, hier guckt der Tassilo mal ein bisschen rein. Aber bitte nur einmal reingucken, Tassilo. Auch immer ganz busy hier. Setz dich. Und wir haben hier vom... Ich gebe dem Tassilo mal kurz das Mikro. Ja, gerne. Vom Stefan haben wir hier einen Call vom Dealer Button. Finde ich nicht gut. Wenn es ein Call dann wirklich ist, so wie es hier angezeigt wird. Nein, es ist ein Race und dann finde ich es gut. As 10 und er schnappt sich die Blinds und... Du bist ja streng, Stefan. Ganz streng, weil er macht das die ganze Zeit und er macht danach noch was viel Schlimmeres. Danach zeigt er jedes Mal seine Karten. So, also kleine Pokerschule. Udo Gartenbach anrufen. Der erklärt ihm, wie das funktioniert. Udo Gartenbach, der casht nämlich auch in letzter Zeit ständig. Der guckt, hört uns nämlich auch gerade zu. Ja, servus Udo. Sei gegrüßt. Und der wird ihm auch erklären, warum er die Karten nicht zeigen darf. Und das, dieses er hat vorhin ein paar Mal rumgelimpt und so. Das ist... Das gibt... Der Erik Schibli, das macht er auch ganz gern. So ein bisschen rumlimpen. Ja, ein bisschen Abzüge in der... In der B-Note, aber ganz massiv. Bei Erik muss ich sagen, Preflop ist da noch sehr viel Luft nach oben. Nach dem Flop muss ich sagen, da spielt das gut. Also da macht er schon mehr richtig als falsch. Preflop ist da oft ein Gelimpe bei gewesen, was ich nicht so lustig finde. Ich glaube, er hat uns irgendwo zugehört. Ja, er muss ja... Er hat uns zugehört. Er hatte ja auch eine Pause, und dann hat er ja mit seinen Kollegen Rücksprache gehalten. Genau, und die haben alle gesagt, wir auf mit dem Rumgelimpe. Jetzt Racer-Vierer. Azjek bleibt dabei. Das ist alles unspektakulär, Standard. Und der Herr Palasch am Button, der hat auch anständiges Spiel gezeigt. Kann man nicht anders sagen. Der will hier auch noch mal dabei sein und guckt mit dem Suited Baby erstmal rein. Und dann verleitet das natürlich im Big Blind den Marcel. Der bleibt da garantiert bei mit Dame 10 Suited. Das ist so eine schöne, ausbaufähige Hand. Und prozentual sogar vorne. Das könnte man ja auch mal squeezen. Ja, ist aber risky. Du spielst gegen einen Open Race vom Shibleader, der halt einmal Call sagt und sich nicht interessiert, ob du das gut oder schlecht findest, weil da geht ihm gerade ein Drittel seines Decks flöten. Kann man natürlich machen. Da wird es dann für den Shibleader auch schwierig zu callen. So, einmal buntes Gemüse. Und plötzlich ist der Shibleader mit seinen Vierern vorn, obwohl er zwei Overcards hat. jetzt ist normalerweise so, wer anspielt, wird hier wahrscheinlich gewinnen. Es sind keine spektakulären Draws oder sowas draußen. So, der Shibleader sagt, komm hier, 1,2 Millionen. Beim Pot Size von 2 Millionen genau die richtige Size. So, und jetzt haben die alle ein Riesenproblem, weil der Erste hat das schwerste Problem, der hat noch zwei hinter sich und nichts in der Hand. Ja, und der Letzte hat auch nichts in der Hand. Zwar kein hinter sich, aber da geht es trotzdem weg. Alles richtig gemacht in dem Fall. Er hat Preflop das Open Race gespielt, das kann alles sein. Der kommt doch mit dem Chipstapel nicht mehr hinterher, der Marc. Ja, die haben wir eben schon mal gewechselt und ein paar Millionen Plugs da reingebracht, damit er überhaupt wieder seine Karten angucken kann. Aber, ich kann euch sagen, in den nächsten Viertelstunde, 20 Minuten wird es hier nochmal eine ganz spektakuläre Hand geben. Ja, da freuen wir uns doch mal drauf. Jetzt kommt erstmal die letzte Hand in dieser Blindstufe und dann wird es ein bisschen teurer. Und zwar kostet es zur Zeit noch 100, 200.000, Ante 20 und danach machen wir schicke Rundesummen 150, 300 und Ante 30. Ja, sie sind jetzt halt richtig unter Druck. Jetzt kommen sie natürlich massiv unter Druck, weil jetzt eben hatten sie im Schnitt so 18 Big Blinds, abgesehen vom Chipleader, der war natürlich weit weg. Jetzt, wo die Blinds hochgehen, wird das natürlich massiv weniger. Jetzt sind sie gleich irgendwo in Richtung 12 Big Blinds wahrscheinlich oder so. Und da wird die Range der Hände, die hier in die Mitte gehen, dann auch massiv größer. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt gleich mal ein bisschen knallt hier. Oben rechts in der Ecke sieht man ab und zu mal die Ein wahre Prophet dieser Stefan. Das ist ja Wahnsinn, ne? Eigentlich bin ich Wahrsager in Wirklichkeit, aber da wird man so schlecht bezahlt als Wahrsager. Und hier kriege ich es noch umsonst Essen. Fantastisch. Das ist super, ne? Ja, und es ist auch schön, 600 Kilometer Anreise bei Schnee und Regen und nur um hier mit dem Tassilo ein bisschen Fernsehen gucken zu können. So, wollen wir mal hören, ob da draußen schon Leute über uns lästern. So, Udo schreibt auch wieder Servus zurück. Der ist wieder dabei. Hier haben wir von Elke Freche. Schöne Grüße aus dem Harz. Na, du wirst wahrscheinlich auch richtig Schnee da jetzt haben. Tobias sei du unverschämter Kerl. Sei gegrüßt. Ja, also wenn ihr wundert, wo wir mit sprechen hier, wir sprechen hier über die Facebook Live Funktion, die den Streamer Facebook Live sehen, die können hier im Chat mit, also hier in der Kommentarfunktion ein bisschen mit uns chatten. Wir haben das hier auch mal auf. Kommen wir aber mal wieder zur Hand. Button Race ist natürlich Luxus, wenn man am Button Ass Dame findet, dann ist das nicht nur ein Standard Button Race, sondern der Hallas halt auch am Button von Marcel. Ass Dame und im Big Blind kommt dann Fold. So, das war wahrscheinlich die letzte Hand. 100, 200.000, weil sonst wäre ein Race von 500 nicht gegangen, bei 150, 300. Und jetzt machen wir mal das Ganze ein bisschen teurer. Ja, für die, die es nicht wissen, die Chips, die ihr seht, die runden, klassischen Chips, das sind 5.000 und 10.000er. Ich glaube die 5.000er sind jetzt rausgeraced worden, ja. Dann haben wir nur noch Chips, sind immer 10.000 und die schönen Platten, die Plaques, gelb 100.000. Dann haben wir so, was ist das, pink oder was ist so ein pink, rosa oder sowas, das sind die halbe Million und die bräunlichen, das ist so ein Balkon, große Million. Und da hat sich gerade der Steffen hier vorgestellt im Stream unsere Floorman aus Leipzig. Wir haben hier ein All-In für 2,11 Millionen vom Tino Simon. Ja, 8,5 egal wie viel Schiff er hat, geht raus. Und jetzt die Entscheidung für die Dreier. Und schon gefallen. da ist es drin, alle sind so ein bisschen short, also gucken wir mal. 3 Wege All-In Das ist 2 All-In und der Schreiber called mit König 10 suited. Jetzt kann man drüber diskutieren. Ist das ein guter Call? Was sagst du? Weiß ich nicht, wie ich da so wohl fühle. Die Hälfte seiner Stacks ungefähr, ein bisschen mehr als die Hälfte seiner Stacks. Aber gegen 2 hast du halt dann gleich mit sehr drawlastigen Hand. Und Zack die 10 macht ihn zur Zeit erstmal ganz schön glücklich. So, jetzt hat er auch noch ein Second Nuts Flashtro dazu und ein Gatscho zur Straße. 88% zwei Leute rauszunehmen. Das ist schon der Hammer. Aber auf dem River kommt ein Ass oder eine 3. Nicht die Straße. Double Seed Open. Das nennt man totale Vernichtung hier. Wahnsinn. So schlägt es ein. Zwei Shorties mit einem rausgenommen. Schlechteste Hand Preflop. Und ich hole unsere zwei neuen Interview Gäste. Ja. Danke dir Tassilo. Dann sind wir noch zu viert. Timo Simon und Van Dammel waren jetzt raus. Stefan Schreiber ist raus. Stefan Stefan Schreiber nimmt jetzt langsam ein bisschen Tuch Fühlung oder auf jeden Fall geht er mal in die Richtung vom Erik der mit 41 Big Blinds immer noch einsam an der Spitze liegt. 26 gefolgt von Stefan und Cord und Marcel die sind an der Grenze des roten Bereiches und der Average Stack liegt auch nur noch bei 22 Big Blinds das heißt jetzt muss hier was passieren. Also sollte der Erik Förster gewinnen wäre es zum ersten Mal wenn ich das richtig in Erinnerung habe dass der Chip Leader zu Beginn des Final Tables auch gewinnt. Ja das habe ich damals als ich meinen allerersten großen Final Table in Las Vegas spielen durfte war ich auch massiver Chip Leader und das war so über Nacht ging das am nächsten Tag wurde erst der Final Tisch gespielt und dann habe ich gesagt ich sei Jungs Null Chance wenn ich Dritter werde bin ich schon happy weil Chip Leader die gewinnen nie die Turniere aber auch das hat geklappt Wunderbar Welches Turnier war das? war während der WSOP in Vegas das war ein Megastack im Caesars Palace 300er Buy-In und war ganz nett Schön Ja Ja wir können eh immer nur einen Ja Da kommt der Tim Tino Simon rein Hallo Tino Erstmal meinen Glückwunsch Warte Tino Du musst das Headset von mir kriegen sonst verstehen die Leute dich nicht So der Tino ist gerade hier Hallo erstmal Hallo Ja meinen Glückwunsch zum 5. oder 6. Platz Ich weiß gar nicht 6. 6. Ist es geworden Ja ist natürlich schade dass es jetzt nicht weiter von der Struktur dass man nicht mehr so viel Luft hat Ja die Blinds waren jetzt sehr hoch Ich habe eine halbe Stunde gesessen nach der Pause ohne irgendwas 2 Millionen hingeben müssen Okay Das ist immer eine schwierige Frage wenn man gerade ausgeschieden ist Aber wie hat ihr mal Ich meine das ist so eine Nebenerscheinung dieses Ausscheiden Irgendwann passiert es Gewinnt nur einer am Ende Wirst du an ganz anderes denke ich als an einem normalen Pokertisch Ja etwas aufregender aber es ist eigentlich sehr schön eine gute Atmosphäre war nicht ganz so locker beim normalen Poker wird dann noch mal mehr gelacht Das merkt man es wurde nicht ganz so viel Trashtalk und so gab es nicht Das ist wirklich alles sehr verhalten und versuchen da gut rüber zu kommen Aber ihr kanntet euch schon so ein bisschen untereinander aus Leipzig Ja so direkt also dann nur noch so gegen Ende also direkt mit den Jungs hatte ich eigentlich über das ganze tun über die zwei Tage nur dann die letzten zwei Stunden drei Stunden zu tun Und wenn du so einschätzen würdest wer ist der stärkste Spieler außer dir natürlich am Tisch Naja der Chip Leader ist sehr verhalten er spielt seine weiß nicht ob er das noch durchbringt oder ob er noch auf eine Konkurrenten stößt Jetzt hat der Stefan Schreiber jetzt ja durch diesen Doppel Bust Out natürlich mal ein bisschen Tuch Fühlung aufgenommen wobei das immer noch massiver Chip Lead ist den Hörungswürdig ist weil er limpte einfach viel zu viel das gar nicht geht aus Position wo es gar nicht geht und nach dem Flop viel richtig macht muss man einfach sagen auch dann wenn er es nicht hat oder wenn er es hat spielt er schön durch Preflop fehlt mir da einfach das Min Race das permanente als Chip Leader also ich würde als Chip Leader gar keine Hand limpen außer ich habe vielleicht mal Asse die würde ich einmal limpen ums den Nummer 1 zu hauen wahrscheinlich ich muss mir das mal im Fernsehen angucken es ist halt immer dieses limpen ist eine brandgefährliche Geschichte auch wenn die blinds so hoch sind jetzt ist natürlich gerade wenn man so ein stack um 16 big blinds hat oder auch 13 15 da wird es natürlich schwierig noch zu raisen und dann sagt man sich naja möchte ich jetzt mit dreiern alles unterbringen oder gucke ich doch nochmal auf set value da was zu machen ist verstehe ich auch alles ich hatte Asse 5 ich war mit Asse 5 aggressor die 3er sind reingegangen gut berechtigt aber König 10 weiß ich nicht ob ich da unbedingt mitspielen wie sagen wir so schön ein luftiger call ja viele Ideen der war schon recht kreativ der call so hier haben wir jetzt auch nichts ganz spektakuläres Asse ja trifft Asse hat nur den Buben gut den hat der andere natürlich auch wir gucken uns aber die turn cut an die ändert erstmal nichts keine weiteren draus dazugekommen so jetzt ist es natürlich auch so auch als chipli da muss man jetzt nicht mit biegen und brechen jede hand durch prügeln weil natürlich irgendwann der gegner mal was getroffen hat und weiß dass du immer ballerst dann aber er feuert weiter was in diesem fall funktionieren könnte aber gucken wir mal das sind die beiden big stacks die jetzt gerade miteinander spielen und er hat halt nur bottom pair am flop getroffen aber er ist noch nicht fertig mit der Nummer so es ändert jetzt nicht wirklich was außer dass der eric gar nix hat außer ass hoch so jetzt so sieht er aus wenn er es nicht hat und blöffen will das müssen wir uns merken vorhin haben wir gesehen wenn er die feuchste feuer hat wie er aussieht und so hin und her machen wir noch ein bisschen feuer 1,7 millionen oder 1,8 sogar das will die dame verkaufen könig dame irgendwas verkaufen was auf jeden fall stark ist und das ist für den gegner jetzt schon wieder eine richtig unangenehme situation wenn er daneben liegt ist er nämlich plötzlich im short stack bereich andererseits wenn er callt und tatsächlich den blöff aufdeckt dann ist er plötzlich chipleader ganz ganz wichtige hand gerade das habe ich geahnt dass er weg speist ja Tino wir danken dir auf jeden fall mal dass du hier reingeschaut hast ich danke euch ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei der bauker bundesliga bedanken dass ich es überhaupt erleben durfte 6. von 918 ist gar nicht so schlecht und beim Herrn Dr. Klaus Dietze und beim Tassilo möchte ich mich ganz herzlich bedanken dass ich überhaupt und das Kings Casino natürlich auch dass ich das erleben durfte ich bin zum ersten mal heute hier beziehungsweise gestern angereist und heute und morgen muss heute nachmittag schon wieder weg ich kann gar nicht das Main Event hier spielen weil ich morgen wieder arbeiten muss das ist nun mal ja Arbeit geht vor aber du scheinst ja begeistert zu sein aber es ist wirklich hervorragend es lohnt sich für jeden mal hier herzuschauen das hören wir gerne auch für kleines Geld kann man hier viel Spaß haben jeden Tag das ist nicht hier Casino da muss man großes Geld mit einstehen ankommen darf man muss man ein hervorragender Service und alle freundlich und super muss ja auch mal gesagt werden vielen vielen Dank wir wünschen dir eine gute Heimreise komm gut nach Hause Dankeschön bis dann ciao ja der Tino hat mir vor Beginn erzählt dass er bei der Oper in Dresden arbeitet war das Dresdner Oper ja Entschuldigung Leipzig Leipzig auch schön in der Leipziger Oper im Bühnenteam beziehungsweise ja da wird wohl dann morgen eine Aufführung sein dann muss er da ran ich war in beiden Opern noch nicht ich war mit meiner Frau letztes Jahr über dieses lange Wochenende in Dresden wir machen einmal im Jahr eine Städtetour da gucken wir uns Deutschland an das sollte man wirklich mal machen es ist wunderschön jetzt haben wir den Table Talk wieder sehr gut Wahnsinn und da haben wir auch eine Führung wir haben keine Aufführung geschaut sondern eine Führung gemacht sogar Nacht das war so eine Nachtführung da waren tausende Leute die in verschiedenen Gruppen da durchgesteuert wurden also die Sempo Oper sich zumindest mal anzuschauen ist schon sehr interessant ist ja auch weltberühmt man lernt viel was beim Wiederaufbau dass da vieles fake ist also das was als Marmor aussieht ist gar kein Marmor das kann ich jetzt hier mal verraten aber es sieht echt die blöffen die blöffen ohne Ende da jetzt haben wir aber den 5 Platzierten der kann zumindest lachen den Sascha hier ich gebe mal das Headset wieder weiter damit wir den Sascha auch verstehen hallo okay das passt schon du hast ja auch nicht mehr viele Chips du erhoffst dir ein 50-50 gegen einen Spieler genau dass da noch einer hinter dir callt war jetzt nicht der Plan das war nicht der Plan aber er war auch etwas luftig unterwegs ich war zufrieden also mit meinem Spiel unterhalb hatte ja schon Glück mit Dame 9 vorne mit der Straße auf dem River war schon lucky war nochmal eine Verlängerung aber war eine gute ganz ohne Glück geht die Nummer auch nicht durch da wird man auch nicht an dem Finaltisch gekommen sein da wird auch vorher mal irgendwann mal muss man mal die Lackbox auspacken ja hab ich in Leipzig schon gut geflippt und so ja das gehört dazu gehört dazu und jetzt mit den 3ern war es halt so aber irgendwann muss es rein also absolut da war man wie viele Big Blinds waren das noch 13, 11 genau irgendwie in der Breher und der Erik der stapelt und stapelt und der macht es ja dadurch nicht einfacher ne ne hast du schon also das ja auch ein Package gewonnen hier fürs Kings wohnst dir ja gegenüber wahrscheinlich im Admiral ja im Admiral da kann man gut wohnen zur Zeit ja ähm hast du schon Main Event gespielt? wollen wir dann 17 Uhr einsteigen? ah wunderbar und dann schauen wir mal einer der Gründe übrigens warum wir heute so früh angefangen sind damit halt die Spieler die nur zum Beispiel heute angereist sind überhaupt noch die Chance haben dann heute Abend noch in das 17 Uhr in den letzten Heat einzusteigen ist richtig ja machst du da halt nochmal Finaltable ähm ja eventuell aber es ist ein taffes Feld finanziell schon mal ja aber wenn du da Finaltisch schaffst bist du finanziell schon mal äh ist richtig schöner Plusnummer auf jeden Fall wir werden sehen bin erstmal happy und bist du das erste Mal im Kings? ne im Kings war mir schon öfters ah ok kennst du das ja schon genau du kommst aus ich hab's hier sogar stehen irgendwo aus Klaurau wo ist das? bei Zwickau bei Zwickau Zwickau kam nicht dazwischen das sagt mir was ich darf da in letzter Zeit immer herfahren da die Richtung tschau so was haben wir hier Top Pair gegen Mittel Pair und da ändert sich auch erstmal nichts der Herr Förster der ist nicht nur Schipleader sondern der hittet auch ganz gut ne ja das ist ja das was äh uns viele gesagt haben ähm die ihn ja auch in Leipzig schon am Tisch hatten dass er da also dann auch immer fantastisch trifft aber das ist belegt ja eigentlich deine äh Beobachtung dass er halt vor dem Flop äh von seinem Spiel her gefällt er ja nicht ja auch nicht so hundertprozentig aber nach dem Flop macht er ja dann schon vieles richtig also das muss ich wirklich sagen selbst wenn er nicht trifft ne ja er ist aber auch zwischendurch hat er mal dann sehe ich auch Brieflop macht das dann auch okay aber am Anfang hat er mir einfach zu viel gelimmt obwohl er so viel Chips hat ja viel zu wenig Druck den Gegnern auch viel zu viel Optionen gelassen sich Flops anzugucken und ähm ja wenn ich halt Schipleader bin und vor allen Dingen so massiver Schipleader bin dann äh mache ich wenn die Blinds so massiv hoch sind äh dann ja dann gibt es da nicht so wahnsinnig viel umsonst zu sehen da muss man schon ein bisschen dafür bezahlen klar kriegt man dann zwischendurch mal einen auf der Nase das gehört dazu aber man rasiert sie ja auch dann schön langsam ab die anderen man man grindet langsam den Stack runter jetzt kommt er langsam wieder in die Stapel heran die er vor der Pause hat ja nur dass jetzt auch eine Million Schips dabei sind eine Million Schips dabei sind bis die auf seinem Niveau dann sind also die beste Konstellation die er jetzt haben könnte wäre alle drei gehen all hin und er braucht nur Danke sagen das äh dann hat er immer noch 51 Big Blinds wenn das schief geht und der der die Hand gewinnt ist dann sein Head-Up Gegner das wäre ja jetzt ein Traum ja aber egal wir sind übrigens beim EPSC Man-Event Tag 1c mittlerweile bei 607 Entries ja geht doch ja vielleicht werden es doch noch zweieinhalbtausend am Ende ja mein Kollege der Daniel hat auf zweieinhalb getippt ich war bei 2,2 da kann ich gleich mal fragen wie war denn letztes Jahr welcher war der stärkste Heat der 1d oder 1c 1c wahrscheinlich also wir hatten letztes Jahr tatsächlich einen Heat also oder einen Flight wie auch immer also einen Startakt wo wir die Tausender Marke geknackt haben da waren irgendwie 1000 30.000 das war dann der um 12 Uhr also der jetzt ich vermute dass das der 1c war und der 1d hatte dann glaube ich ein bisschen weniger 800 oder so es war auf jeden Fall unglaublich was hier jetzt war ja letztes Jahr war ich leider nicht hier ich habe mir aber erzählen lassen da wurde wirklich jeder Tisch Pokertisch der noch irgendwo verfügbar war aufgestellt irgendwo und es wurde in den Gängen gespielt und alles ne wenn noch einen Tapeziertisch zu finden gewesen wäre hätten sie den gerade auch noch gespielt das haben wir ja aber in was war das? oh er sagt gerade es war doch 1d der ah ok dann müssen wir uns nachher noch auf einiges verfasst machen ja ist noch nicht durch die Nummer nur jetzt haben wir eine in letzter Zeit ist meistens der 1c immer der stärkste wenn an einem Tag zwei Starttage sind aber das ist ja mittlerweile von der Organisation her fast bei allen größeren Turnieren mittlerweile hier so das ist Donnerstag, Freitag und dann zweimal Samstag ist ja nicht immer es gibt auch teilweise nur einmal Samstag Donnerstag, Freitag 1a1b das ist eigentlich Standard und Samstag dann kommt es drauf an wenn es diese mega großen Events sind um es ein bisschen aufzusplitten da gibt es dann teilweise einen frühen Heat also um 12 Uhr und einen späten halt um 17 Uhr 1d 1012 höre ich gerade letztes Jahr letztes Jahr ja du musst also auch nochmal 1d gleich spielen ja machst du noch machst du noch ein paar Re-Entries zwei Stück G ja ich knabber ja immer noch an meinem Ausscheiden von letzter Nacht weil die drei Entries haben wir schon fest eingerechnet ja ok sonst kommen wir nicht auf die 1000 aber jetzt mal ich weiß nicht wir haben uns ja eben schon drüber unterhalten wie hättest du gestern entschieden es war Level 16 4000, 8000, 1000 Ante ich habe es die Counter noch 20 Minuten ja ich weiß ja dass so bei 15, 18 Minuten wird gesagt Clock stoppt und dann noch vier Hände so und ich habe 92.000 Chips ich habe jetzt ausgerechnet wenn ich jetzt nicht mehr spiele gehe ich mit 70.000 in den Tag 2 nächsten Tag geht es mit 5000, 10.000 weiter finde aber die Buben nein brauchen wir nicht drüber reden brauchen wir nicht drüber reden schade du wirst du auch wahrscheinlich nur von wenn du 50 Leute fragst irgendeinen betrunkenen Menschen finden der sagt nee ich hätte es gefoldet und wäre dann nochmal mit 8 Big Blinds im nächsten Tag leider hat einer nach 10 Stunden Poker eine Idee mit 10, 7 ja das ist halt kreativ die Idee muss man haben ja im Flop eine 10 auf dem Turn die dritte 10 das war es und da habe ich mich dann schon ein bisschen geärgert als ich hier über die Straße ins Hotel gegangen bin oh wir haben ein Rollin mit den 10ern ja eben hatte er noch gut Chips dann hat er sich einmal mit dem Eric angelegt und schon ist er ein bisschen dünner und schon sind es nur noch 260 2,6 Millionen aber ich glaube hier die anderen Hände können das nicht callen oder das ist schwer auch Förste das würde ich jetzt auch wahrscheinlich nicht callen er muss 2 Millionen nachlegen mit 7,8 das ist schon das ist schon sehr loose aber er hat schon Lust das sieht man ihm an also Bock hat er drauf aber ein bisschen genervt also ich habe auch das Gefühl dass in der Pause er sich mit seiner Entourage irgendwie besprochen hat dass die ihm gesagt haben jetzt räum den Tisch hier mal auf wir wollen zeitig essen ja das kann natürlich sein ja weil er spielt ja schon nach der Pause etwas aggressiver als vor der Pause ne vielleicht hat er gehört wie gut das Restaurant vorne im Kings ist der ist da dran vorbeigegangen hat die guten Filet-Steaks da gesehen oder was es sonst noch alles gibt aber das Buffet-Restaurant ist auch sehr gut das machen wir jetzt also es wird nicht richtig richtig gut geworden wir wollen auch nicht verhehlen es war zwischendurch mal so la la aber seitdem das neue Ding hier aufgemacht hat ja zunehmen tun wir ständig das ist normal hier aber es war so la la früher und jetzt wo das neue Buffet ist ist es wirklich um Längen besser geworden sie haben jetzt Pizza permanent im Programm sie haben so Sweeties so irgendwelche Süßigkeiten wenn das kleine Kuchen sind oder so wirklich alles eine gute Qualität da kann man echt nicht meckern klar gibt es natürlich immer noch Sterne-Restaurants wo es was Besseres gibt das wird es aber immer auch auf der Welt geben ja aber wenn ich hier ins Kings komme und habe das Buffet im Endeffekt für lau ja dann alles durch die 10 Euro Eintrittspreis alles abgegolten ich glaube da kann man sich echt nicht beschweren rund um die Uhr und alkoholfreie Getränke Kaffee, Tee, alles dabei rund um die Uhr und selbst Alkohol ist ja nun wirklich vom Kurs her ich trinke jetzt selber keinen es hört sich witzig an, mache ich wirklich nicht aber das ist für kleines Geld zu kriegen und wenn man dann doch mal sich was gönnen will dann geht man vorne ins Restaurant und kriegt da ein Spitzenessen das ist wirklich der Hammer für einen Preis wo man ja bei uns zu Hause wahrscheinlich nur eine einfache Pizza irgendwo kriegt da kriegt man also ich sag mal hier so ein Filetsteak kostet hier um die 20, 21 Euro das ist aber wirklich aller allerfeinst klar kriegt man das bei uns auch aber das hier ist wirklich wie von einer Sterneküche und nicht umsonst haben Highroller wie Igor Kurganoff gesagt das wäre das beste Essen was er jemals in einem Casino gegessen hätte wir haben hier mal wieder ein All-In aber keine ja der Schreiber versucht jetzt die sich die verlorenen Chips wieder zurückzuholen mit etwas wie das hier im Spiel aber auch legitime Hände das war jetzt jedes Mal ein großes Ast was er da reinstellt aber irgendwann hat der Erik dann die Callhand die Pocket 2 die DAX wo wir gerade hier über Skings sprechen wir haben ja wenn wir hier einmal draußen ums Gebäude gehen sehen wir ja die großen Kräne es wird ja viel gebaut wir haben ja darüber in Leipzig vom Chef persönlich ja auch schon einiges gehört es nimmt ja weitere Formen an du hast gerade schon angesprochen die Restauration ich kannte die Saison ja noch nicht weil er zuletzt vor zwei Jahren ist hier und das ist ja schon vergrößert worden modernisiert worden jetzt wird das Hotel noch nebenan gebaut und ich glaube das Casino und Poker Bereich wird dann auch nochmal damit vergrößert genau wir kriegen dann ein größeres also ein neues Casino dahingestellt wenn ich glaube ich richtig informiert bin 1850 Quadratmeter die Zahl schwebt mir irgendwie vor da sollen auch glaube ich nochmal 40 Pokertische rein und natürlich so ein American Style Casino der große Pokerraum wird einfach nochmal dahingestellt daneben und da kommt Casino rein so muss man sich das vorstellen dann wird das oben alles natürlich umgebaut hier dann kommt das große Hotel 218 Zimmer ich will nichts Falsches sagen 18 High Roller Suiten oder so VIP Zimmer oder so also es sind auf jeden Fall ich glaube 18 so super Luxus Suiten sodass dann auch hier Promis wie was weiß ich Phil Helmus, Negriano sich wirklich wohlfühlen dürfen wo aber auch normal Spieler rein können gar keine Frage aber 218 Zimmer es wird einen Wellnessbereich geben mit einem Swimmingpool mit verschiedenen Saunatypen Massagen werden da angeboten es wird großen Ruheraum geben es wird ein Gym geben ein Fitnesscenter sodass man auch also das sind eigentlich die Sachen die auch gefehlt haben und wenn ich richtig informiert bin bitte nagelt mich nicht fest ich glaube irgendwann Ende August das war mal so das habe ich nämlich auch gehört in Leipzig das da wurde sogar Anfang Mitte August gesagt ja also irgendwie so ist der August angepeilt als große Vorbereitung auf das was uns hier im Herbst erwartet World Series of Poker kommt ja dann wieder ins also jetzt haben wir sie erstmal im April hier World Series of Poker Circuit Event Serie und dann kommt die im Herbst nochmal die Circuit das zweite Mal und direkt im Anschluss wenn die zu Ende ist kommt die WSOP Europe erst gibt es Ringe zu gewinnen und anschließend dann diese schönen Bracelets also wer Zeit und Lust hat sollte sich jetzt schon im Zimmer bemühen ja kann man immer an die Hotel Hotline schreiben findet man alle Infos generell immer auf www.pokerroomkings.com da gibt es dann auch eine News Sektion wo man die täglichen Ergebnisse abfragen kann Ankündigungen für Turniere und so weiter jetzt nehmen wir gerade nochmal den Chip Count also Erik ist weiterhin massiv die vorne 18,2 Millionen die anderen müssen jetzt irgendwas machen wir haben auch nur noch anderthalb Minuten in diesem Level ha jetzt habe ich gesehen sie hat die Kartenmischmaschine benutzt tatsächlich Franzi ok bei nur noch 4 Spielern sitzt ohne was zu tun da ach ne jetzt sowieso aber da ging gerade die Kartenmischmaschine der Deckel auf so hier wird ein bisschen gecounted Van Damme ist all in mit Ass 4 und Erik möchte hier mal wissen um wie viel geht es ja wir haben ja die letzte Hand bei 150.000 300.000 jetzt rechts oben sehen wir wir sind in der letzten Minute dieses Levels und dann geht es schon auf 200.000 400.000 mit 40.000 Ante also die müssen jetzt was machen mit 2 Millionen Chips ja sie können sich dann nicht rumschubsen lassen weil dann muss er nachher kommen weil es zu wenig ist was er reinschieben ne nee wäre voll 8-3 brauchen wir uns nicht weiter darüber Gedanken machen und Palusch ist begeistert von der Hand 7-2 aus dem Off höre ich gerade hier wie kann man so eine berühmte Hand wegschmeißen hat er natürlich recht ich kann da nichts gegen sagen immer rein mit der Marie sagen wir ja man muss aber wissen wie der Leon hat damit ja das 50k naja nicht gewonnen aber hat einen Riesenpot bei dem 50.000er Super High Roller gespielt das war eigentlich so ein Ding wo Wasser floaten also sprich am River wollte er wahrscheinlich blöffen und plötzlich am River kommt ein Gatschert und naja die Straße na gut das sind so Unfälle die passieren da gingen genau die gleiche Menge Chips rein wie auch so oder so reingegangen werden nur diesmal hat er sich über den Call gefreut der war übrigens nicht einfach weil der dauerte 11 Minuten beim Gegner bis der dann endlich Call gesagt hat das sind eine Menge 11 Minuten 11 Minuten war schon eine ziemlich lange lange Zeit die er da warten musste aber ziemlich legendär und Leon hat es ja auch erklärt warum 7-2 bei 3-8 4-9 oder 3-7 lacht kein Mensch drüber bei 2-7 finden sie das alle lustig und deswegen macht es doppelt so viel Spaß außerdem ist das auch immer gut für die Grundtemperatur am Tisch das heißt die Chips danach die werden einem dann meistens mit Zinsen immer noch zugeschoben ja so langsam läuft der Countdown für die Herrschaften die noch um 17 Uhr hier starten wollen in 1D beim Main Event drei Stunden ab der noch hier ins Kings zu kommen das ist gemütlich zu schaffen mit der Late Registration sowieso noch mit der Late Registration könnt ihr noch um 8 Uhr das Fernsehprogramm am Samstagabend gucken bis 10 Uhr und euch dann auf den Weg machen also wenn ihr jetzt natürlich 600 Kilometer Anreise habt solltet ihr jetzt mal langsam losfahren aber auch dann schafft ihr es noch ist kein Problem dann könnt ihr auch Teil dieses Mega Festivals werden was hier abgeht und dann geht es nach Hause wenn ihr Glück habt Sonntag tief in der Nacht oder Montag wird richtig vitaler du hattest eben Udo Gartenbach erwähnt ich habe Udo dieses Jahr leider nicht in Leipzig getroffen weil er dort wohl verhindert war nicht konnte ich weiß nicht ob er uns noch zuhört ich glaube aber aus einem Grund nicht da er hatte Angst vor euch als Spielern das mag sein obwohl er letztes Jahr meine ich im Kopf zu haben eigentlich ganz gut gespielt hat ehrlich wir sprechen über Udo ja richtig du bist ganz sicher nein weil ich unterhalte mich ja mit ihm dann immer sehr gerne über Fußball und ich wollte ihn jetzt halt über diesen Weg ich bin ja in Leipzig diesmal nicht dazu gekommen fragen wie schneidet sein HSV denn dann dieses Jahr ab keine Witze über den HSV ich bin auch HSV ja das ist ich mache ja keinen Witz ich habe ja nur gefragt wie schneidet denn der HSV dann in diesem Jahr ab weil ich ihm ja seit vier Jahren prognostiziere dieses Jahr sind sie fällig also ich habe sogar Wetten laufen also mit einem Freund von mir der gesagt hat HSV steigt ab und habe ich gesagt okay du kannst mir im März dann die Summe um die wir gewettet haben schon mal geben weil dann ist der Abstieg schon technisch nicht mehr möglich Respekt und ich glaube ich bin auf einem ganz guten Weg weil das Positive daran ist es ging nicht mehr weiter nach unten wir waren schon da wo nichts mehr ging es geht nur noch nach oben und ich glaube jetzt so die letzten Spiele wurde es dann langsam ein bisschen zivilisierter da oben ich drücke die Daumen aber ich glaube nicht dran ich bin halt Sympathisant nennen wir es so Udo oder auch Jan-Peter Jachtmann das sind richtige HSV Fans die auch im Stadion wahrscheinlich sind und so und ich kann es mir einfach nicht vorstellen und außerdem möchte ich auch den ganzen Hatern nicht die Genugtuung geben dass die dann endlich die Uhr da abstellen für mich bricht dann vielleicht auch keine Welt zusammen aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was dass die im Chat hier ein bisschen durchdrehen können da ist zu wenig Traffic da haben wir einen All-In und einen Call ja die Buben sind All-In und der Schreiber callt mit Ass 3 wir suchen einen Head-Up Gegner für Eric da ist noch einer drin aber irgendeiner der jetzt mal so viel Chips hat dass es auch mal wieder weh tut bei Eric ja da gibt es einmal die Faust das ist fair also Udo sagt übrigens der HSV wird Zwölfter Ass und Bube Eieieieieieiei Straße geht noch Backdoor Flasch geht auch noch Udo da gehen wir War ein Erz zum Sweat? Nein Nee das ist tot tot ja den sehe ich nicht mehr ja und da haben wir den Schreiber den wir eben eigentlich noch als vielleicht den Head-Up Kandidaten gesehen haben eigentlich jetzt schon der ist noch nicht raus ist noch nicht raus hat noch ein bisschen aber jetzt muss er die nächste Hand wahrscheinlich auch schon fast wieder reinstellen aber wenn Udo sagt Udo sagt der HSV wird Zwölfter oder Vierter Zwölfter oder Vierter? ja ja er hat jetzt nicht geschrieben von hinten von vorne also da bin ich mir nicht ganz sicher ob das Viertletzter oder Zwölfter wird aber Udo ist natürlich ein Profi was Fußball betrifft und Poker ja auch und wenn der Zwölfter sagt kann ich mich also Zwölfter würde ich mit unterschreiben das schaffen wir lieber Udo ich nehme die Wette an wenn du nächstes Jahr nach Leipzig kommst schöne Flasche Rotwein bin ich bereit ja ja da kriegen wir ihn immer mit bin ich bereit zu spendieren unten in der Bar weil ich sage mehr wie Platz 16 ist dieses Jahr nicht das wäre ja wieder Relegation genau weil ich möchte ganz gerne das braucht doch keiner das braucht keiner und zwar geht die Relegation dann gegen Hannover 96 sein damit es auch ein bisschen spannend wird im Norden das wäre doch mal da aus der Gegend Hannover ist ja nicht so weit weg von mir und ich musste mir schon wie die Hamburger dann in die Relegation mussten die zweimal und sowas musste ich mir von denen alles anhören ich war ganz lieb als die Hannoveraner abgestiegen sind habe ich nichts Böses geschrieben dankt mir heute auch keiner sie erhitzen trotzdem weiter nee ich habe so das Gefühl die fangen sich jetzt und ja zwölf ist glaube ich realistisch also vier ähm ja nee glaube ich auch nicht ich glaube dieses Jahr ist ja der Bundesliga alles möglich ja also ich fand es ja schon mal also ich bin jetzt kein Bayern Fan ich bin kein Bayern Hasser und auch nichts mit den anderen ich habe es eigentlich mit gar keinem irgendwie nicht gut oder nicht gut aber ich fand Leipzig hat es ein bisschen spannender gemacht ja das war halt ja die haben da schon eine ganz gute Performance geliefert bisher da sind jetzt wieder die Dreier die sind relativ häufig heute ja die sind auch mal sehr beliebt bei den Spielern habe ich so das Gefühl Vierer gehen da auch mal in Magdreier das ist ein Race natürlich wir sind auch bei den neuen Blinds glaube ich ja 200.000, 400.000 40.000 Ante und das hat schon gereicht ja ja wenn man so die Stapel jetzt sieht dann sind Platz 7 und 8 jetzt eigentlich irgendwie die Heads-Up-Kandidaten der Marcel Van Damme und der Erik Förster wobei du hast es ja eben schon mal gesagt Stefan Kort Palac hat uns eigentlich bisher fast schon am besten gefallen an diesem Tisch aber der Korte hat wirklich wenig ähm ähm Sachen gemacht wo man jetzt äh Kritik finden könnte finde ich er hat das ganz solide runtergespielt was er da gemacht hat äh er war ja mit 3,9 Millionen so Start denke ich heute wir dürfen natürlich eins nicht äh vergessen äh was wir hier sagen ist ja nun nicht äh die letzte Meinung die existiert auf der Welt ähm das kann man man darf ja gerne auch eine völlig andere Meinung haben erstmal findet Marcel hier Pocket Rockets und hat jetzt gerade so sieht er übrigens aus wenn er sich einen Gedanken darüber macht wie kriege ich alles in der Mitte und der andere sagt doch noch Call so sieht das Gesicht dann aus ja er raced es ganz normal und kriegt da auch erstmal einen entspannten Call so jetzt dürfen halt nur keine Unfälle passieren ne und noch ist er nicht da aber plötzlich ist eine 9 brandgefährlich so von Damme muss jetzt als erster sprechen und ich sage mal was würdest du jetzt machen bett wie viel hat er noch behind 3,3 da geht er jetzt auch 1,3 Millionen spielen können aber er würde es auf den Push nicht mehr wegschmeißen so und ja er kriegt jetzt keinen Call aber darüber kann man jetzt streiten ist es besser hier nur 1,3 zu spielen sich 2,2 Mio behind zu lassen ähm ne ist schon okay so wie er es gemacht hat das passt schon wir haben noch keine Antwort von Udo ob er auf die Wette eingeht aber wenn er doch so überzeugt ist davon Udo ist das doch ein leichtes jetzt einzusteigen nach wem drückst du die Daumen ich bin ja Düsseldorfer und habe 18 Jahre bei der Fortuna gearbeitet deswegen ist das natürlich mein Verein deswegen darf ich nicht so laut so viel sagen ja aber wir sprechen doch jetzt über 1. Liga 2. Liga ist das nur ja ja genau Entschuldigung der musste raus das ist vollkommen in Ordnung da kann ich mit leben ähm nein also als Fortuna mal ganz runter war bis in die 4. Liga die Zeiten gab es ja gar nicht allzu langer Zeit auch schon mal ähm da habe ich mir mit einigen Leuten dann gesagt wir müssen irgendwo Bundesliga gucken und da Gladbach, Köln, Leverkusen für uns per se schon mal nicht gehen ähm bin ich dann nach Schalke gefahren und äh es ist schon faszinierend wenn man dann einmal auf Schalke war das war damals noch im Parkstadion wir haben dann den Umzug mit gemacht in die Arena also das ist schon das ist schon faszinierend also von daher sympathisiere ich in der ersten Liga so ein bisschen mit Schalke das gleiche sagen übrigens die Dortmunder von ihrer Südtrabühne Südtrabühne ja diese Wand ne ja ja die schwarz-gelbe Westfalenstadion ist natürlich auch gewaltig keine Frage aber ich finde das Stadion ein bisschen gefährlich ja Hamburg Dortmund Berlin Hannover es gab damals mal das nannte sich Everest Soccer Challenge da hat der Veranstalteter dieser Online-Anbieter der war damals noch recht aktiv hier im deutschsprachigen Raum der hat zu einer Soccer Challenge geladen und zwar immer in den VIP-Räumen in den Arenen in den Arenen gab es dann diese VIP-Launch und da wurden dann Pokertische aufgebaut und es wurden immer welche von dem Verein eingeladen Hannover 96 war damals übrigens noch mit Robert Enke der ganzen Mannschaft da bei den anderen in Dortmund oder in Hamburg da waren dann drei, vier Spieler die haben auch mitgespielt dabei das war halt jetzt gehen die Chips rein Van Damme hat da ein Race auf 1,14 Millionen mit König 9 gemacht und Bube 9 schiebt da rein das ist völlig okay Bube 9 suited ist jetzt blöd dass er natürlich auf König 9 trifft aber Bube 9 suited mit 1,1 das sind drei Big Blinds nicht mal mehr völlig normal der Buch hat hier ein 30,70 kommt der König schon König aber Dame oder Kreuz zum Backdoor-Flash Dame macht Straße also erstmal Kreuz damit wir ein bisschen schwitzen müssen okay das hat nicht geklappt jetzt bleibt nur noch die Dame laut des Computers sind noch alle vier Damen dran naja wollen wir hoffen dass er das richtig geplant hat aber es kommt nicht Seed Open und da waren es nur noch drei so Stefan Schreiber geht auf den vierten Platz ja es läuft immer mehr auf einen Heads Up wie wir eben schon vom Marcel Van Damme und Eric Förster hinaus aber wollen mal gucken ob der Cord jetzt vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit hat da mal na gut es ist halt ein Double Up am besten am Marcel dann ist es ausgewichen dann ist es vier Millionen und hier haben wir da kommt der Stefan schon gerade noch auf dem Bildschirm schon sitzt er bei uns hier der Stefan Schreiber ja erstmal herzlichen Glückwunsch zum vierten Platz ist jetzt natürlich mit einem Lachen und einem weinenden Auge so jetzt hat er auch das Mikro Hallo erstmal Hallo ja schade es ist natürlich jetzt der inoffizielle Bubble Boy jetzt gibt es ja noch mal was für den dritten, zweiten und ersten die können ja noch mal zusätzlich was gewinnen aber ihr wart ja alle schon mal Gewinner das heißt ihr habt ja alle diese Reise hier ins Kings gewonnen jetzt erstmal meine Standardfrage das erste Mal oder warst du schon mal hier? das erste Mal jetzt und wie gefällt es dir? bis jetzt ist es recht cool ja das hört sich schon mal gut an bist du heute erst gekommen oder gestern oder? nee wir sind gestern schon angereist hast du schon ein Main Event gespielt gestern? das ist Avenger ah das Zeit Event genau und das heißt du gehst gleich um 17 Uhr rein ich gehe gleich um 17 Uhr rein und machst Final Table genau ja so ist der Plan ist nicht gut wer jetzt gesagt hätte nee schau mir geht ich fände ich blöd man muss doch positiv denken an die Sache rangehen wenn es jetzt nicht klappt dann habe ich den nächsten ja dann das ist die richtige Einstellung und was haben wir hier wieder all in und ja es ist nicht viel was er da callen muss und er ist sogar vorn das warten wir mal ganz kurz ab bevor wir hier weitersprechen ja also ich würde sagen das muss er eigentlich nachlegen meine eine Dame 9 ja da ist er drin Dame 9 King 7 ist ein knapp 60, 40 aber der all in Spieler muss erstmal noch hier im Proven noch ist er hinten und einmal jo wieder Gutshot es ist immer Gutshot für die all in Spieler ne so die 10 macht ihn glücklich zur Zeit macht ihn auch noch die Dame und die 9 glücklich 10, 9 Dame das war es nicht 10, 9 Dame und sonst sind wir Hats up bäm ne König ist jetzt blöd für Herrn Palusch damit sind wir runter und sind im Hats up so jetzt ist möglich dass wir eine ganz ganz kurze Unterbrechung haben weil sie wahrscheinlich die beiden Spieler anders positionieren am Tisch das wäre normal eventuell werden auch Chips rausgeraced derweil überbrücken wir diese kurze Pause doch einfach mal im Gespräch mit dem Stefan wir waren schon dabei dass du gleich noch um 5 in Main Event von der EPSC einsteigst genau hast du schon mal so ein großes Turnier gespielt wo es um so viel geht also Bayern ist ja eine Geschichte 175 da ist ja vielleicht auch schon mal sowas gespielt aber hier geht es halt um mindestens 200 und derzeit sieht es eher aus als ob es 300.000 Euro werden hast du um sowas hoch schon mal gespielt ne noch gar nicht und auch mal in einem anderen Casino vielleicht schon mal so ein Turnier gespielt ne auch noch nicht also bloß so mit ein paar Kumpels mal Deutsche Barstermeisterschaft aber ansonsten mal kleinere Turniere bei uns in der Nähe Leipzig das ist schon so das war es das erste Mal in Leipzig oder warst du schon öfter da ich war schon öfters dabei und das ist immer so euer Jahreshighlight genau das hat geklappt ja Bombe das ist natürlich und vorher wie weit war so das Beste bisher immer in den Vorrundern rausgeflogen in der letzte Hand ja gerade noch mal unterbringen am letzten Tag genau so und dir gefällt es hier also im Kings ja ist recht schön ganz so drumherum Luxuszimmer direkt auf der anderen Seite also Luxus hin und her ist es halt Luxus direkt am Casino zu sein na so zu sagen genau es ist ja alles hier ausgebucht ich weiß auch noch nicht ob ich 30,40 Kilometer fahren muss heute Nacht meinst du ich kann irgendwo aufs Sofa ne ja ich bin nämlich erst heute Morgen angereist und ich weiß Samstag ist halt die schlimmste Nacht da ist halt alles voll da sind sie alle da morgen wird es dann schon wieder etwas einfacher werden war es für dich was besonderes am TV-Tisch zu spielen ist das anders spielst du da noch anders oder also andere spielen würde ich das vielleicht nicht unbedingt aber es war auf jeden Fall was besonderes muss ich sagen also es war schon ein Highlight was man nicht jeden Tag hat macht man sich Gedanken darüber da draußen sitzen meine Kumpels oder auch alle die mich nicht kennen und sehen jetzt gerade was ich hier verzapfe ja sollte ich sagen ist doch denkt man drüber nach ist automatisch aber man kommt auch irgendwann das war meine Erfahrung wie ich das erste Mal an einem TV-Tisch gespielt habe irgendwann kommst du auch in so eine Art Tunnel rein dass dir das völlig egal ist und du wirklich dann fokussiert bist auf deine Gegner also das hatte ich dann auch irgendwann nach einer halben Stunde Stunde irgendwann ist das dann weg wenn du dann eine ganze Zeit wieder keine Karten kriegst kommt das vielleicht wieder das ist eine andere Geschichte weil es ist ja doch recht hell an dem Tisch recht warm an dem Tisch der Tisch ist auch ich glaube von der Bande ein bisschen höher aber höher und dann natürlich diese Mega-Sessel da schläft man schnell drin ein es geht mir immer so weil ich müde bin kann ich in den Sessel nicht das geht gar nicht dann bin ich fünf Minuten dann schnarch ich da ja meine Strategie war eigentlich anzugreifen am Anfang weil ich ziemlich weit hinten war hat auch gut geklappt ja war es ja zu spüren dann kam mal eine Weile wo nichts ging dann kam halt mal dass ich zwei runter genommen habe das war natürlich was hat sich da geritten bei König 10 ich hatte ganz ehrlich einfach nur ein gutes Gefühl gehabt die ganze Zeit wo ich die Karten gesehen habe dachte ich mir Mensch jetzt sind wir auf dem Big Blind mal gucken ob noch irgendjemand was macht dann kam drüben das All-In dachte ich mir gut die Hälfte der Chips gehst du mit aber da kam noch vor mir das zweite All-In dachte ich mir die hau es jetzt auch nicht weg weil da noch weniger hat dachte ich mir die ganze Zeit so das Gefühl gehabt die Reisens raus jetzt jetzt muss mal was kommen die ganze Zeit so schlechte Karten vorher gehabt ich dachte jetzt musst du es probieren dann hat ja auch funktioniert das war die entscheidende Hand die dich dann auch mal als ersten Verfolger von dem Erik dann war es mein Ziel gewesen den Erik mal ein bisschen ein paar Chips zu klauen sag ich mal aber es ging dann doch nach hinten los ich hätte doch einfach nur erstmal ein bisschen erwartend sein da ist der Lukas im Bild der macht noch ein paar Fotos vom Heads Up Erik Förster mit 49 Big Blinds ein bisschen mehr als 2,5 zu 1 Schip Lead gegen Marcel Van Damme aus Berlin das ist ein Stadtkampf Berlin gegen Dresden so jetzt ist im Heads Up natürlich das ganze Spiel ein anderes jetzt muss man viel viel mehr Aggressivität aufbringen und wirklich starke Heads Up Spieler sind halt sehr sehr viel am Raisen mit Any Two Cards Position ist hier immer alles wobei sie natürlich auch das Spiel auf dem Gegner ein bisschen ausrichten müssen wenn er natürlich sehr passiv ist wird er runtergegrindet schön langsam ausgeblindet dann muss man halt irgendwann auf den All-In-Push halt auch mal seine 3,5 oder was man da so alles raced dann mal folden ja klarer Favorit natürlich derzeit immer noch der Erik aber ein Double Up eine wilde Hand und der Marcel wäre sofort vorne so er macht das hier richtig hier wird nicht rumgecallt oder? doch so wird doch rumgecallt so 6er Treffer ist mal vorn und das ist im Heads Up schon richtig viel wert aber Erik er spielt erstmal seine Chips und hier wird angefeuert was geht halben Pott standard hier in dem Fall wir kriegen schon wieder ein bisschen Besuch hier und zwar dürfte das der helft mir weiter Cord Palasch hier haben wir mal einen anständigen Pott zusammen die 3-Bet mit Ass 9 so was machst du damit ein 6er Treffer also Erik spielt es da schon richtig aggressiv das also wenn es durchgeht ist ja die Welt in Ordnung und er ist jetzt ja nicht so wahnsinnig stark unterwegs der Marcel es könnte also gut funktionieren was er da macht schon mal also das finde ich schon mal schön gleich die erste 3-Bet im Heads Up in der ersten oder zweiten Hand hier ja stehst du da wir sagen eine kurze Hose Holz gewährt hier wischt du hast halt doch nur die 6 so was macht er jetzt Münze schmeißen ist auch eine Taktik er hat all in gepusht wow ok jetzt ist kurze Hose Holz gewährt bei Erik aber ist schon tough gutes Ding also jetzt hat er richtig gelegen aber der Erik wenn nicht der Erik da könnte man ja mal callen und hinten kommt noch ein entspanntes Ass oder eine 9 raus und schon ja was schreibt ihr denn im Chat wollen mal gucken schreibt ihr da irgendwo noch hat er nicht gecallt ich weiß warum ihr nicht schreibt bei der Livestream gerade läuft doch wieder dieses Video ist zu Ende er hat gecallt ne ihr guckt hier den Livestream immer noch das wäre jetzt der Hammer wenn es wirklich zwei Minuten bevor bevor der der vier nach den vier Stunden dann irgendwie aus ist so noch alles gut für Marcel jetzt kommt der Nutt Flashtrohr noch hinzu ruckzuck sitzt 11 outs und das ist ein 75 25 was passiert hier drin macht es ein bisschen spannend und aua nein nein nichts passiert es geht weiter das waren schon ganz schön viele Outs Stefan erstmal vielen vielen Dank dass du noch reingeschaut hast bei uns hier ja klar bitte bitte drück dir die Daumen für ein Main Event gleich und wie gesagt morgen dann wieder Finaltisch sprechen wir wieder ja das denke ich mal auch mach schauen was geht alles klar bis dann Dankeschön ciao so wir bitten den drittplatzierten den Court Palasz hier an unseren ja heißen Stuhl sag ich jetzt mal und dann gebe ich dir auch direkt das Headset damit man dich auch draußen verstehen kann und wir schauen uns dabei live noch das Headset an so hallo Court nichts verraten wir sind eine halbe Stunde nicht spoilern ähm ja jetzt hast du es bis zum dritten Platz geschafft das ist ja erstmal ganz schön weil da gibt es ja wenigstens noch ein bisschen was extra also du bist jetzt nicht einer der ohne noch weiteren Gewinn nach Hause fährt sondern du hast noch mal ich glaube 200 Turnierticket drei Übernachtungen im 4 Star hier ne und die beiden sind plötzlich gleich auf der Marcel ist sogar minimal mit einem Big Blind Fond ne also erstmal Court Palasz Court ist ja erstmal kein Standardname wo kommen die Wurzeln her? von meiner Mutter irgendwo ist da was Englisches mit drin? äh das ist eine Geschichte wo ich geboren worden bin ist ja schon ein bisschen länger her da hatte ich eine äh Rhesusfaktor Unvertretlichkeit war kurz vor dem Abschnitt nach der Geburt und normal sollte ich Mario heißen und dann meine Mutter gesagt nee nee soll einen harten Namen haben Court und losgeblieben ok gut dann hätten wir das auch schon mal wieder gesehen ne ich fange aus der Jugend ähm ja also ähm du könntest natürlich jetzt annehmen dass wir das zu jedem sagen der hier reinkommt war mir schon klar aber er wird es bestätigen dein Spiel hat uns ziemlich gut gefallen das freut mich das war nicht meine größte Sorge dass ich hier voll am Abkacken bin nein was uns nicht also was mir persönlich nicht so gefallen hat war am Anfang der Call nee nicht von dir generell von den anderen das viele rumgelimpen das geht halt gar nicht ne und da merkst du dann und dann darf man sich halt auch nicht wundern wenn man dann von Leuten hört ja ist ja Sachpreisboker und so das ist natürlich so das Schlimmste was du machen kannst rumgelimpen du hast null Informationen und das hast du halt nicht gemacht klar kann man auch mal limpen das ist ja ne es gibt auch Hände die man einfach mal aus gewissen Positionen limpen muss aber von einem Button als Chip Leader kann ich nicht limpen ist völlig egal ob ich da 2,3 habe oder gar nichts weil entweder ich reese blöffe oder ich reese weil ich es habe aber sonst spiele ich die Hand wenn ich seine Chips gehabt hätte wenn ich seine Chips gehabt hätte fairerweise müssen wir jetzt aber zu wir sprechen gerade über den Erik Triflop hat es mir gar nicht gefallen was er gemacht hat Postflop fand ich gar nicht schlecht er hat da schon konsequent eine Linie durch ja ich sage es mal so aber es war aber auch durchsichtig ich habe einmal glaube ich gesagt wenn ich jetzt 7-2 wegsehe da hätte ich da lag eine 7 auf dem Board mit dem kleinsten Kicker ich habe der 2 jetzt nicht gesehen aber ich hätte wäre mit der 7 sicherlich vorne gewesen war jetzt meine Einschätzung ich habe jetzt die Hand nicht gesehen da war ich glaube ich ein Big Blind und da hat er einmal geraced auf doppelt ein Big Blind und das habe ich gecallt und das Board ist ganz trocken runtergekommen an sich für ein Big Blind hervorragend und da spielte er gleich hart an konnte ich nicht callen aber hätte ich nur ein kleines bisschen davon getroffen dann wäre alles reingegangen und ich gehe mal von aus er hat er geblüfft und das hat er auch ziemlich spät erst gemerkt dass er mit seinen Chips da was erreichen kann so wir haben Ass 4 all in aber kein Call ja also wie gesagt Postflop habe ich da noch Luft nach oben gesehen ähm ne ähm Preflop habe ich da Post Luft nach oben gesehen nach dem Flop war das ok was er da gemacht hat ähm bei dir hat es mir eigentlich ganz gut gefallen haben wir gesehen du hast Preflop hast korrekt geraced auch von der Size her gerecht weil es macht natürlich keinen Sinn da drei Big Blinds bei 120.000 wenn alle Short sind zu racen die gleiche Info kriegst du auch für zwei Big Blinds und vielleicht noch ein 10.000 aber das war auch ein schmerzlicher Erfahrungsprozess das habe ich ich habe da geschrieben dass ich mal dritter äh fünfter geworden war und das war so da habe ich mit Ass 10 da hatte ich 4 Millionen Chips gehabt da waren die letzten 6 oder 7 gewesen und da habe ich dann halt 500.000 geraced kriege ich ein All-In mit einer Million von 10 ein da kommst du nicht mehr raus 10 erhalten aber wie gesagt das war eine schmerzliche Erfahrung und die merkt man sich halt da muss man immer das ist halt dieses dieses Bad Size und immer in Beobachtung haben wir genau du musst immer fast genau wissen was der Gegner stehen hat das ist natürlich beim Full Ring Tisch ein bisschen schwieriger da musst du halt ich habe da schon ein Auge drauf aber du musst es im Griff haben hat er da 30 oder hat er 130 der sollte es schon wissen ob es 23 oder 31 sind ist egal du musst immer sehen komme ich noch raus in der Hand und ich kann jedem nur empfehlen habt einen Plan wie geht die Hand weiter die Hand hört ja nicht nach dem Flop auf theoretisch geht sie bis zum River und dann habt ihr noch zwei Bettrunden und wie spiele ich weiter und das fehlt mir dann manchmal dann überlege ich okay du spielst jetzt ohne Position die Nummer mit einer Hand die einmal von acht Mal trifft meinetwegen auf Set Value oder so was machst du du musst ja dann schon wissen was machst du am Flop wenn du nicht triffst und du triffst ja halt sehr selten und was machst du am Term auch wenn du triffst ich schmeiße sehr oft As 5, As 6, 8, 7 es seiens mal es Judel es tut mir leid dass ich sage es Judel oder Position die schmeiße ich weg wenn ich das As treffe habe ich das nächste Problem du weißt nicht ob der Kicker brauchbar ist genau aber das hat uns bei dir ganz gut gefallen und deswegen habe ich dich auch relativ weit vorgesehen gut jetzt war es am Ende ich habe gesagt der Marcel also der ist für mich habe ich von Anfang gesagt der ist für mich der stärkere Spieler also der stärkste Spieler ein paar Sachen naja gut okay ich werde es ja sehen also es waren so ne im Großen und Ganzen okay alles gut aber waren so ein zwei Sachen dazwischen wo dann auch mal rumgelimpt wurde und so und das ist halt ich überlege immer was will derjenige gerade damit bezwecken mit dem was er da macht kann es bei Final Fantasy nicht machen kannst du am Anfang des Turniers mal ein bisschen rumlippen bis zum Bucken ein bisschen lucky haben das sind vielleicht richtig wie doof tröst wenn du da mit 200 Big Blinds sitzt dann kannst du so eine Möse da machen dann bin ich auch mit 6 4 und so ein Krams unterwegs gutes Datum ist mein Geburtstag auf jeden 6 dann wird ein bisschen rumgelimpt die Nummer und so aber das ist halt naja ich muss sagen heute habe ich an sich ein Bock mit kann man auch nicht sagen Bock mit den 4ern er war zu teuer da call er war wirklich zu teuer aber er ist ein an vorher all in gegangen der Tino ein an vorher ich weiß nicht was er da hatte weil ich gesagt ich habe ihn auch als König als Dame als Bube gesetzt definitiv wo ich eine Asterrenne genau ich habe mir überlegt ich habe jetzt jetzt normal war das zu teuer aber ich habe mir nicht ich hätte auch in Leipzig mit jemandem Tisch gesessen ich habe den nicht sich so hart stark eingeschätzt deswegen war der Call hat zwar am Ende hat es ja wieder ausgeglichen das ging ja dann wieder aber ein spitzen Timing für die Asse wenn du gerade vorher geraced hast ja eben deswegen voll reingelaufen voll zwingst und dann kriegst du die Asse hinterher das ist genauso wenn du die Asse am Button kriegst glaubt sie ja auch keiner und dann ist da noch ein kleines Pocket da und bist echt wirklich am ja gut okay hat ja noch geklappt Gott sei Dank bist du das erste Mal hier im Kings oder ne ich war vor vorletzt Jahr im November da wo ich den 5. Jahr gemacht hatte das letzte zweite Mal sozusagen und spielst du in Leipzig das Finale öfter oder ist das erste Mal gewesen ne das war jetzt das dritte Mal das dritte Mal aber das erste Mal finalisch vermutlich und soja auch schon mal Tag 2 oder so ja 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 das erste Mal wo ich da war war ich 54. und beim zweiten Mal war ferner lief da ging überhaupt nichts aber das ist so ein Muss im Jahr wahrscheinlich Leipzig ne was heißt der Muss aber du mal das Problem ist ich bin in der Logistik normalerweise und da ist am Ende des Jahres Inventuren und ich kann nur nicht verstehen warum das immer mitten in der Woche ist wo ich das erste Mal da war da war das halt Samstag, Sonntag und das war richtig genial und jetzt dieses Jahr hat es auch zum Glück wieder geklappt oder letztes Jahr diese Halbgruppen Tage ist immer so blöd weil man in Leipzig auch so viel machen kann oder ist wochentags auch mal ein bisschen blöd Ja, der Tassilo steht gerade im Türrahmen kann das dann gleich weitergeben Ja, aber das Datum 28,19 ist halt das, was wir machen Das steht jetzt auch so beziehungsweise 27,28,29 und leider variiert das von den Wochentagen Ja, natürlich, klar immer kurz vor Silvester zwischen den Feiertagen bietet sich natürlich an weil sehr viele natürlich frei haben aber die Leute wie du jetzt die mit Inventuren und so zu kämpfen haben oder gibt es ja überhaupt ganz viele andere Branchen auch noch, die da nicht können im Einzelhandel brauchst du da auch nicht fragen ob du frei kriegst da hast du im Normalfall auch immer zu tun und ja, aber ist natürlich dann doch die breite Masse hat da doch eher Zeit Habe ich richtig erklärt Ich darf heute nochmal weitersprechen hier Hab das okay vom Schäffe gekriegt So, aber das Head-up muss ich sagen der Anfang war spektakulär also mit der 3 und 4-Bett-All-In und so und tralala, da ging schon was und der Erik hat jetzt das allererste Mal so ein bisschen Gegenwind gekriegt hier von Marcel und der Marcel ist ja jetzt noch vorne 14 Millionen ja, gar knapp, ne wir haben 27 total unterwegs ungefähr Wir sind ja noch richtig gut in der Zeit Wir haben übrigens die nächste Pause Pause übersprungen, ne oder kommt die von der Theorie her hätten wir aber um 3 Uhr, ne 300.600 Pause Warte, um 3 Uhr wäre eine 15 Minuten Pause ist richtig, um 3 Uhr erst und wir haben Viertel vor in einer Viertelstunde wäre eine 15 Minuten Pause damit die Jungs mal Pipi machen können Ja, das sind die Achter, das ist Standard Ja, die letzten beiden von 216 Also auch die letzten 3, das ist schon Respekt Das war das Ziel, also normal war das oberste Ziel wie gesagt Final Tale also Heads Up mit Valerie das war das oberste Ziel Hat ja leider nicht geklappt Ach, das ist dein Kumpel auch, ne Ja, das war ja nicht Zusammen auch hier Genau Ja, gut Aber ich wollte dann wenigstens Geld kommen bloß ich hab am Ende also wo ich dann wo die letzten 5. habe ich meine Fälle davon schwimmen sehen weil nämlich der zuletzt hier der 4. hat ja wahnsinnig viele Chips gehabt Da hab ich gesagt, naja gut weil die sind hier so in den Händen zerronnen und zerflossen als wenn ein Loch ein Tisch gewesen wäre die waren ja ratzfatz weg Ja Geht schnell manchmal Was hat dann erst einmal hinterher gerannt wie blöd Was hat dann ein Flaschstrau da, ne? Ich glaube Wo der immer 900.000 gezahlt hat Call, 900.000 Call Jaaaa Wo da zwei Pieken lagen das war glaube ich ein Flaschstrau Also hätte ich jetzt geschätzt Da war ein richtig Mords Pott gewesen da hat er auch richtig viel gelassen Ja, er war ein riesen Pott, den er dann am River aufgibt Genau Dann hat er einfach aufgegeben Aber was war das? War das? Ja, also ich hab ihn auf Flasch gesetzt Flop waren zwei Pieck und dann kam kein Pieck mehr Da kam ein Ass am Turn, ne? Glaube ich Ich meine, da hat der Dings-Tut-Pair gehabt Seinen Gegner Ok Was hat er denn da gespielt? Aber das hinterherlaufen Das finde ich immer so schlimm Ich bin, also ich sag mal so Ich hab auch jetzt Glück gehabt in Leipzig und jetzt auch in Feines Hebel Ich bin, glaube ich Einmal hab ich ein Flasch in der Glock und hab ihn auch gekriegt mit der Dame 9 Den hab ich auch gekriegt gehabt Das war auch billig Ich konnte mich bezahlen Aber sonst hab ich immer Angst davor wenn du wirklich so eine Dinge hast wo du tausend von Outs hast und dann wird immer weiter gebettet weil der andere schon ein Set hat Das ist... Da kommt's auch scheiße raus Also das ist echt Ja, wenn dann auch die Betzahl stimmt bist du ja auch immer committet Du musst dann ja auch Ja Zum Pod steht Und zum Geld steht Und da kann ich auch an sich von mir aus sagen Wenn ein Turnier gut läuft Dann hast du nicht so eine Interherläufer Dann läuft's Man trifft gleich gut Man spielt ein Sagt gleich ich hab was Dann passt das Wenn man noch ein bisschen Standing am Tisch hat Dann glauben das ja dann hoffentlich dann auch Ja, sind wir mal gespannt Das kann noch ein bisschen dauern hier 20 Big Blinds Average Da geht noch ein bisschen was Aber ich muss ja ein großes Lob an Franzi aussprechen Also die Top Dealerin Ja, also da hab ich auch schon gesagt Das macht's ja schon wirklich Bombe Ja Außer ich hab ja morgens um die Kante da gehabt Weil die Karten so angeflogen kamen Das war ich schon waffenscheinfähig Wie hat's dir an den Tisch da gefallen? Gut Ich sag mal so Die Hälfte kannte ich ja schon aus Leipzig Weil wir ja ziemlich den letzten Tisch hatten auf gut Deutsch Den Marcel hatte ich von vornherein stark eingeschätzt Ja, und sonst die anderen Ja Kann man mit spielen, soll ich mal sagen Und leider hat der Erik zu viele Chips gehabt Wenn er weniger Chips gehabt hätte Dann wär's vielleicht noch ein bisschen interessanter geworden Aber das waren einfach viel zu viele Wo ich hätte am Anfang hatte ja Halbstack von ihm gehabt Aber da war's Wie gesagt, weil ich nicht gelimmt habe Vielleicht die mal Lippen sollen, keine Ahnung Aber ich mach sowas halt nicht Du hast das schon richtig Ich wollte lieber ein bisschen ruhig sein lassen Dann soll ich andere die Köppe einschlagen Und am Ende war's mir wichtig, dass dann halt die Leute rausfliegen Der Marcel macht hier grad richtig Druck Und jetzt hat der Erik aber hier eine Hand Ähm Wo hier ein bisschen was passieren könnte Denn Bube Dame im Heads Up ist schon anständig All in an accord So Jetzt wird's spannend Hier geht's um die Deutsche Bracelet-Meisterschaft Wer wird der Deutsche Bracelet-Meister? Ist es Erik Förster, der hier all in ist aus Dresden? Oder Marcel van Dam aus Berlin? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui drei Outs und zwar nur ein Ass rettet ihn, kommt nicht. Also bei dem Call wäre mir die Hand abgefallen. Also ich hätte die Karten, also ne, den kann ich nicht verstehen, den Call. Bube, Dame suited, in der Situation auch gegen den Spieler kann ich nicht nachvollziehen. Auch besonders bei der Menge, die waren ja fast Pari. Du kannst mit zwei Bildern Druck machen, aber nicht den Druck wieder widern. Ah ja, gut, ich meine, jetzt kommt es auch noch an, was ich für Gegner habe. Also ich kenne genug GMS, habe alles Spiel, völlig egal, einfach Druck, Druck, Druck. Aber der Verdamme hat nicht alle, jetzt in dem? Ja, das ist ne andere Geschichte. Gut, er hat die Chips jetzt recht gehabt. Ich hätte es nicht gemacht, ich hätte gefordert, ganz souverän. Ob ich es jetzt gemacht hätte, weiß ich nicht. Also ich habe heute schlechtere Sachen gesehen am Tisch schon als das, aber auch sicherlich einige bessere Sachen. So, jetzt ist auf jeden Fall der Marcel recht short. Ja, Erik hat den Chip-Lead, den er am Anfang hatte, jetzt wieder. Und für Marcel geht es wieder von vorne los. Chip-Counts sind auch wieder gemacht. Fast keine Plugs mehr beim Marcel. Ja, 10 zu ein Chip-Lead. So, die Waybirds stehen hier vorne auch schon. Alle parat. Und wollen natürlich auch hier ihre anderen Spieler unterstützen. Hier ist es knackig warm. Schön muckelig hier bei uns. Aber sowas von dir ist bestimmt über dem Dach kein Schnee mehr. Ja, das glaube ich auch bald. Und jetzt ist ja schön kalt draußen. Stell dir das Ganze mal vor ohne Klimaanlage hier drin bei 30 Grad draußen Temperatur. Ist hier drin gegrillt. Kannst du gleich nackt kommentieren. Ja, dann hier direkt diese ganzen Rechner, die strahlen ja auch ein bisschen was ab. So, Erik, immer drauf auf den Lauf. Wisst ihr eigentlich, ob er Main Event schon gespielt hat? Ne, weiß ich nicht. Weil, wenn der so runnt im Main Event, dann ist er zweiter hinter Leon wahrscheinlich. Ich bin nur froh, dass gestern nicht das Finale war, weil gestern habe ich nur gequirlten Mist gehabt. Also, das war wirklich nicht schön. Das war richtig blöd gespielt. Deswegen habe ich auch noch mehr Bammel gehabt für heute. War so eine Tageszeit scheinbar auch geben. Ja, gehört leider dazu. König 3 hier. All in und call. Den call kann ich schon wieder besser verstehen, weil er hat Milliarden Chips. So, all in Spieler liegt vorne mit King High. King 3 suited gegen Dame 7 off. Peak wäre noch interessant für Erik. Schauen wir mal, was der Flop bringt. Nix für gar kein irgendwas. Nur Backdoor-Geschichten für Straße zum Beispiel bei 3,7. 7 nun und rein sind die Outs. Einmal net. Nur 7 oder 3 oder Marcel kann aufdoppeln. Jawoll. Double up für Marcel. Jetzt hat er mal gerade wieder 9 Big Blinds oder so. Das ist auch noch nicht der Hammer. Hier sehen wir den Frank. Richtig, ne? Frank, wie heißt er weiter? Frank Huber. Frank Huber. Die rechte Hand vom Dr. Klaus Dietze, der auch schon in Leipzig für die Durchführung des Main und auch beim Site Event auch Floor war. Natürlich nicht allein, da sind noch mehrere Floors. Bei so vielen Spielern muss man sich das ein bisschen teilen. So, jetzt könnte der Erik sagen, hups, hab's kaum gemerkt. Weiter geht's. 7 Big Blinds. Die Blinds sind auch gerade wieder hochgegangen, ne? Kann auch sein. Wäre jetzt eigentlich Pause, ne? Oder 5 vor 3. Na, dann haben wir doch noch 5 Minuten. Dann ist das doch noch alles. Jetzt haben wir hier einen Call. Im Head-Up sind die Calls, finde ich auch gar nicht ganz so schlimm. Wird zwar eigentlich mehr geraced im Head-Up, aber im Head-Up, da du ja wirklich jede Hand Action bist, kann man auch da mal einen Call einstreuen. Ganz wichtig, Position. Wo stehe ich nach dem Flop? Ja, ein Teil für den 1. All in, und Call! Das ist Dame? Dame 4, 2 Pair, 4 Giga-Gichte. Achter Treffer. Jo. Das sieht jetzt ganz stark für den Marcel aus. Redlich nöt sich das eicherchen. Uiuiuiuiui, da geht noch Big. Es sind 10 Outs. Wird dadurch die Meisterschaft entschieden. Nee. Genau. Alle wieder tiefenentspannend. Frank sitzt nur noch da. Spieler stehen lassen, ihn sitzen lassen. Ja, genau. Er macht das da. Staatlich geprüfter Bauklötze-Stapler. Oder wie nennt sich das? Ja, es tut immer ein bisschen mehr weh jetzt. Nee. So, ja, der Livestream auf Facebook. Der läuft gerade nicht. Also müssen wir da mal kurz ran und gucken. Wir bleiben derweile dabei, weil auf Livestream und auf den ganzen anderen Seiten läuft er natürlich noch. Ja, da ist es nur noch ein 2 zu 1 Chip-Lead. Schnell kann das wieder alles in die andere Richtung fließen hier. Was war Starting Stack in Leipzig? 30.000? Ich glaube 30.000, ja. Und dann gab es noch extra Chips, wenn man eine Meisterschaft oder so gewonnen hat. Tja, also eine Ante sind zwei Starting Stacks jetzt. Ja, nett. Ja, am Ende fressen einen echt die Blinds auf. Es ist kein blöder Spruch, es ist wirklich so. Ja, es ist so. Da reist man auch mit, was weiß ich glaube ich, da mit 6 Button dafür zu machen, ne? Ist halt so. Kannst du nur hoffen, dass es einigermaßen cool aussieht, dass es keiner keut. Ja. Aber ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Respekt am Tisch gehabt. Also da haben sich noch ein bisschen zurückgehalten die Jungs. Ah, du hast doch zwischendurch mal eine gute Fahrt, hast du einen kleinen Zwischensport gehabt. Ja, nach der schlechten Hand. Da habe ich mich dann wieder hochgeschlafen, also das war ganz angenehm. So, wer möchte den Pot haben, der muss jetzt einfach mal anspielen. Vorzugsweise ist es ja der, der Position hat. Sprich, der Marcel würde ja profitieren. Aber wir haben Erik öfter jetzt schon gesehen. So, wir müssen jetzt mal Rady hier den Kollegen ranlassen. Der stellt wieder alles hier bei Facebook online. Also Geräubi ist was anderes hier. Ist kuschelig hier. Oh ja. Ach, ein bisschen stehen ist auch mal schön. Aber anscheinend haben sie sich entschieden, keine Pause zu machen. Sinnvoll. Kein alter Mann. Wobei, ne, wir haben immer noch vor drei, ne? Jetzt geht die Zeit gar nicht mehr rum. Man, wir sind ungefähr 677. Jo, 677. Und noch 6 Level Late-Dreck. Da geht noch was. Die Halle dürfte jetzt mittlerweile ganz lecker aussehen. Dann gibt es ja nachher noch einen kleinen Side-Event heute, aber der zweite Starttag. Und da könnte man auch eigentlich mal alle Plätze in der großen Halle besetzen. Ja. 1,2. 1,2. Gigaflop 2. 1,2. 4-Fol pas. 1,2. ja stimmt so wir sind bei facebook auch wieder live drauf mit teil 2 ja facebook unterbindet die verbindung nach vier stunden wir haben ein all in und ein call dreier gegen a7 das ist ein klassischer coin flip 46 53 das eine prozent was fehlt das ist die splitport wahrscheinlichkeit die wirklich recht überschaubar ist hier aber klar kann natürlich ein karo flasch zum beispiel dahin kommen oder ein peak flasch mit alle karten höher als drei oder straße oder so weiter und noch ist der marcel vorne mit den dreiern der auch alles oder 76 aus der teil der zeit jetzt kommen noch ein paar autos dazu nämlich die achter 78 oder wir haben wieder einen neuen chip leader und es kommt beim der drilling jetzt ist marcel vorne und frank kann sich wieder an den chips bedienen warum nehmen sie jetzt eigentlich nicht größere chips warum tauschen jetzt nicht aus ich meine die ganzen zehntausend mal dazu zehn bisher bild im kopf ja auch normalerweise wenn sie einmal gestapelt sind muss es ja auch gehen ja stimmt hier kommen ante 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 kommt zu besuch ganz genau so einmal acht millionen dazu sprich jetzt hat er zwei zu ein chip die theoretisch würde ich sagen so die wette steht übrigens nach mit udo gartenbach läuft ja liebe udo dann freue ich mich auf die wunderbare flasche rotwein die ich dann zwischen weihnachten und neujahr ich hoffe du kannst dann auch diesmal ansonsten sehen wir uns dann vielleicht mal wieder im kings hier soll es auch tollen wein geben oh ja die ganz tollen dicken kabinen stehen da vorne also diese diese weinkühlschränke also dann werden wir auch hier was finden udo ne also danke dafür dass du die wette angenommen schau mal was draus wird ah udo du kannst ganz beruhigt sein das wird eine easy nummer für dich im märz bist du durch mit der nummer dann können die nicht mehr absteigen ich habe ja nicht gesagt dass die absteigen ich habe gesagt dass die 16 ja ok auch das werden sie dann nicht mehr na gut sagen wir Ende März da kommen schon die ersten Kompromisse okay jetzt haben wir wieder all in und call all in und call jetzt mal andersrum jetzt ist mal der Eric vorne und Marcel mit As 9 läuft hier hinterher all in Spieler noch vorn mit Achtern dann wollen wir mal gucken was die Franzi da umdreht die 9 und die wird reichen zur deutschen Bracelet-Meisterschaft wenn da nichts mehr passiert ja das war keine 8 2 Outs oder Marcel van Damme aus Berlin ist der deutsche Bracelet-Meister für das Jahr 2016 im Jahr 2017 und bam herzlichen Glückwunsch Marcel van Damme aus Berlin deutscher Bracelet-Meister 2016 2017 fair shake hands hier mit Eric und der starken Kampf geliefert hat es bleibt dabei dass der Chip Leader nicht gewinnt nicht gewinnt aber so hatten wir es bis jetzt immer und jetzt können wir auch endlich sagen was wir hier die ganze Zeit sehen die beiden stehen hier nämlich schon auf jeden Fall der eine den Eric habe ich nämlich schon gesehen der runner-up zweiter wir bedanken uns erstmal beim Court aber absolut es war super dass du da warst super gespielt vielen lieben Dank wünsche dir viel Erfolg hier ja wir sehen uns bestimmt draußen du spielst ja nicht mehr du hast ja gesagt du musst fahren ne ne das war der das war der Kollege eben ah das war der Kollege er spielt du spielst dann viel Erfolg ja ich drück die Daumen alles klar danke sehr so dann holen wir erstmal den runner ab genau den Eric einmal Eric nimmt Platz ja gerade noch dann auf dem Bildschirm jetzt schon hier bei uns ich geb dir mal eben das Mikrofon so Eric ja von mir erstmal erstmal versöhne ich meinen allerherzigen Glückwunsch danke schöne Performance die du abgeliefert hast ich war persönlich zwischendurch ein bisschen Zwiegespalten ich bin da immer ganz ehrlich Preflop sah ich da noch ein bisschen Verbesserungsbedarf nach dem Flop hast du ziemlich stark gespielt finde ich am Anfang war mir das ein bisschen zu viel Gelimpe dafür dass du Schipleader warst da hättest du noch mehr Druck machen können ja das hat mir auch gerade gesagt also das war das war das Einzige nach dem Flop hast du wirklich geile Sachen gemacht schöne Bluffs gespielt Conti Bad Size hat gepasst da gibt es wüsste ich jetzt wer da meckert der ist selber schuld das hat gepasst außerdem der Erfolg zeigt es ja auch am Ende ist das natürlich klar da sind es dann einfach mal ein zwei Hände man flippt ein bisschen rum und wenn dann der Marcel ein bisschen besser geflippt hat okay das sagt jetzt nichts über die Spielstärke der Spieler aus da hat es halt mal ein bisschen besser gefunkt aber prinzipiell du hast diesen Job Schipleader angenommen und auch eigentlich nach dem Flop immer gut durchgezogen nachher hast du dann ja auch ein bisschen mehr mal gerast und so da war dir bewusst jetzt ich muss hier Druck machen und die Bad Sizes hat eigentlich immer gepasst da war nichts überzogenes wo wir gesagt haben hey wie kann der jetzt vier Big Blinds racen das ist ja völlig Banane das hat alles gepasst bist du das erste Mal hier im Kings jetzt? ja das erste Mal im Kings und wie gefällt es dir hier? also es ist eine tolle Atmosphäre muss ich sagen hätte ich nie gedacht in so einem großen Casino hier mal zu sein wirklich toll ist schon gigantisch wenn die große Halle komplett voll ist ja also ich saß ja gestern Abend mit hier in dem Side-Event dabei und das war schon krass dort hast du schon Main-Event gespielt? ne das mache ich dann später noch um 17 Uhr ja so wie es bei dir zur Zeit läuft kann ich Leuten nur empfehlen kauft Shares bei dem jungen Mann da geht was ist so immer auf die die auf den Lauf haben immer setzen wie fühltest du dich am Tisch? ich meine erstmal als Chip-Leader ist es ja eh schon ein bisschen angenehmer als bei den anderen aber war es angenehm da zu spielen? also ich sag mal bis zum Head-Up war es sehr angenehm ja ok Head-Up bis dahin hat ja auch alles wunderbar funktioniert aber der Marcel hat halt nicht locker gelassen der hat es auch auf jeden Fall gut gemacht und wie gesagt das erste Mal dass ich bei so einem Turnier überhaupt dabei bin und ich denke dafür war es ganz ok die Platzierung ja also es hat nur ein einziger besser gemacht bei dem ganzen ja eben von der Seite war es wahrscheinlich ziemlich gut nein also ganz großes Kompliment von 916 Spielern hier an 2. Platz gemacht du kriegst auch nochmal 200 Euro Turniergutschein glaube ich ja ich glaube und 3 Übernachtungen im Einzelzimmer direkt hier am Casino 4 Star immer was wert setz es anständig ein es gibt tolle Turniere hier permanent auf jeden Fall und ja ich hoffe eigentlich dass das dann nachher noch so gut läuft dass wir morgen Abend nochmal das Gespräch führen können ich hoffe doch wenn du wieder Runner ab bist dann haben wir alles falsch gemacht weil dann hätten wir uns jetzt 50% sichern müssen an dem jungen Mann ja ganz viel Erfolg später vielen vielen Dank dass du noch reingeschaut hast kein Problem und jetzt hören wir uns noch den Marcel an der ist nämlich auch ganz da dann vielen Dank und schönen Tag noch Tschüssi dann ciao so die bauen hier alles sammeln ein bisschen Chips ein haben sie Fotos schon gemacht ja wenn er Zeit hat so jetzt betritt der deutsche Bracelabmeister 2016 da stehe ich mal für auf mein Glückwunsch saubere Leistung da stehe ich auch für auf Marcel nimm Platz du kriegst natürlich jetzt auch sofort das Headset damit wir ihn auch verstehen ja ok so von allen da draußen von mir vom Kings ja für alle für die ich sprechen kann hier allerherzlichen Glückwunsch saubere Leistung Dankeschön erster Platz gegen 915 Gegner durchgesetzt 918 sogar ja offiziell waren es 916 egal ich gönn dir sogar 990 es macht den Kohl nicht fett nein war super aber geile Performance jetzt war ja der Erik die ganze Zeit ziemlich weit vorne das muss man auch sagen der ist euch zwischendurch so weit enteilt dass eigentlich nur noch gefragt wurde wer spielt denn gleich gegen ihn Headsup du warst es und du konntest es im Headsup umdrehen du warst ja zwischendurch ganz short hast es gedreht das Ding hast das Momentum auf deiner Seite gehabt wir brauchen nicht drüber reden dass da auch mal ein bisschen Glück muss da mal was halten oder man muss halt mal treffen das waren 50-50 Chancen die da unterwegs waren völlig legitim 3er reinzustellen völlig legitim mit Ass 9 zu callen also das sind alles Sachen das ist Headsup das ist Standard das ist ABC wann hast du denn so für dich gedacht okay das könnte jetzt tatsächlich noch gut klappen naja ich habe ja Erik sag ich mal schon beim Spielen also ich habe versucht ihn ins Headsup zu bekommen ja also ich wollte vorher mich nicht mit ihm anlegen und im Headsup war ich eigentlich schon der Meinung habe ich ja gemerkt im Laufe der Spiele auch schon in Leipzig dass er spieltechnisch sag mal ein bisschen schwächer ist sag ich mal und im Headsup habe ich es dann deutlich gemerkt sag ich mal da war mir eigentlich klar da war natürlich der Rückschlag mit Ass 10 du Dame aber ja ich denke das ist dann ziemlich gut gelaufen ich habe es ihm auch gerade eben gesagt Preflop fand ich ein paar Sachen also diese Rumlimperei am Anfang die ziemlich viel gemacht wurde fand ich verhältnismäßig schwach man darf auch mal ruhig mal Kritik anwenden denke ich dafür muss ich sagen hat er Postflop ab und zu ein paar echt geniale Sachen da gemacht jetzt haben wir natürlich auch die Hole Cards gesehen da ist das noch einfacher zu beurteilen als wenn du am Tisch sitzt und rätselt hat er es gehabt hat er es nicht gehabt ne er hat es nicht immer gehabt er hat da auch schön seine Conti-Bets durchgefeuert mit Königtreffer ich weiß gar nicht ob das gegen dich oder gegen den Court war irgendwann hat er dann einmal gegen den Court ja also von Damen hatte er zum Beispiel einmal den Stefan glaube ich war das als der irgendeiner hatte Damen er called mit König Bube und das Ass kommt im Flop Ass kommt im Flop und er feuert sofort von vorne und es kommt ein Instafold mit den Damen er hat halt Luft gehabt aber das hat er schön durchgezogen da muss ich auch sagen da hat mir die Line die er da gespielt hat gefallen was ich nicht so toll fand war halt dieses viele Gelände und vor allem was gar nicht geht wenn du nur noch die Big und Small hast und du bist massiver Ship Leader dann kannst du da nicht vom Button limpen und das mit Ass 7 ich meine was für eine Erwartungshaltung hast du in der Hand wir haben gerade auch schon gesprochen ich habe ihm auch gesagt er muss sehr viel aggressiver sein zum Zeitpunkt wo er vier Spieler waren hat er glaube ich 12 Millionen oder so und eigentlich muss er fast jede Hand waisen muss er uns richtig unter Druck setzen wenn du da einen Benni Spindler oder irgendein Highroller sitzen hast aber nicht dass du trotz er spielt seit drei Jahren Poker dafür hat er es super gemacht also er hat auch wie gesagt ich war vom Postflop super begeistert du warst super begeistert ich war wirklich erstaunt dass das wirklich so gut gefunktioniert hat da hat er nicht viel falsch gemacht die Batsizes haben gepasst oft hast du gerade bei wenn wir es Rookies nennen wollen einfach mal dass die Batsizes nicht passen dann wird überzogen geraced vier BB ich habe sechs BB hier am Finaltisch letztes Wochenende gesehen oder es wird Pod Size angespielt wo auch halbe Pod Size ausreicht es muss ja immer ein bisschen zum Verhältnis der Chips die er und die ich habe und die Pod Size muss ja alles das Ganze muss ja passen da hat er jetzt nicht so große massive Fehler gemacht dass ich die gesehen hätte das hat ganz gut gepasst zwischendurch hat man ein paar wilde Sachen gesehen am Tisch die schon ein bisschen crazy waren okay die hatte jeder irgendwie mal zwischendurch dabei aber es ist natürlich auch so manchmal hat man einfach eine Idee die man da verfolgt und dann wird die einfach durchkreuzt durch das Board oder durch den Gegner der was völlig Verrücktes macht es ist ja nicht so ab und zu will man einen Float spielen das heißt du callst am Flop mit der Intention am River blöff ich dich sowieso aber ich tue jetzt erstmal so als ob ich hier auf dem Flashtrauer bin was ich überhaupt nicht habe sobald er einläuft werde ich dir den so schön verkaufen ja und dann läuft er ein und dann stellt der Typ von vorne all in dann ist natürlich dein ganzer schicker Float gerade in den Bach gegangen weil dann hat der Gegner wahrscheinlich nicht den Flashtrauer gehabt also so eine Sachen können passieren aber im Großen und Ganzen muss ich sagen hat das Spaß gemacht heute der Final Table hier und lasst euch nichts anderes erzählen ihr habt da eine ganz ordentliche Performance zu liefern ja ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt wenn ich mir das dann im Nachhinein angucken kann was so passiert ist ja das Ding ist ja Ruckzuck live also von der Seite ist das dann als Replay sofort zu sehen der Lukas wird auch gleich hier hinkommen wird das dann wahrscheinlich auch auf YouTube hochladen dann ist das da auch Ruckzuck von der Seite freue ich mich drauf bin ich sehr gespannt ja du steigst gleich noch ein wo ich 9-10 die Raced habe hat er dann Ass gehabt weißt du das noch? 9-10 auf Südreich wollte ich mal was versuchen und dann hat er geholzt und dann kam Ass 3-3 der Flop ne weißt du nicht mehr ne da ist es nein da hat er es nicht gehabt ne glaube ich nicht ich glaube wenn ich richtig er hat er es nicht gehabt naja kann schon sein Bube Dahmer Bube Dahmer genau Bube Dahmer hat er da glaube ich genau Bube Dahmer gegen 19 glaube ich er war auf jeden Fall besser als ich ja er war noch vor aber da kann er natürlich nie von ausgehen so du steigst gleich noch ein wo? Main Event ne hast du schon gespielt? ne ich hab am Donnerstag schon gespielt hat nicht von sich ich bin da auch relativ ja unglücklich aber es ist natürlich also diese große Turnierform so sag ich mal in der Art hier war so das erste mal ja also normalerweise bin ich ja wirklich im reinen Amateur Poker Bereich ohne Geldeinsatz vielleicht mal ab und zu eine Spielbank ja aber ansonsten bezieht sich so alles wirklich auf Vereins Poker ja und ich muss echt sagen die Feststellung die ich getroffen habe Poker Profi an sich äh glaube ich schwer die haben ganz schön viel äh die haben ganz schön viel Leiden glaube ich teilweise ja und das ist ein Hoch und Runter ein Wechselbad der Gefühle nicht immer nur Sonne die scheint ja genau und es spielen auch nicht alle Poker da ne also nein das haben auch manche so dieses 50-50 Münze an Wand klopfen gibt es auch dazwischen genau aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden wenn er seinen Ball in entrichtet kann er auch spielen wenn er möchte richtig richtig genau so und die braucht man ja sonst kommst du ja nicht nach vorne naja wenn du nur gegen Fedor Holz spielen würdest wenn du da 900 Fedor Holz sitzen hast wird es schwierig dann das ist dann schon eine harte Nummer weil da haben wir auch ein paar einen Lauf von und wenn man solche Spieler so starke Spieler wie zum Beispiel Fedor oder so hat und die noch einen Lauf haben dann wird es halt ganz schwierig da noch irgendwo profitabel zu spielen ähm die sollen alle ihren Spaß haben darum geht es erstmal ähm und die die das wirklich nur machen um ja ihren Lebensunterhalt davon zu bestreiten die spielen meistens auch eher Cash Game als dass sie Turnier spielen weil Turnier hat dann doch so die Varianz und da wirklich profitabel über lange Zeit das sind dann halt wirklich ein paar natürlich gibt es da ein paar aber das ist dann schon schwierig meistens ist es so Brot und Butter ist das Cash Game und zum Spaß geht es dann ein bisschen bei die Turniere ja stimmt schon genau ja ja möchte mich auf jeden Fall bedanken also bei euch hast du schon Siegerehrung hinter dir? ne die machen wir ein bisschen später alles klar dann gibt es das schöne Armgeschmeide ach ja stimmt du bist jetzt Racelet Träger das hast du mit Fedor Holz gemeinsam der hat auch eins ja stimmt ja sehr gut ja schönen Dank nochmal an alle Organisationen wie auch immer schönen Gruß nach Berlin an alle die Zuschauer haben hier die Daumen gedrückt haben genau so wurde das Ding ja nach Berlin Pockets Rockets ja zum zweiten Mal glaube ich ja Franky auch ja natürlich klar und vertreten waren wir eigentlich letztes Jahr waren wir auch mit Berlin vertreten am Final Table ja Berlin gehörte halt dran ja ne so machen ist das so genau so sieht das auch vielen vielen Dank gut und noch viel Spaß hier ja dankeschön bis dann ciao ja dann können wir uns gleich die Siegerehrung wenn die um Punkt 16 Uhr draußen stattfindet dann noch anschauen gucken wir uns noch live an der Tassilo wird wahrscheinlich ganz entspannt ein bisschen Live-Videos dabei noch drehen ja dann können wir das auch noch anschauen oh hier werden doch jetzt noch Fotos geknipst ja gut ja wunderbar jetzt kommen wir mal ganz schnell wir sind 700 697 Entries da geht was bei 1c meine Fassung wir haben noch 5 Level Late Track auch da geht noch was tja ich glaube dann Tassilo wir beide müssen um 17 Uhr ran vielleicht haben wir Glück und sitzen an einem Tisch da können wir uns weiter unterhalten ja ich darf jetzt gleich mal irgendwann ein bisschen schlafen sollen wir dir das gönnen ich will mal gucken das sind jetzt 36, 37 Stunden jetzt wach Tassilo stellt dir ja er stellt dir gerne sein Zimmer zur Verfügung er hat noch kein Bett ja ich werde wohl wahrscheinlich jetzt mittlerweile eins haben also ich werde nachher mal vorne fragen die werden da schon was organisieren ich habe jetzt mal tierisch Bock auf ein bisschen frische Luft man soll es kaum glauben ja wunderbar von der Seite vielen vielen Dank für deine Unterstützung hier gerne vor allen Dingen immer mit neuen Moderatoren versorgt weil wir kamen ja nicht raus das war die Deutsche Bracelet Meisterschaft 2016 ich sag mal 2016, 2017 von 2016 in 2017 ausgerichtet nächstes Jahr geht es weiter vielleicht darf ich da hier wieder kommentieren würde mich freuen morgen geht es weiter mit dem Livestream EPSC Finale ab 18 Uhr zeige mal ein Feature Table ab dem Erreichen des Final Tables jetzt gibt es auch Hole Cards zu sehen wir starten direkt mit einer 30-minütigen also mit einem Delay von 30 Minuten das machen wir damit wir nicht zwischendurch dann irgendwie 30 Minuten Pause machen müssen also morgen 18 Uhr werde ich wieder bestimmt ein paar nette Kollegen haben die hier mit moderieren im Notfall muss ich ja wieder herhalten da hoffe ich aber dass du mich am Feature Table siehst achso dass ich dann das kommentieren darf was du machst alles klar aber besser nicht ja ich danke allen da draußen dass ihr noch hier bei schwarzem Bildschirm noch ein bisschen zugehört habt was wir erzählt haben morgen 18 Uhr bis dahin wenn ich nicht mehr dabei bin schaue ich mal rein ja vielen vielen Dank bis dahin ciao tschüss b Untertitelung des ZDF, 2020